Gregor, ein einziges Mal wollte ich mit dir einen Cold Opener hinkriegen. Hallo, herzlich willkommen zum Spiel mit Bart, Shenmue 3, am Wochenende. Streamen mit Bart kann man es vielleicht nennen, weil schneiden werde ich hier auf jeden Fall nichts mehr. Nein, 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 wenn ihr jetzt unten hier, wenn ihr jetzt als VOD guckt, hattet erstmal alle Live-Zuschauer keinen Ton. Kein Ton! Kein Ton von uns? Bibi-di-bab-di-bu-bu, bab-di-bab-di-bu, bab-di-bu, 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 bab-di-bu. Hast du deine Funke angemacht? Jetzt höre ich, dass der Ton da ist. Okay. Doch, bei mir ist das Mikro an. Aber Cold Opener war stumm. Ja, das ist auch kein Cold Opener gewesen. Jetzt lügt mich nicht an, Chat. Mach mir keine Sorgen, weil ansonsten hier, es zeigt an, dass wir Ton raushalten. Wir sehen auf jeden Fall Ton. Hallo, wir sind nur ein bisschen chaotisch, denn wir sind ab jetzt auch die Regie. Wir haben alle anderen rausgeschmissen, haben uns selbst befördert und werden deswegen das ganze Wochenende jetzt illegal streamen. Sie wollten es uns verbieten. Doch wir tanzen immer den letzten Tanz der Saison. Wir lassen uns nichts verbieten. Wir lassen uns nichts verbieten. Mein Gregor gehört zu mir, ist das klar? Das Beste, was mir gerade gefällt. Dann tanzen wir die ganze Nacht durch. Wir werden mal sehen. Ich hoffe, du hast dir festes Schuhwerk eingepackt. Was ihr nicht wisst, wir haben ja immer so eine Anzeige bei uns, die anzeigt, wie lange ist es bis zur nächsten Werbung, wie lange dauert die Sendung noch, damit wir das so ein bisschen grob abschätzen können. Was steht da gerade drauf, Simon? Sieben Stunden, 58 bis Ende. Ah! Das ist zugegebenermaßen auch eine Zahl, die ich so noch nie gesehen habe. Zumindest auf diesem Display. Ja, keine Ahnung. Wenn ihr jetzt in eurem VOD unten reinguckt, da müsste dann auch so acht Stunden, vielleicht steht auch noch vier Stunden. Vielleicht. Weil wir einfach an Erschöpfungszustand zugrunde gegangen sind. Ja, steht so die kürzeste acht Stunden seiner Welt mit zwölf Minuten und zwölf Minuten. Weil wir danach schon inkludiert sind hier alle. Simon. Versprichst du mir eins? Ja. Sei anders als Nils, sei nicht nur in den Menüs heute. Versprichst du mir das? Ich kenn das Spiel noch nicht so gut. Ich hoffe, dass ich dann nicht nur in Menüs sein muss. Es ist kein Menüspiel. Das sind noch Death Stranding-Erfahrungen. Genau, exakt. Wenn ich zu viele Menüs heute sehen muss an meinem Wochenende, werd ich wahnsinnig. Ich muss das vermeiden. Aber das wollte ich dich auch bitten. Nicht zwar direkt in der Menüsache hier aus, aber für mich ist es auch Wochenende. Und ich will mich heute nicht extra stressen. Ja, natürlich. Ich bin ganz entspannt. Stress nicht dich sonst. Nein, nein, nein. Nee, das ist nicht auf dich hier bezogen. Ich verstehe, du bist ... Ich bin komplett in Schlabberlock hier angezogen. Ich will hier nicht ... Das ist die Moderation, das ist hier der Cold Opener, du machst dies, du machst jährlich. Du darfst machen, was du willst. Ich will mich einfach nur hinsetzen, dass wir gemeinsam ein bisschen chillig spielen. Ich wollte heute auch eine Jogginghose anziehen. Und dann dachte ich mir, nee, das sieht neben Gregor bestimmt dann voll blöd aus. Und er denkt sich, du hast dir keine Mühe gegeben. Ja, doch, eh nichts sehen. Na, das geht doch noch. Ganz aufwendig. Wichtig sind die Bändel vorne. Die Bändel sind ... Wichtig. Bist du ... Zuschnüren. Bestellst du dir ab und zu mal ... Ab 40 muss man das mit so einer Schnur zuschnüren. Ja, ja, mit der ... Wir werden auch was im Spiel sehen. Bestellst du übrigens ab und zu mal Essen oder lässt dir was daheim liefern? Ich hab ... Ich werde bei einer Jogginghose, wenn ich was bestelle, dann ein bisschen so self-conscious und ich pack die Bändel dann rein. Ich weiß genau, was du meinst. Nee, das ist nur einfach eine sehr gemütliche Herrenhose. Ja, genau, genau. Das trägt man heute so. Ja. Ich weiß es ja nicht. Ah, okay, Leute. Ihr wollt sehen. Ihr wollt Shenhu sehen. Ihr wollt wissen, was wir heute machen. Ja. Genau. Genau das. Genau das wollen wir machen. Ja, ich hoffe, einige waren erfreut davon, als sie den Menüpunkt dann gesehen haben im Sendeplan, dass wir ... Ich war erfreut. Ich war auch sehr erfreut. Nicht nur heute, nicht nur morgen, dass wir uns dann hinsetzen. Meine Bitte war ja in der Hinsicht, wenn Shenmue 3 kommt, wir wissen ja, wie das hier produktionstechnisch geht. Wir haben alle so viel zu tun und wenn du sagst, oh, du möchtest gerne ein Let's Play machen, ja, hier habt ihr mal die Woche mal zwei Stunden, weil die anderen die ganze Zeit und so weiter brauchen. Das reicht Shenmue, reicht das leider nicht. Das ist doch viel zu wenig. Was soll man denn in zwei Stunden machen? Da kommst du hier grad mal, kannst du grad mal ein Pachinko-Spiel spielen und kurz irgendwie den Weg einmal entlang gehen. Genau. Hast noch nicht mal einen Job, nicht mal einen Job, nicht mal einen Tag Gabelstapler fahren, kannst du in diesen zwei Stunden abhaken. Wir haben jetzt, oh Gott, zweimal acht, 16 Stunden und wir werden danach jetzt auch noch weiterspielen, zu Ende spielen, das kann man jetzt schon sagen, deswegen KD am Anfang. Ja. Da war schon der Bumper hier, genau. Ich bin richtig aufgeregt. Ich verzweifle, dass wir durchkommen. Es geht wirklich weiter. Aber wir sind jetzt 19 Jahre später, nachdem wir das letzte Mal was Neues von Shenmue gesehen haben und jetzt werden wir das gemeinsam machen. Ich hab die Kontrolle hier über die Kameras und ich kann zum Beispiel diese Kamera zuschalten. Hallo. Das ist die da. Oder ich kann auch sagen, hallo, ein bisschen tiefer, denn ich bin mir relativ sicher, dass wir auch... Doch setzen Sie sich. Ja, setzen Sie sich. Oh Gott. Na ja. So ein bisschen... Na ja, warum nicht? Kommt man auch, ja. Respektiven-Spiele kann man so machen. Eigentlich müssen wir keine Intros mehr drehen, ne? Das können wir eigentlich alle durch Größenverhältnisse machen. Nei hat durchgenommen. Auch eine Menge Top-Secret-Gags könnte man hier machen mit dem Telefon. Wir müssen uns noch was überlegen. Und wir werden mit dieser Karte, wir werden heute mit der Kamera noch mindestens einen Gag machen. Ihr könnt gerne in den Chat schreiben, falls ihr eine Idee habt. Wir verkaufen die dann als unsere. So haben alle gewonnen. Was die Leute aber nicht wissen, wir machen exakt einen Gag heute, nicht mehr. Nur einen mit der Kamera. Ja, einen. Aber vielleicht 20 Versuche. Ihr müsst halt selbst entscheiden, wo der Gag versteckt ist. Ob das ein Gag für euch war, das gilt es zu ermitteln. Das ist eh das Motto für heute, wo ist der Gag versteckt. Wir werden sicherlich viel Quatsch machen. Wir versuchen uns, das kann man vielleicht eingangs sagen, wir versuchen uns, in diesen ganzen atmosphärischen Sequenzen auch wirklich zurückzuhalten. Erinnert uns dran, wenn wir es mal nicht machen. Aber wir wollen das schon, ne? Wir wollen das schon entsprechend würdigen. Wir freuen uns aber echt auch so ein bisschen übermütig, weil also wirklich wir verdammt lang drauf gewartet haben. Das hat ewig gedauert. Darf ich noch kurz eine Geschichte? Ja, bitte. Ich hab dir schon mal erzählt. Wir haben 16 Stunden Zeit. Aber ich weiß noch genau. Warte kurz. Ich brauch nur ein Prop dafür, was perfekt passt, ne? Moment, eine Sekunde. So. Das mal mit. Hier. So ist die japanische Flagge hier. Ne. Da, ne? Funderation. Ah, die Funderation. Das war ungefähr diese Ära. Funderation bleibt ganz viele Äras. Zeigst dir doch mal. Oh, es war genau, ich glaub es war diese Ära. Zeigst dir doch mal hier. Hier rein, ne? Damit man's gut sehen kann. Naja, was ich eigentlich sagen will, da findet man, wenn ich jetzt in meinem Archiv suche, findet man sicherlich auch noch irgendeinen Chemo-Test. Könnt's sogar sein, dass hier einer ist? Vielleicht. Aber ich kam 1099, also irgendwo in diesem Bereich, äh, ne. Entschuldigung. In diesem Bereich. Hier war das. Spiegelverkehr. Zeitlich. So, ähm, und zwar bin ich da zur Funderation gekommen und das war so, das war so, oh mein Gott, ich kann mir das alles angucken und ich kann da vielleicht arbeiten, ne? Und ich weiß grad nicht, ob's mein Casting sozusagen war, aber ein Werbungsgespräch, wo man dann immer einen Tag da gearbeitet hat oder ob es der Moment war, wo ich schon angekommen bin und wo es quasi, mein erster Tag war, hallo, ich bin hier, der Neue. Und in dieser Woche oder an diesem Tag war ich noch gewaschen Muda und das war so für mich die erste Möglichkeit, weil das halt ewig auch gedauert hat, bis man's bekommen hat, ne, wenn man's normal gekauft hat, Theo Kranzversand, Japan Import, drei Wochen später. Und in dem Fall hatten die das schon. Und dann haben wir uns da das Intro angeguckt, ähm, und das hat mich so weggeblasen, wie die Texturen waren, wie das Ausfall, wie dieser Mantel von Landy und so. Und in diesem Moment, ich hatte mich so verliebt, äh, und Robert Bannert hat sich dann direkt das Spiel gegrapscht. Natürlich. Und hat dazu was gemacht, äh, 8000 Seiten und das war auf jeden Fall ein schönes Ding und das war halt echt die Zeit, wo mir dieses Heft unglaublich viel bedeutet hat, wo ich, was ich für immer verbinden werde, aufgrund dieser Erfahrungen mit, mit, mit mehreren Sachen, Pokémon Snap, weil das war bei meinem Casting irgendwie relevant, und dann, äh, Shenmue. Okay. Also das sind so die zwei Spiele, die mich immer wieder an die Fungeration-Zeit erinnern, die ich hatte. Also ich, ich kann so, du kommst da gerade an, erster Tag, so, oh, schaut euch mal den Mantelwurf von Landy an und einfach die Chefs schreiben sich da auf, nächste Woche nicht vergessen, den Nerd feuern. Ja, der Nerd, äh, nerdet uns. Also wir wollen ja, dass Leute investiert sind, aber nicht zu viel, ne? Ähm, so. Ich hatte leider nicht so, so ein Erlebnis. Du musst ja das kurz rausquotzen. Ja, absolut, ne, solche Geschichten, die verbinden uns natürlich auch damit. Ich hatte jetzt meine Shenmue-Erlebnisse nicht direkt, äh, in irgendeiner, äh, Redaktion oder in der Erfahrung. Nein, du hast sie daheim gehabt. Ich hab's mir gekauft zum deutschen Release und ich hab's nicht gemocht zu Beginn. Ganz ehrlich, so für die erste Stunde oder sowas, wo ich's reingepackt habe, viel Geld ausgegeben, du machst es an und dann kommt diese rucklige Sequenz, oh, Inesern, was ist mit dir? Oh, ruckelzuckel und so weiter. Hm, ein bisschen skeptisch und dann hab ich Weihspielen gesagt, ja, das ist genau das Richtige für mich, ne? Und dann waren auch schon mehrere Wochen dann vorbei, wo ich ganz ehrlich gesagt habe. Für mich hat's die Musik auf jeden Fall auch gemacht. Also ab dieser geilen Präsentation, die wir hoffentlich auch jetzt wieder erwarten und der schönen Musik, kann man das Spiel eigentlich nur mögen, da hat das schon mal einen guten Anfang. Und dann muss es immer noch überzeugen und viele hat's dann noch verloren, beim Gabelstapler zum Beispiel. Ja, wir werden mal gucken, was jetzt hier ist. Wir hatten ja schon ein kleines Gespräch gemeinsam on Air gehabt. Ich konnte zumindest mal in eine Vorab-Version hier reingucken, wir haben's auf der E3 kurz gespielt, aber das ist so ein Tropfen auf dem heißen Stein, der verrät eigentlich noch nichts wirklich über Spiel. Ich hab im Moment noch den Controller in der Hand, aber ich werd natürlich nicht exklusiv spielen, wir werden hin und her tauschen. Von den Rechnern, wie sie momentan aufgebaut sind, du hast so ein bisschen die Hochheit über die Minimatzen, gerade im Moment. Ja, also wir haben die technische Möglichkeit Minimatzen einzusetzen, ich hab das aber selbst auch noch nie hier gemacht. Du kannst ja testweise eine machen, du musst einfach anklicken, welche du willst und dann F2 drücken. Du kannst ja eine mal abfahren. Danke übrigens an Wirt für einen der Großteil der Minimatzen, die wir heute sehen werden. Äh, es ist so eine der, wir brauchen viele Sachen, wenn wir heute spielen, aber eines brauchen wir aufgrund der Sitzposition für acht Stunden auf jeden Fall. Äh, du musst F2 drücken. Eier aus Stahl. Ich dachte noch, er sagt's, aber... Hab ich auch, aber dann dachte ich mir, nee, er sagt das doch nicht in Kill Bill. Er sagt nicht Eier aus Stahl. Es steht aber hier. Es ist so. Es ist ein stummes Eier aus Stahl. Genau, die Eier haben gesprochen. Ich mein, wenn du sowas machst, wenn du jemanden mit deinen Eiern um die eigene Achse drehst, das sagt eigentlich schon genug aus. Können wir doch ehrlich sein. Ja, wir haben Live-Minimatzen auf jeden Fall hier. Ich hab auch noch welche. Ich hab ganz alte noch gefunden aus, weiß ich nicht, Game One-Zeiten. Wir werden heute viel Spaß haben. Wir werden heute auf jeden Fall viel Spaß haben. Soll ich einfach mal anmachen? Mhm. So, ich guck mal. Ich hoffe, das ist jetzt das Richtige. Ja, mit Fenster und allem drum und dran. Wir haben aber auch eine Version ohne Fenster. Die werden wir auch nutzen für die Cutscenes. Genau. Und wir sind auf euer Feedback noch angewiesen, wenn die Cutscenes zu leise sind oder wenn ihr das Gespräch nicht hören könnt oder das Gespräch zu laut ist und man uns nicht hören kann. Ich kann hier noch ein bisschen nachregeln. Let's do this. Ich hab auf Start gedrückt. Let's do this. Ach ja, gerade gestern. Ach nee, Entschuldigung, es geht hier direkt los. Oder lädt? Ja, der lädt noch, aber ... Gestern Tokyo Midnight Diner gesehen. Das ist so eine kleine Serie über so ein kleines Restaurant, ein ganz kleines in Japan. Mit so fiktiven Storys drumherum. Und es geht aber eigentlich die ganze Zeit um Essen, aber eben auch so um Slice of Life. So Geschichten. Und da ist so einer, das ist der Loser, also der Loser-Neffe von so einer älteren Dame, die eben da immer ist und von ihm erzählt. Und der pennt immer besoffen ein und spielt Dreamcast. Und hat dann so das Dreamcast-Pad auf seinem dicken schmauchigen Bauch liegen. Da muss ich jedes Mal dran denken, muss ich lachen. Und er spielt Crazy Taxi, was ich auch gut finde, weil das mochte ich. Muss ich dran denken, wie mein Bruder einmal, kennst du vielleicht noch diese Trainingsgeräte? Da legst du dich rein, die sind wie so eine Kugel und die kann man benutzen, um sich bei Sit-Ups zu helfen. Ja, natürlich, ich kenne die Werbe. Was er gemacht hat, ist, er hat sich da einfach reingelegt und die Armstützen dafür benutzt eine Chipstüte drauf zu tun. Dafür sind sie auch gut. Dafür ist es auch sehr gut. Warte mal, wir müssen auch den Titel hier sehen. Irgendwo müssen die Kalorien ja auch wieder rein. Da, schau es dir mal an. Hammer, Grego, warte, 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 warte. Beliebige Tasten drücken. Drücke eine beliebige. Ja, und ich habe einfach Steuerkreuz runtergedrückt gerade. Das ist nicht mal eine Taste. Beliebiger als diese Taste geht es nicht. Rühren Sie Ihr Pad. Machen Sie das mal fertig. Okay, okay, okay. Was man theoretisch machen kann, das ist so ein Zusammenfassungsmovie drin. Das zeigt, was vorher passiert ist. Ich weiß nicht, ob wir das gucken wollen. Das dauert auch nochmal ein paar Minuten oder nicht. Das zeigt nochmal. Naja, ist es nicht eigentlich schon irgendwie, würden wir es nicht privat auch gucken? Wollen wir, ach, wir können kein Vote machen. Wollen wir ganz kurz mal in den Chat gucken. Sag doch mal bitte ganz schnell, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Ob ihr das euch anschauen wollt. Also so, wir machen das dann Pi mal Daumen. Genau, Chat hast du ja auch da. Wir sehen Ja und Neins. Danke für diese eindeutige... Ja, man guckt eine Weile und dann lässt man einmal so... Zum Gefühl einfach über sich ergehen. Also bisher sind es mehr Ja's als Nein. Ich würde sagen, zwei Ja's auf ein Nein. Komm. Zwei Ja's auf ein Nein. Danke. Okay, dann... Tschüss. Genau, ich blende uns mal aus. Die Mics machen wir aber noch nicht aus. Aber dann schauen wir uns mal das Recap-Movie an. Dann seid ihr alle auf dem gleichen Nenner. Braucht ihr nicht gespielt haben. Und sagt uns wegen dem Ton Bescheid. Yokosuka, 1986. Ryo Hazuki's fate is abruptly and irrevocably changed. When his father, Iwao, is murdered by a mysterious man named Landi, the girl, young and inexperienced, is no match for him. Landi takes the dragon mirror, long hidden and guarded at the dojo. Ryo, with his dying breath, Iwao imparts one last piece of wisdom to his son. Keep your loved ones close to you. Ryo, not yet able to fully appreciate the meaning behind those words, Ryo leaves the dojo behind and vows to take revenge against Landi. Ryo hunts for clues as to the whereabouts of his father's killer. A letter arriving all too late warns of encroaching danger. Its contents point Ryo towards a certain Master Chun. Master Chun. Who reveals the existence of a second mirror. Das wie bei Shakespeare, ne? Romeo und Lydia, der zu spät zugeteilte Brief, der quasi die Tragödie hätte verhindern können. Leads Ro to this fabled Phoenix mirror. Und ein Kung-Fu-Master mit schlechten Szenen. Das ist auch so, Romeo und Lydia ist ausgeschnitten später. Von alten weißen Männern. Chai stopt Ryo in hopes of getting his hands on the mirror. Thanks to the Chen family, Ryo manages to protect the mirror from Chai. He next decides to depart for Hong Kong in pursuit of Landi. More trouble, however, is already waiting for him before he leaves. From goons at the docks to a tough gang of bikers known as the Mad Angels. The evil that confronts him even moves to sink its teeth into his dear friend Nozomi Harasate. Mad Angels. Ihn hatte ich auch vergessen. Och, sie ist so süß. Ich liebe sie. Ich hab sie halt echt lieb. Ist aber so, sag doch mal klar, was hier Phase ist. Ryo checkt doch nix. Ja, sie muss die Dinge in die Hand nehmen. Nein, ich muss nach Kanada. Sie muss der Mann sein. Stimmt, sie ist ja nach Kanada. Sie wollte nach Kanada. Ist sie? Ja, doch, doch, doch. Sie ist, glaub ich, geflogen. Das ist jetzt Teil 2. Schnitt Hong Kong. Man sieht an der Optik gleich. Ja, die Xbox sah ein bisschen schärfer aus, ne? Ich denk mal, die machen die Version. Oder ist das Bild kleiner geworden? Ja. Ich glaub, ich bin mir sicher. Ich glaub, es wird immer kleiner. Am Ende sind wir in der Mobile-Ära. Wie die sich so ein bisschen schämen, wie die Grafik ausschaut. Und die kleinen Miniatur-Fenster zeigen. Okay, wir sollen ruhig sein. Hui. Wenn sein Geld ist gebrochen und er ist destitut, er wird auf die Kindheit einer jungen Frau namens Joy. Joy. Hm. He finds himself wandering the streets of Wan Chai to arrive at Man Mo Temple. There he meets Xie Ying Hong, who claims to know something as to Lan Di's whereabouts. Musik Sensing Ng-Roh a thirst for bloody revenge, however, she refuses to talk. Musik Wo heißt der? Wu Yin? Dann nur Ren of Heavens kenne ich nur noch. Ich kenne keinen davon. Kylo Ren kenne ich. Haha. Kylo Ren of Heavens. Oh Mann, du erinnerst dich. Oh Mann, oh Mann, Gregor. Oh, war das hart. Musik 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 Ich glaube, den hat Ede für uns gelegt. Das könnte sein. Ich erinnere sowas. Ja, er musste uns helfen mit seinen Skills. Wie die auch original mit einem Helikopter am Seil entkommen ist. Mhm. Für einen Proleten-Move. Musik Das haben wir auf dem Sender hier schon gespielt. Ja. Hatten wir gerade angefangen, ne? Ja. Auch gar nicht mehr so lange. Ja. Fünf Jahre? Ja. Was ancient mystery ist lockt away by the dragon and phoenix mirrors? Was of Lundi? Mann, ey, dann waren da diese riesen Spiegel. Wie geil. Die kann man ja gar nicht tragen. Das ist ein ganz großer Halskettel. Du nimmst den Rot nicht in den Grün. Ja. Wahrscheinlich das ganze Spiel nur das Zurückzerren von diesen riesigen Spiegeln. Ja, exakt. Das ist so ein ... Hier musst du immer die A-Taste drücken. Immer die A-Taste. Immer die A-Taste. Ja, manchmal musst du auch über irgendeinen Hügel ... Okay. Ja, genau. Das war unser Cliffhanger. Warte mal, ich mach unsere Kamera dann mal wieder an. Schön ist das, ne? Ich hab gerade geschaut, am 21.01.2015 haben wir das Format Spoiler, von dem wir eine einzige Folge gemacht haben. Das Ende von Shenmue 2, wo wir einfach nochmal drei Stunden das letzte Kapitel gespielt haben, wo Game One Day schon zu Ende war. Es war wie immer. Wir hatten das Ende. Game One Day war zu Ende. Was machen wir mit dem Ende? Ja, okay, machen wir halt eine neue Rubrik, nennen sie Spoiler und da können wir das Ende rauskacken. Aber ich muss sagen, Spoiler ist an sich immer noch eine gute Idee. Eigentlich schon. Warum denn nicht nur sich auf Enten konzentrieren? Weil die sind ja dann doch irgendwo relevant. Also, die haben ja eine Relevanz, weil sie halt das Ding zusammenschließen oder auch kaputt machen können. Ich hole auch gerne jemanden dazu, der kein Interesse daran hat, aber nur die Enten wissen will, um mitzureden. Ja, und das spart auch sehr viel Zeit. Hier auch alles das, was wir in 60, 70 Stunden gemacht haben, über zwei Spiele verteilt, in fünf Minuten zusammengerafft, ne? Und vieles davon war einfach nur Prügelei oder Leute, die mit dir nicht zusammenarbeiten wollten. Ganz ehrlich. Ich hätte, wenn ich so ein Recap machen würde, so wie es ist, genau, aber zwischendurch eine 15-minütige, stumme Gabelstapler-Sequenz. Ja. Ich hätte das auch gerne erklärt. Er arbeitete, er arbeitete viele Tage, er bekam Lob und Beförderungen, am Ende hatte er genug Geld für die Reise. Und das für alles. Ja, andere Spiele gehen zu Ende, du hast die Welt gerettet, Chemo 1 geht zu Ende und fährst auf dem Boot weg. Du hast es geschafft. Du hast das Ticket. Ich würde sagen, englische Sprachausgabe ist given, wir brauchen bald, ist der originale Rio wieder mit dabei. Aber wie ist denn die Deutsche? Ist die vielleicht saugut? Es gibt nur Englisch und Japanisch. Ach so. Deshalb würde ich da auf Englisch machen. Oh, wie gerne hätte ich eine schlechte Deutsche jetzt gehabt. Untertitel kann man natürlich auf Deutsch lassen. No? Es ist schwierig. Der soll mal kurz, auch der Chat mal kurz Japanisch oder Englisch sagen. Ich finde Englisch an sich okay. Ja. Also nee, ich mach kein Japanisch. Okay, dann soll der Chat mal kurz Englisch sagen. Ja. Das überlasse ich dem Chat. Nee. Da weigere ich mich. Tut mir leid. Na gut. Mir geht es hier um die Untertitel. Ob wir deutsche Untertitel machen, da müssen wir nicht übersetzen. Es ist eh ziemlich 50-50. Ich würde mich gar nicht trauen, jetzt Japanisch zu wählen, aufgrund dieses Spontanwurz. Nö, ich beuge mich nicht den fünf Japanerleuten da im Chat. Das ist mir egal. Shenmue ist für mich nicht japanisch. Ich bin hier am Wochenende, ich spiele Shenmue, was ich kenne. Ist doch gut. So. Niemand verlangt von dir etwas. Aber deutsche oder englische Untertitel ist dann die Frage eher. Weil wenn du Englisch machst, hörst du natürlich oder liest exakt das, was sie sagen. Wenn du Deutsch machst, hast du die Übersetzung natürlich gleich mit dabei. Deutsche Untertitel. Ich würde mal, ich glaube rein, damit wir bei der Sprachausgabe nicht so sehr regeln müssen, mach ich den Sound ein bisschen runter und die Sprachausgabe rauf, dann können wir das Niveau ungefähr gleich lassen. Weil sobald wir die Schnauze halten, ist die Sprachausgabe ähnlich laut wie wir. Das ist gut. Also eigentlich schade, weil wir schon viel besser sind. Wir sind? Aber es muss wohl sein. So. Let's do the new game. Oh, warte mal. Oh, okay, okay, Moment. Ich muss mal überlegen. Aber man kann wechseln. Ja, einfach Story-Modus. Ja. Normal empfohlener Modus. Schwer herausforderbar. Ich würde gerne den empfohlenen machen, weil ich Angst habe, dass sowas wie Herausforderungsmodus immer nur ist, oh, du brauchst 5000 Geld. Na gut, dann brauchst du jetzt halt 50.000 Geld. Oh Gott, ja. Weißt du, einfach Spielzeitverlängerung, die ich nicht mag. Ein Kampf, wo die KI besser ist, gerne. Aber ein Kampf, wo die einfach nur einen Schlag hundertmal mehr abzieht, nee. Du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Da bin ich auch kein großer Fan von. Also schwer muss man auch entwickeln können, finde ich. Ich habe auch die Angst, selbst vor 20 Jahren waren meine Reflexe meist nicht schnell genug für die Quicktime-Events. Das wissen wir alle. Jetzt machst du, 20 Jahre später, machst du ja auf Herausforderung oder Albtraummodus, du musst ja eigentlich negativ drücken, die Quicktime-Events. Du musst ja raten vorher. Du musst vor dem Spiel. Aber vor allem Albtraum, es ist wirklich, niemals werde ich das ausprobieren. Empfohlener Modus. Das hat am meisten Kickstarter von allem ausgesagt. Lass nochmal reinzoomen den Text und raus. Das war Hammer, Gregor. Das war echt der Hammer. Wer trägt jetzt meine Hosen auf? Viel Spaß. Da war er drin. Ah, da grüht da. Berat dich auf der Licht und was gemeinsam. Ich werde dir das Schnauchen-König anwerfen, die Sorge von 7 Staren. Think of the Sorge als eine Teil von mir und was dir. Ich bin mit dir. Ich werde immer auf dich schauen. Was ist das? Lio! Genau. Was ist das? Was ist das? Ein Mansion? Oh Mann. Ich glaube, es sind nur kleine Spiegel. Ich stehe nur extrem nah dran. Das ist eine perspektivische Verzerrung. Just like the mirrors. So this is what he was working on? Was ist das? Von einer entfernten Land in der Osten, von über dem Meer, wird er sein. Er weiß nicht die Kraft, die in ihm geblieben. Die Kraft, die ihn verletzten würde. Die Kraft, die seine Worte verletzten würde. Die Kraft, die seine Worte verletzten würde. Wenn er bereit ist, wird er mich auszusehen. Und wir werden uns gemeinsam auf den Boden. Ich werde es warten. Ich werde es warten. Das ist ein schönes Bild. Ich finde die Beleuchtung irgendwie ganz gut. Dafür, dass das nun mal ein AAA-Spiel ist. Ja, ey. Also das Intro würde ich jetzt sagen, da haben sich die sieben Kickstarter-Millionen gelohnt. Da ist alles reingeflossen. Da ist alles reingeflossen. Aber jetzt geht's bergab. Kick-Ass-Intro. Also war das ja früher tatsächlich häufig. Mhm. Also, dass das Intro noch der Knaller war und dann ging's wirklich ganz schnell. Die erste Stunde war häufig noch polished und der Rest war dann... Ey, nimm mal so Super-Nintendo-Sachen. Ich glaube, das Intro von Super-Street-Fighter 2 nimmt einfach mal dreiviertel des Moduls ein. Ja, aber da guck dir die Intro von den ganzen Neo-Geo-Spielen an, die dann irgendwie auch locker die Hälfte von diesem riesen Ding. Okay. Und das war alles, was sie in der Höhle gemacht haben. Mehr nicht. Ja. Okay, es geht wirklich direkt an einer anderen Stelle weiter. Mhm. Find ich jetzt auch nicht so schlimm, aber... We might find some clues about my father there. Let's go. Ja, sie ist schon wild hübsch. Auf jeden Fall schön die Falten weggerendert. Für 20 Jahre älter sieht das ganz gut aus. Ja, wollte ich mal sagen, das ist halt, wenn du eine gute Textur hast. Mhm. Saufen. Zocken. Pachinko. Beides. Illegaler Untergrund. Sein Lieblingsgetränk sind Würfel. Mhm. Machen wir dieses IC-Saufspiel eigentlich? Nein. Vielleicht nachher. Ja. Ja. Wie viele Tage hat er jetzt eigentlich dieses Pflaster schon? Also, er hat's natürlich in Real Lifetime hat er das auch schon seit 25 Jahren. Aber... Auch im Spiel hat er das doch mittlerweile jetzt seit Wochen. Was ist denn das für eine Verletzung, die so lange... Mit nur einem Pflaster dann aber... Oder? Ja, du musst dir vielleicht vorstellen, er hat das jetzt so lange Zeit drauf gehabt, das ist irgendwie jetzt so verkrustet. Wenn du's abziehst, dann reißt du dir das alles wieder mit runter. Genau, du würdest bis zum Knochen alles so... Genau, du hast einfach so eine Luke in dein Knochengerüst dann da rein. Luke ist ein sehr gutes Wort. Luke, du solltest Arzt werden. Ne, wir schneiden ihm da eine Luke rein. Das Fantastische ist übrigens jetzt gerade, ich darf noch nicht auf das Menü zugreifen, wo ich die Steuerung invertieren kann. Das heißt, ich muss also... Außerdem hat er mir gesagt, kein Menü. Nein, kurz für die Steuerung lassen. Kurz für die Steuerung hätte ich das gemacht. Er hat sich aber gut gehalten für die 20 Jahre, da hast du recht. Also fescher Buam, sogar seine Texturen sind ein bisschen schärfer geworden. Ey, er ist der Apex Predator. Auf jeden Fall, der passt genau hin. Also ich muss sagen, Moment, sie haben sich eine echt geile Session für den... Also eine geile Location für die erste Session ausgesucht. Sie hätten ja auch, wie du meintest, schon in der Höhle. Aber das wäre vielleicht auch nicht geil genug. Es wäre nicht episch genug, nicht schön genug. Hier hast du halt einfach mal so einen Blick, woran du dich... Wenn du das an Weihnachten auspackst oder so, bis zwölf, hast keine Ahnung, was Shenmue ist, dann bleibt dir das hängen. Ja, ich hätte das auf jeden Fall... Ich hätte das hier gemacht. Drei Stunden lang hier im Kreis gelaufen. Weil ich muss mir die Beine ein bisschen vertreten nach 20 Jahren in dieser Scheißhöhle. Du warst ja auch besonders. Das stimmt, ja. Die kleinen Freunden des Lebens. Man hört einfach nur nicht die ganze Zeit in deinem Raum. Was macht der Junge da wieder? Ach, lass ihn. Lass ihn, lass ihn einfach. Also, ähm, ja, Shenhua, wir waren in der Höhle. Wir haben ihren Vater gesucht, aber der war nicht da. Jetzt gucken wir im Dorf nebenbei an, ob er da ist. Wie viele Leute kann es hier geben? Zwölf? Ey, es sind wahrscheinlich zwölf. Wir zählen einfach mal mit. Das sind schon die ersten zwei. Okay, zwei. Vielleicht zählte einer aber nicht. Ist zugezogen. Oh, mich reintauchen. Und Nils möchte sein Motorrad drin versenken. Da liegt wahrscheinlich das Motorrad von Nils noch. Da ist es angespült worden, ja. Hahaha. Ist eifersüchtig, ne? Hm, der andere ist hungrig. Das war das Losungswort. Er hat mich gerettet vor dem Ertrinken. Hm, na gut. Es scheint häufiger zu passieren. Vor allem, was bewachen sie jetzt? Da ist ja nur der Weg zwischen der Höhle und dieser Brücke. Und die stehen jetzt da und müssen... Was machen die denn, wenn einer 10 Meter weiter über das Wasser geht? Die müssen ja von da dahin laufen. Das ist nicht mein Bereich. Das denke ich auch, oder? Nein. Es gibt keine Probleme für sie. Bailu ist ein sehr peacefules Ort. Du bist sicher? Weil sie sagten, dass einige thug kommen. Ja. Aber es scheint, dass sie nicht von hierher sind. Still. Das ist schreckend. Auch für dich? Ja. Ich versuche, ich bin ein bisschen entsetzte. Die Stadt fühlt sich irgendwie anders. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Lass uns um ein paar Beispiele fragen. Lass uns gehen. Das war eine ziemlich alte Brücke. Übliche Brücke. Das ist die Verdunt-Brische. Das ist das, was sie genannt haben. Ja. Es ist eine eindeutige rote Brücke. Es ist eine eindeutige Rot. Okay, und jetzt stehen wir aber erstmal rum und spielen Fußball mit kleinen Kindern. Let's not waste a second. Let's not waste a second, nachdem wir, warte mal, wir sind also über diese nicht ansatzweise grüne Brücke gegangen, wobei die Seiten wahrscheinlich, oder? Also, nee, wo ist denn, warum ist das die grüne Brücke? Das Geländer ist rot. Da gibt's sicher eine sehr epische Geschichte dazu. Die haben sie nicht getraut, den Grafiker mit der rot-grün-Schwächer da. Die Frage ist, nimmst du die Synchron neu auf oder zeichnest du die Brücke neu oder definierst du einfach alles. I see, genau. I see, I see. Und das war jetzt in Cairdor schon der Part, den ich auch spielen konnte auf die Gamescom. Den hab ich ja auch mit dir zusammen angeguckt. Ich wollte aber gerade Spielzeug ziehen. Ja, gut. Finde ich aber gut, dass man den Part, den wir Journalisten kennen, da direkt am Anfang so aus dem Kreuz kriegt, einfach um, ne, damit das nicht später irgendwie diese langweilige Stelle, die man schon kennt, nochmal kommt. Ja, wir möchten ja hier auch... So hat man's gleich, ne, und alles ist nur noch neuer Shit. So hab ich genug Zeit, mir das Seil und die Zange anzugucken. Ja, aber hallo. Das ist aber auch ne Zange. Und das, und hier, die Gänseblümchen. Du alter Penner, dich mach ich fertig. Das ist aber mal ne Zange. Guck die Ochsen an, sagt der Chat. Die Ochsen sind sehr gut, ja. Schau's dir an, ja. Das macht Kickstarter für dich. Ochsen und die Wedeln. Ich frag mich, ob mit der Temperatur die Hoden schrumpfen. Die Ochsenhoden? Ja. Meinst du, die haben einfach den Code von Red Dead Redemption 2 eins zu eins. Glaubst du nicht, dass die sich untereinander so im GitHub teilen und dann sagen, hier, das ist jetzt der Hodencode? Ich wollt grad sagen, ist das... Das ist die Routine bei Unreal Engine 4. Du musst nur das Hodenhäkchen anmachen. Ja, aber oder? Wär doch nicht schlecht. Das sieht mir aber jetzt nicht nach Ochsen aus, muss ich sagen. Oder sind das nicht schon Euter? Sind die nicht... Also zwei sind das vor allem. Ist das eine ein Tumor oder ist... Ich weiß es nicht genau. Das eine ist für den Tag, wo du dich nicht so sehr strecken möchtest. Na gut, das werden wir vielleicht später erfahren beim Ochsenmelken. So. Wo ist sie denn? Shenhua, warte auf mich. Ich muss mir die Bullen anschauen. Bullen! Bullen muss ich anschauen. Aha, aber der Font ist derselbe. Der Font ist sehr ähnlich, ja, der gleiche. Huh? Oh, er ist schon wieder der Beste. Ich finde auch, also, die einen realistisch und gleich haben wir den hier aus Journey to the West. Aber es würde uns beiden fehlen, wenn er nicht da ist. Ja, ey, er muss aussehen, als ob er... Das sind mimbare Charaktere, sowas braucht man. Och, was macht der da? Ich suche mal eine Briefmasche. Das ist auf jeden Fall der Klassiker. Und jetzt lässt sie mich hier einfach alleine und sagt, ich gehe mal rüber, check du doch mal hier aus. Was machen wir hier jetzt? Wir können auch davon ausgehen, dass Rio komplett Chinesisch gelernt hat oder alle hier Hochjapanisch sprechen, gerade auf dem chinesischen Festland in den 80ern. Ja, aber selbstverständlich. Es ist ein sehr intellektuelles Volk hier. Er schreibt immer noch auf, immerhin, ne? Zwei Männer bewachten die Brücke. Aber wir lesen nicht mehr. Ach ja, die Wächter waren natürlich, weil Schläger im Dorf aufgetaucht sind. Stimmt, die müssen, genau, die müssen ja die Dorfwohnung schützen. Ja, exakt. So, was geht denn jetzt hier? Der Junge kratzt sich am Podex ein bisschen. Das Mädel darf auf dem Gras herumstehen. Zum Thema Junge habe ich auch noch was beizutragen. Äh, äh, wen? Du musst keine Angst haben, geht ganz schnell. Komm her! Genau das ist passiert. Da ist er nämlich, da ist er. Er ist es. Der ist es. Man sieht's nicht, aber... Ganz eindeutig. Na gut. Der Schläger. Übrigens, wollen wir in die Telefonzelle gehen? Wo ist das Telefon? Ja, aber dafür kannst du da halt, du kannst da was anpflanzen. Ja, aber, was ist denn der Sinn und Zweck von sowas, ne? Ist es einfach wahr, dass man eine Telefonzelle und die sind nicht fertig geworden oder die haben das Design einfach klassisch gehabt und irgendwann wurden Telefone da reingepflanzt? Ja, ich glaube, genau, ich glaube, oder... Ne, warte mal, stimmt, das ist ja rein zeitlich, ne? Das ist da in den 80ern. Ist das vielleicht ein Tele... Vielleicht sollte da mal ein Telefon hinkommen, aber es ist durch finanzielle Engpässe nie dazu gekommen? Ja, hier in Guilin, bei Lug. Naja, okay, ich kann's mir auch schwer vorstellen, dass das ein Telefon sei, aber warum ist da eine Lampe? Ich meine, wofür brauchst du das Ding? Der Chat hat die Lösung gefunden, Assets gab's kostenlos. Oder, ja, es ist so ein Unreal-Asset-Pack. Es war so ein Unreal-Asset-Pack. So eine Cyberpunk-Telefonzelle, wo du nur das Telefon rausnimmst. Ja, das Problem war, im Asset-Pack war nur Telefongehäuse, aber nicht das Telefon selber, da hättest du extra nochmal ein Pack kaufen müssen. Und ja, da sind die Ängsten. Warte mal, ich hier, Alter, der hier. Das ist doch der Hammer. Schau dir mal an. Geil. Lauf mal, er dreht sich auch schon für dich. Da hat er den Gürtel. Geh mal bitte richtig nah ran. Guck dir mal, der Fall in den... Alter, alles, wie geil der ist. Oh, fährst du mich gerade an? Ach nee, der macht. Verdammt, was ist das? Das trieft ja vor Fett. Sie werden doch bestimmt was Normales wie Chicken Wings, Spare Ribs oder Pommes frites haben. Das ist... So denkt er sich das. Ich hab mir gerade vorgestellt, dass er das sagt. Ja, das ist bei kurz Überwachungsprogramm. Wenn wir mal apropos Fett triefen, wir gehen gleich zu ihm zurück, aber das weiß ich noch von der Test-Session. Hier. Lass das Fett richtig treten. Alter, Gregor, ich hab so Hunger. Das kannst du doch nicht machen um 12.38 Uhr. Ich ess doch normalerweise nichts. 12 Uhr um... Ach, es ist schon 12. Ja, stimmt. Ja, wir haben um 12 Uhr angefangen. Oh Mann, guck dir das doch mal an. Ja, wir bestellen uns nachher was. Auch so eine geile Gusseiserne Pfanne. Weißt du, wo die so schön rösten, wo die so richtig... ...wo das Fett noch von der Ur-Oma drin ist. Wo du siehst, die wurde seit 50 Jahren nicht gewaschen. Du schmeckst die Würstchen aus dem 18. Jahrhundert auch. Ach, ich krieg' ich mal eins. Da hast du noch mal Eier. Da, guck mal, wie viele unterschiedliche Eier. Und auch, ich glaub, ein paar sind sogar unter Artenschutz, wie wir hier sehen. Äh, Spiegeleier, werd'n bisschen kalt hier. Oh Mann. Bitte das Gleiche noch mal. Gern. Und ich nehm' noch was von dem hier. Ey, der Käse, selbst der Käse, aber das rechts sieht ein bisschen verzergammelt aus. Da, die komische Quetschwurst. Was soll das denn sein? Ist das eine Wurst? Nee, ist eine Würzel. Ist eine Wurzel. Da ist ja Ginseng daneben, ne, eine alte Kartoffel. Ey, sag mal, Ginseng, ne, ist ja eigentlich, ist ja was Würziges, aber auch eine Wurzel, also eigentlich eine Würzel. Warum gibt es Wurzel, Würze, Gewürz, Wurzel, Würzel. Ich finde, es sollte was geben, was Wurzel ist und Gewürz. So, I rest my case. Ey, sichert ihr das? Wir würden so viel Geld bei Aldi machen können, ne? Hör auf, sag denn nicht das A-Wort. Entschuldigung. Da triggerst du doch wieder die Anna. Wir haben Connections hier, ich will ein Würzelregal da einfach. Nee, Connections haben wir keine. Ja, aber. Oh, guck mal hier, das sieht aus wie so kleine, diese Taschen meine ich. Ah, diese Taschen, die mit fleischfressenden Pflanzen, die du zugebunden hast, zugenäht hast, gefoltert hast, zugenäht hast und dann im Backo. Und dann im Backo. Paniert. Panierte, fleischfressende Pflanzen. Und du hast sie gefüttert aber vorher mit dem Brei ihrer Kinder. genau, du gibst denen vorher was zu essen, weil da haben sie auch Füllung nachher beim Essen. Ich hätte Brötchen gesagt, aber das kann es auch sein. Brötchen sind ja super Brötchen. In China ist das naheliegender. Ey, und Shashi, ich kann mir das jetzt nicht ankommen, Gregor, das ist einfach nur geiles Essen und es sieht gut genug aus, dass ich Hunger kriege. Willst du die Frau alles alleine essen? Na, sie hat hier ja ein Restaurant. Ne, das ist alles für den Typen da. Das ist alles für den Typen da hinten. Hier, er macht gerade Platz in seinem Darm. Das siehst du doch gerade, ne? Verdauungsteil. Genau so. Einmal links freiräumen, einmal rechts freiräumen. Er imitiert seinen Darm dadurch. Genau, die mit den Handbewegungen auch imitieren die Biegungen des Dickdarms. Statt sei eins mit dem Wasser, sei eins mit dem Bier. Guck ihn dir an. Ich liebe ihn, weil seine Haare sind geil, seine schöne, positiv geröteten Bäckchen deuten auf ein nahendes Herzkranzgefäß Problem hin. Aber er sieht lustig aus. Er ist quasi der Obelix, dieses Dorfes hier, nur anstatt dass er als Kind in den Topf mit dem Zaubertrank gefallen ist, ist er mit dem Topf voller Monchichi gefallen. Oder in die Butterfabrik gefallen. In die Butterfabrik. Um eine Frage zu beantworten, wie lange, wie viel von den 16 Stunden wollt ihr denn noch zulabern? Alle. Alle? Was erwartet ihr denn? Der Plan ist, alle 16 Stunden durchzulabern. What do you expect? Wir reden mal mit ihm. Leute, es ist Shenmue. Das müsst ihr einfach verstehen, da müsst ihr dann wirklich einfach woanders hingehen. Wirklich 90% von Shenmue war es Hallo Schwester. Oder vielleicht auch nicht. Doch, doch, die ist noch gut. Die sollte aber aus der Sonne rausgehen. Das ist nicht gut. Vielleicht kann ich dir mal ein bisschen, ihr Ehemann, der ist ja bestimmt gerade nicht da. Do you have a moment? Waiting for my husband. Oh, doch sie will. Doch, doch sie will. Doch, sie will. Also reden. Excuse me. What do you want? I don't like the looks of you. Sorry to bother you. Das ist das Pflaster. Ich trau dir nicht in meinem Weg, aber ist das auch nicht gefährlich? Mach dich das nicht an? Excuse me. What do you want? Don't get all cozy with me. Mein Gott, mein Gott. Okay. Ey, immerhin, sie hat uns gleich rausgefunden. Lass uns nicht einschmeicheln hier. So, ich gehe jetzt zu unserem Freund. Der steht jetzt daneben mit dem Überpropoz. Ach, der guckt auch so lieb und nett. Aber er hat auch so Todesaugen. Aha. Come to apprentice under me, have you? Ja, im Bettessen, oder? Ja, im Bettessen, oder? Oh, nothing. Fear not, for I am the great Suodzha Siong. I can forge a formidable master out of the most hopeless of pupils. You stand before a Chun-Tai-Chi, master. Um, yeah, I'm good. Thanks. Have you seen Mr. Huren? Do I look like I'd know anything about that? English? Right. Come by anytime if you've got any burning questions about the great Chun-Tai-Chi. Will do. Ist das schön? Ich bin der größte Tai-Chi-Meister aller Zeiten. Schon gut. I don't believe you. Also, der Gürtel, ich sag mal so, der Seilgürtel sagt was anderes. Es muss ja ein Statement sein, ne? Es ist definitiv ein Modestatement. Und auch, guck mal, der oberste Knopf, wenn da einer gewesen ist, der geht einfach nicht mehr zu. Die war ja eigentlich gedacht, dass sie auch mal zugehen soll. Ja, ne, sie hatte mal einen Knopf. Kannst du dir vorstellen, dass der Typ sich den ganzen Tag um deine Kinder kümmert? Jetzt mal ernsthaft. Der hat nicht mal ein passendes Oberteil, Alter. Es ist, als ob der innerhalb über Nacht fett geworden ist. So, Entschuldigung. Und dann hinten hier, dieses Gesäß. Endlich, ich darf an Shenmue 3 arbeiten. Was ist meine Aufgabe? Du fängst an... Bauarbeiter-Dekolletés. Da müssen mehr Haare hin. Ich will, dass du Recherche betreibst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Das ist kein Fatshaming. Er existiert nicht. Nee, er existiert nicht. Oh. Uns geht's ums Essen. Ich muss dazu sagen, ich weiß, wenn ich welche Minimatsen hier kommen. Ja, da ist keine Ahnung. Hier steht jetzt nur Hamburger. Ähm, also das ist einer der Schüler von Meister Tai Chi, da drüben. Er sieht aber so ein bisschen aus, also er sagt, es ist alles in Ordnung, aber seine Augen sagen, ihr ruft die Polizei an, oder? Ja, bitte, call the cops. Okay. Also, sie wissen nicht, wo, ähm, die alle... Was sonst kann ich denn jetzt? Wie gesagt, es sind nur zwei Dutzend Leute, die hier leben. Kann nicht so schwer sein. Aber die hier, hallo, was geht? Excuse me. What is it? Have you seen Mr. Yuan? He occasionally came to visit Joe next door, but Joe is likely working right now. Maybe Joe's daughter Lin knows where he is. I see. Also, ähm, ja, der eine ist ja der Vater von Shenhua und sie suchen jetzt ihren Stein, seinen Steinmetzkollegen, der uns... Dann wechselst du die Person gerade mit dem Holzding da? Ja, hallo. Können Sie mir Bescheid sagen? I see. I see. Das ist der... Hier zwei Arme, so ausgestreckt und... Ja, zugegeben, ja. Na gut, wenn das die Arme sind, was ist das dann hier? Seine Technik ist hölzern, aber auf jeden Fall ist er standfest. Äh, ja, nee, natürlich, dass da hinten ist. Okay, der ist nicht da hinten... Aber warte mal, der Typ, da weiß ich noch, den hatte ich in der Demo kurz angesprochen und der ist irgendwie... Der merkt schon, der hat jetzt so Stecherkonkurrenz hier im Dorf. Das ist die Arroganz der Jugend. Ja, das sieht toll aus dem Spiel so. Hey, da. Ja? Kickstarter, ähm, zum Brot. Ja, sie zeichnet jetzt alle Bezahler. Mhm. Du kennst Shenhua? Sie ist mein Freund. Ist sie auch dein Freund? Ja, sie ist. Sag, du kennst ihn, Mr. Yin? Er ist ein Stonemason. Ein Stonemason? Just like mein Vater? Dein Vater ist ein Stonemason as well? Die kennen sich alle. Ja. Das ist ja eine Verschwörung. Die Steinmetze. Kann ich mit ihm sprechen? Aha. Ey, wie die sitzt, macht mich wahnsinnig. Die Knie, das ist doch nicht gesund. Das ist so eine chinesische Tradition, ne? Dann, ähm... Ey, die haben keine Kniegelenke. Genau, da, wo du hingehst in deinem Leben, brauchst du keine Kniegelenke. Die haben da so Squid... So ist das ein bisschen. Gelenk. Da ist Sojasauce dran. In den Kniegelenken. Sie hat uns gesagt, ihr Vater, hier, das ist deren Haus. Übrigens, ich kann schon reingucken. Mein Gott, macht doch mal eure Fenster. Das ist ja furchtbar. Schau es dir doch mal an. Ja. Ich bin mal vor, du bist in deiner Bude und dann kommt da irgendwas dran durchgeschoben. Komm, einfach so ein Finger. Hallo. Ja. Oder Schlimmeres. Belassen wir es meinem Finger. Es ist erst Samstag. Schlimm genug, ja. Ist schon Mittag. Es ist schon Mittag. Ich kann, glaube ich, hier, das haben sie, soweit ich gesehen habe, neu gemacht, da dran klopfen, aber ich kann auch die Zeit voranschreiten lassen, wenn es nötig ist. Also, es gab zwar auch einen zweiten Teil, aber hier gibt es auch ein bisschen Jump. Das hätte ich für heute auch gerne. Klickt 19 Uhr. Kurz eine Uhr drehen, 19 Uhr. Ich kann nach Hause gehen. Ja, okay, du musst bis 19 Uhr warten, okay. Ja, warte mal, da gibt es, was ist das? Achso, Hilfe. Ach, beweg dich und Zielwillen springen. Danke. Okay. Zum Haus von Lynn abbrechen. Ich stehe vor dem Haus von Lynn, oder? Also, ich kann mich richtig quicktraveln lassen anscheinend, gerade wenn ich die richtige Info habe. Das ist doch schön. Ah, jetzt bin ich gequicktravelt. Wie creepy, wie ein Terminator. Der stand ja einfach jetzt 10 Stunden vor der Tür. Den würde ich nicht aufmachen. Aber er ist entschlossen. Weitere 10 Stunden. Ja, denk gerade nach. Nur noch T-7 Stunden. T-6 Stunden. Are you Sarah Connor? Have you seen any sailors? Clock. Mein Freund. Ich mag es. Ich mag das Spiel jetzt schon. Ihr habt nichts gemacht, außer nach Steinmetzen fragen, ey. Wer ist da? Kann ich dich für einen Moment sprechen? Was ist es? Oh, hi, Mister. Sie müssen auch, dass wir die Kinder haben. Er ist mein Freund, Daddy. Einen gleichen Kopf auf dem Körper. Ja. Aber ich weiß ja schon, wie es drin aussieht. Ihr habt durch die Löcher geschaut. Well, geh zu it. Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe dich nicht gesehen. Wenn du nichts wissen, würde ich... Hä? Und du lässt das Kind in den Scherben da rumstehen? Seit Stunden, oder was? Ja, die muss nachher noch aufräumen. Sie muss aufräumen. Es ist mir. Sie haben gefragt, ob ich ein Stonemason war. Also, ich habe gesagt, ja. Und dann haben sie einfach geklappt. Warum Stonemasons? Sie waren definitiv etwas zu suchen. Was sahen sie? Sie waren nicht von hierher. Das ist sicher. Es gab zwei. Sie haben eine Karte mit einem Tattoo auf dem Scherben. Sie waren nicht von hierher. Sie waren nicht von hierher. Sie waren auch von hierher. Sie waren auch von Yuen. Ich weiß nicht. Yuen war in der Quarry, als er ausgesprach. Sie sind schuldig. Es sind schuldig. Rufen sie das Kinderamt. Ich muss hier arbeiten gleich. Ja, sie hofft eigentlich, dass sie uns kümmern. Es ist ganz schön dunkel geworden. Ja, es ist auch dunkel. Das gefällt mir, die Lichtstimmung haben sie echt gut hinbezogen. Ja, oder? Die haben sie, als hätten sie damit angefangen. Wie gesagt, die Szene in der Höhle war schon, ich glaube, dass sie viel auch nachts planen und deswegen das einmal richtig gut gemacht haben. Wahrscheinlich schau dir den Mond auch einmal an. Das ist einfach mal 300 Mal so groß. Aber ist es denn, also es ist so wie immer. In China ist man näher dran. Das meine ich nicht. Das ist einfach Schnittnacht. Es gibt, glaube ich, noch eine Transition, aber wir haben die ja gerade übersprungen. Ja, es gibt eine Transition. Okay, das ist noch beeindruckender eigentlich, dass sie keine Lightmaps haben. mit denen, also nicht so. Ja, also es ist ja gelernt. Eine Lure kannst du schon mal holen. Eine Lure kann ich holen, aber es gibt auch Shenmue 1 Actionfiguren, die man sich... Na okay, aber nur, wenn wir den mit dem Gabelstapler kriegen. Da ist ein Gabelstapler drin, glaube ich. So, es gibt die Lures. Und da, guck mal. Guck mal, ja. Und auch so kleine Amiibos hier. Ja, aber du weißt genauer, wir kriegen am Ende wieder nur, ach, weiß ich nicht. Mein 200 Yuan, die ich hab. Ja, wir kriegen, den Gollum würde ich auch nehmen. So, welchen haben wir? Ja, siehst du? Inesan. Ja, was mir übrigens bei ihr gefällt, kann man das so sehen, sie hat auch den, ähm, äh, Zettel mit dem Taschengeld in der Hand. Ach echt? Ne, siehst du das? Man kann's leider im Moment nicht drehen, aber da... Oh Mann, das war cool, ne? Ja, das ist immer Geld gegeben. Immer schön Taschengeld. Das waren noch Zeiten. 5 Euro am Tag, das war geil. Das hätt ich gerne wieder. Ich mach noch einmal. Und wir haben uns davon immer nur Sachen gekauft. Da haben wir einen kleinen Guisan. Das ist großartig. Jetzt wirst du doch, ne? Na, jetzt will ich aber auch den Gabelstapler haben, sonst reicht es nicht. Ah, sie schon wieder. Jetzt fängt schon an. Ja, jetzt nervt's schon. Komm, noch einmal. Okay, einmal noch. Ah, Nozomi mit den Blumen. Die nehm ich mit, auf jeden Fall. Einer noch. Wie weird, ne? In einem Dorf findest du plötzlich... Ja! Da! Findest du dich selbst auf einem Gabelstapler. Geil! Das kommt davon, wenn du nicht deine Rechte an deinem eigenen Bild hast. Ja, er fragt sich jetzt auch. Also, ich krieg dafür Tantiemen hier? In einem weit entfernten Dorf in China? Dafür war das Taschengeld. Das war das Taschengeld? Das waren die Tantiemen für die... Ach, das waren eigentlich Tantiemen die ganze Zeit. Oh, schau mal da oben hier. So fliegende... Was ist das? Das sind offensichtlich UFOs. Was soll das denn sein? Das sind, glaube ich, von den Fackeln, die hier irgendwo an sind. So ein bisschen Partikel in der Luft. Oder Glühwürmchen. Ne, du hast recht. Partikel, Glühwürmchen oder UFOs. In der Reihenfolge. Auch hier schön... Oh, ist die Fackel schön. Schau das mal an. Die haben das echt gut... Also, ich meine, die Engine ist, wie ihr seht, ja okay, aber nicht unbedingt das Allergeilste. Aber sie haben, finde ich, das Beste rausgeholt. Ist schon in Ordnung. Entweder sieht es so aus, oder ich hätte auch mich mit Dreamcast-Grafik zufrieden gegeben, da wäre ich wahrscheinlich der Einzige. Ja, ich muss sagen, ich würde... Ich meine, du siehst heute wirklich, wie... Das ist halt nicht perfekt. Ja, aber das ist vollkommen in Ordnung. Das ist fantastisch. Da bin ich voll zufrieden. Da würde ich gar nicht... Der Grafik würde ich keine Kritik geben. Sogar hier. Der sieht ein bisschen aus wie so aus, auch in einem Jackie Chan-Film, ne? Hast du da noch eine Matze? Ich habe nur Matzen, Junge. Du, der Alte mit der Brille, du siehst fies aus. Komm her. Steven Chow ist meinerseits der lustigste Asiater, den ich kenne. Alle seine Filme sind geil. Naja. So, warte mal hier. Ich sammle ein bisschen Kräuter. Das war ja auch eine Sache. Man kann jetzt hier Kräuter sammeln und die kombinieren und verkaufen. Du machst also das... Du bist der eigene Weed-Verkäufer hier. Ja, du bist tatsächlich Weed-Verkäufer. So, können wir springen? Nein, ich gehe mal zurück zu Chenois. Oh, ja. Wenn du mit gelber Gesundheit rennst, ist dir das aufgefallen während der... Ach, du hast eine Essensminimals, oder? Nein. Okay. Nur weil ich die Hand auf F2 haffert. Gerade ging es, oh, I have to eat und dann ist gleich... Ich wollte da natürlich nicht reinreden. Das ist eine Sache... Du hast jetzt Energie, die sich verbraucht. Siehst du das auf der linken Seite? Wir haben jetzt 399 von 1200. Wenn wir im Spiel laufen beispielsweise oder kämpfen, dann haben wir Energie, die runtergeht. Wie so ein... Ja, als ob wir mehr Hunger kriegen. Und wir müssen zwischendurch dann essen. Wie zum Beispiel, dass ich mir jetzt, ähm... eine Knoblauchzehe reinhaue und dann noch eine. Auch noch so eine ganze... Und danach, danach erst triffst du dich mit der Frau. Danach erst, ja. Was passiert da? Ich hab keine Ahnung, was das an... God of Cookery. Das ist aber nicht... Das ist nicht God of Cookery. Ähm... Kung Fu Cooking. Das ist, glaub ich, ein anderer Film. Ähm... Doch, ich glaub, es ist God of Cookery. God of Cookery ist mit dem Schau doch, oder ne? Ja, ja, genau. Und das ist der Moment, wo sie diese Suppe... Das ist übrigens ein Hotpot gewesen, den ich sehr empfehlen kann. Und an den musste ich denken, ähm... Als du von der Knoblauchzehe und so... Da kannst du einfach alles reinwerfen. Hotpot. Merkt euch das. Gibt's auch in eurer Stadt. Ach, übrigens, jetzt gibt das Menü. Das kann ich ja mal, äh... Aber ich würd wirklich keine... Also, äh... Es wär schöner, wenn du's wie in Zelda kochen müsstest. Also, wenn du so was wie einen kleinen Gaskocher hättest. Oder du gehst an so einen Straßen und kochst da einfach bei jemand anderem mit. Oder gehst in die Wohnung von ihm und kochst in seiner Küche. Aber wichtig ist, dass du selbst garnierst und kochst. Mhm. Das, äh... Vielleicht kommt das ja noch. Also, wenn man schon Kräuter sammeln und, ähm... Kombinieren kann, vielleicht kannst du ja auch mal ne Banane mit, äh... Na Kiwi kreuzen. Du kannst. Für so'n kleinen... Für so'n kleinen Schneck. Ein kleiner Schnack. I'm back. Die opfern heute diese Ziege. Habt ihr irgendwas neu gelernt, Ryo? Nicht über deinen Vater. Nein. Ich sehe. Ah, jetzt hat sie es auf von ihm. Es ist super... Ich sehe, dass die Thugs... ...invaded Mr. Joe's Home, though. Joe? Du meinst Ling's Haus? Sie müssen meinen Vater, dann. Wir sollten nicht zum Schluss kommen. Ich gehe mit dir morgen. Was? Ich kann nicht stoppen, zu denken, über diese Thugs. Ich will mehr wissen. Okay, dann. Wir gehen zusammen. Gut. Das kann ich im Moment noch raus, weil wir waren ja gerade beim Shenmue-Baum, ne? Und den in... Oh, da ist er. Der titelgebende Shenmue-Baum. Nice, ne? Mit Schaukel und allem drum und dran. Oh, das ist ne Badzeit. Oh, ich hab immer mal Brot zu mir mitnehmen. Das ist sicher wichtig. Nimm sie dir. Alles hier. Geist dir raus. Genau, es gehört dir. Das ist Lakritze, wie wir sie gerade gefunden haben. Ein Strauch Lakritze. Ich wusste nicht mal, dass Lakritze so ein Strauch ist. Anscheinend ist alles... Ja, wobei, ja, irgendwie. Aber es ist ja so ein... Auf jeden Fall krass. Surprise! Ich guck ins Fenster rein. Ja, die sind halt sehr offen. Guck mal, eine Matroschka hinten. Echt? Ja, es ist... Wo war sie? Ach, da. Ist das nicht... Ist das was... Also, ja, ich meine, eigentlich was Russisches. Wundert mich, dass die etwas aus einem anderen Land bei sich... Vielleicht auch das Acid-Pack. Das kann es auch sein. Klappt sie, die haben wirklich ein Acid-Pack? Ich meine, wir sagen das so witzig, aber es kann ja auch gut sein, oder? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gewisse Elemente schonen, die natürlich angepasst wurden. Aber vielleicht hat das auch ganz gut reingepasst gerade, ne? Du musst ja nicht immer noch eine Schaufel von neuem finden. I shouldn't go in without permission. Ich hab doch die ganze Zeit gerade reingeguckt. Na gut, jemand sagt zu Recht gerade hier, The Readaholic, Russland gleich Asien zum Großteil. Also, zumindest... Ja, stimmt das, ja. Man kann damit sagen, man kann sich gut vorstellen, dass sich das so übertragen hat. Dass das untereinander gereist wurde. Oh, ups, was jetzt passiert? Ah, Schuhe ausziehen. Hier erst? Ich dachte, ich bin Schuhe ausziehen. Eigentlich direkt an der Eingangstür. Hier ist anscheinend überall Eingangstür. Und dieser Übergang war jetzt nur, damit ich mir die Schuhe ausziehe vor... Ja. Wohl nicht draußen, sondern hier ist der Türeingang. Für mich ist sehr wichtig zu sehen, was sich hier befindet. Kannst du nämlich auch immer noch machen. Machen wir mal eine Schublade auf. Eine Bürste drin. Vier. Sogar mehr. Und ein Rasiermesser. Genau. Ja, machen wir wieder zu. Was haben wir hier? So geht das jetzt die nächsten acht Stunden weiter. Schublade auf. Was sind das da? Was sind das für rote Dinger? Ich hätte gedacht, das ist Rasier... Ach nee, Stempel? Stempel? Nein, das sind die Halterungen für diese Rauchstäbchen. Ah. Kannst du die reinsteckst du da so hin und die Rauchstäbchen rein? Alles klar. Stimmt. Ich hätte gedacht, das wären irgendwie nochmal so was... Zeremonielle Stempel oder so. Oder eine Flöte. Oh, das ist die Flöte von Picard. Das ist genau. Weißt du, als er dieses ganze Leben gelebt hat. Während er nur irgendwie 20 Minuten... Du bist mir ja bewusstlos. Eine der besten Folgen. Ja. Sechste Staffel. Und ab da hat er die Flöte ja auch immer wieder mal. Genau. Und ab da ist er Musiker. Hat er nicht die auch mal in einem der Filme gespielt oder so? Ich glaube ja. Dann später. Was ich nicht nachträglich beeindruckt habe. Das finde ich sehr gut. Ja, das zeigt, dass die... Danke für das Close-Up für die Schuhe. Dass es noch dann Relevanz hat. Gefällt mir auch übrigens, dass Rio keine Markenschuhe trägt. Sondern das sind so auch die Discounter-Knock-Offs. Ja, er hat kein Geld und er reist schon lange. Ich wette, die Schuhe hat er mittlerweile 20 Mal gewechselt. Aber er kauft immer dasselbe Modell. Aber ja. Ich trage nur Original-Abitas. Das Geld geht in die Lederjacke, würde ich sagen. Stimmt. Und die Haare. Die Ponade. Die Pomade. Die Pomade. Vielleicht nimmt er auch Panade. Ich weiß es nicht. Ich habe mir gedacht, die Thugs, die zu Leings Haus waren. Und? Ich glaube nicht, es war eine Coincidence. Ich bin mit dir. Sie sollten einen Grund gehabt haben. Lass uns mit den Villager zusammen sprechen. Okay. Ich will mir einige Fragen von mir selbst fragen. Das wir so auf jeden Fall machen. Sie ist auch aber gut dabei. Wir sind doch nur zu zweit hier, oder? Nimm dir mal einen Hauch und Suppe. Oh Gott, Alter. Wie Hunger ich habe. Das riecht gut. Ah ja. Und das, genau. Das fand ich fantastisch. Also, diese Gurke ist wirklich richtig zäh. Das ist so hauchdünn, dass du das nicht sehen kannst. Du siehst es nicht, ne? Eigentlich hat sie jetzt 8 Millionen Scheiben geschnitten. Ja, das ist so fein, dass ich auf einer Mikro-Skala schon nicht mehr erkennt. Also, sie kocht auf jeden Fall für sehr viele Leute hier gerade. Was ist hier? Oh, hier ist schon wieder draußen. Okay. Aber ich nehme nochmal ein Stück Lakritze. Das ist Lakritze, kann ja auch alles anders sein. Kann ja was anderes sein, ja. Nee, ist Lakritz. Eindeutig Lakritz. Ist eindeutig Lakritz. Das, wie das aussieht. Sind es dann die Blätter? Wer von euch kennt sich mit Lakritze aus und kann mal kurz bestätigen oder verneinen? Ist es eine Frucht an diesem Strauch oder sind es die Blätter? Das interessiert mich einfach. Ich hätte fast gedacht, die Blätter, aber das wissen natürlich unsere Lakritz-Spiele. Aber du kennst auch diese langen, gekräuselten Lakritz-Stangen, die man so in einem Gefäß kaufen kann. Hier, genau. Kräutersets könnten wir jetzt zusammenstellen. Wir haben sehr viel Lakritze, aber nichts von den anderen Sachen wie eine dreiblättrige Orange. Und die können wir dann verkaufen. Oh, machen wir mal. Oh, Kapsel-Sets. Moment. Also. Zeig mir den Stapler. Hallo? Wo ist er? Da ist er. Nee. Schön gemacht haben sie den. Wurzel, sagen wir. Eine Wurzel ist es. Das ist interessant. Danke. Eine gute Wurzel. Und die Zunge hat er auch noch so. Na ja, ich überhole euch gleich alle. Zack. Oh. Übrigens auch eine schöne Sache. Er hat alle Items aus den letzten Spielen noch im Inventar. Wenn du da guckst. Gäbe es eine Möglichkeit, einen alten Save zu benutzen? Diese Idee, dass du das weiter... Okay, es ist quasi ein Reset, aber sie haben daran gedacht. Sie haben natürlich, weil die Geschichte direkt weitergeht, dann kann ich mir die Fotos hier angucken. Von wann war das denn? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, jetzt hier mit Nozomi und zwei Flöten-Otos. Aber das kenne ich noch. Moment, wo ist es denn? Da. Guck mal. Da haben wir das Foto genommen, wo sie auch näher dran ist. Oh Mann, ey. Die beiden, ne? Ich hoffe wirklich, dass die irgendwie nochmal zusammenfinden. Weil er muss ja gereift und er muss wirklich gereift zurückkommen und sie als erstes küssen, wenn sie es sehen. Er muss sie direkt nehmen und klar machen, ey Nozomi-Mann, die haben uns zusammen programmiert. Wir sind offensichtlich füreinander bestimmt schnubblblblbl. Guck dir mal diese Lippenphysik an. Und dann blablabla. Richtig Arbeit. Nicht so draufgeschaufelt, sondern richtig so. Du musst sehen, dass da jemand eine Woche lang an diesem Zungenkuss. Ich will die Zunge im Mund der anderen. Verstehst du euch mal? Ich will damit, dass der gereift zurückkommt und dieser Kuss alles besiegelt. Ich würde es beiden wünschen. Wahrscheinlich zeigt ihr ihr aber das Foto mit Joy deiner Mädchen. Das ist direkt das Nächste. Guck mal, wen ich kennengelernt habe. Ja, guck mal. Do you know this person? Ja. Und auch übrigens, die Kung-Fu-Lehrerin war auch eine sexy Dame. Ja, und dann haben sie sich in mich verschossen. Welche Leute hast du denn kennengelernt auf deiner Reise? Und dann zeigt ihr all diese Fotos. Kann doch mal schief gehen. In der Version, die wir haben, ist auch noch eine militärische Jacke zum Anziehen, glaube ich. Also wir können uns auch umziehen hier. Das ist aber neu. Das ist neu, genau. Denn man kann, glaube ich, Kleidung im Spiel finden, als auch welche, die dann für Pre-Order und anderer Klumpquatsch da gewesen ist. Ähm, okay, ja, ich glaube, wir können schlafen gehen. Speichern können wir auch mal. Habt ein bisschen nicht gemacht. Das Spiel wird auf jeden Fall abstürzen, da bin ich mir sicher. Ja. Soll ich erstmal noch weiterspielen, oder? Ach, ich habe noch nicht mal bemerkt, dass ich nicht spiele. Kannst du ja gerne. Ich würde auch nichts anders machen, Gregor. Sonst, wir zocken einfach so weiter. Wir holen uns nachher was zu essen und danach tauschen wir vielleicht hier. Gucken wir mal. Ja, wie du meinst. Mir egal. Also nur spiele ich morgen. Also wir kämpfen. Mir ist das nicht so wichtig, dass ich das pettener Anteil bei dem Spiel, muss ich sagen. Macht's nicht so einen großen Unterschied tatsächlich bei dem Game. Naja, wir spielen ja eh zusammen und einer muss ja hier ein bisschen, ähm, was mach ich eigentlich? Ja, genau. Einer muss ja die Minimatzen und den Chat im Auge behalten. Ja, müssen organisieren, ja. Für so tolle Lebensweisheiten wie das zu machen. Alles wegen deiner blöden Winkerei. Jetzt rinzt er auch noch wie ein Honigkuchen. Du hast ja eine Suppe eingebrockt, die du gar nicht auslöffeln kannst, weil du nämlich gar keinen Löffel hast. Und weißt du, warum du keinen Löffel hast? Weil die Löffel nicht abgewaschen sind, weil deine Mama weg ist. Jetzt siehst du, warum es besser ist, immer eine Mama im Haus zu haben. Weil man dann nämlich einen Löffel hat. Eindeutig. Ich kann gegen diese Löffel-Argumentation nicht sowas entgegensetzen. Die Mama im Haus erspart den fehlenden Löffel. Und upside down. Ey, Mad Mission, ich würd mir gern die Rechte für Rocket Beans an Mad Mission. Ich würd 20.000 würd ich dafür bezahlen. Dann läuft der halt auch jeden Tag. Oh. Ein Jahr. Nimm auch die anderen beiden. Naja, die kosten dann ja auch 40 für alle. Es gibt, auf YouTube sind ja etliche deutsche Kanäle, die die frei streamen dürfen. Warum dürfen die das? Naja, die haben wahrscheinlich die Rechte dran gekauft. Nur ich glaube nicht, dass die so teuer sein müssen, wenn da so viele Servers sind, wo du's legal streamen kannst. Ja? Da würd ich gerne nachfragen, weil Mad Mission 1, 2, 3 sind die besten Filme ever. Kannst du mir die Zukunft aus der Hand lesen? Nicht mal aus dem Fuß. Wow! Fantastisch. Ich liebe es. Nicht mal aus dem Fuß. Ey, ich werd rauskriegen, wo ich die Rechte. Wie viel ich dafür zahlen muss. Portemonnaie, Chapeau, klack. Gibt's hier auch noch Französisch-Training aus Mad Mission? Wahrscheinlich, ne? Natürlich, natürlich. Je brie de Camembert. Sie sind davon. Non, Sam konnte nicht kommen, Portemonnaie. Wollen wir uns nicht machen, betwem? As liez-vous Camembert. Sie klingen so Französisch. Schlapp-la-mue. Sie klingen so Französisch, ja. Cody Jack. Cody Jack ist mein Vorbild. Oh, ich liebe es, ja. Es ist ohne Scheiß, Cody Jack war der Allerbeste. Ja. Ja, du hier? Let's go. Ja. Auch die Musik, schön Shenmue alles, ne? Also, jetzt läuft sie wieder weg. Machen wir kurz an den Baum gucken. Das ist schön. Für sie ist das alles schon normal. Ich meine, wenn du hier aufwächst, wie kannst du, ah, wie kannst du das, wie kannst du hassen mich, also? Der Quarry könnte ein sein. Entschuldigung? Der Quarry, es ist eine spezielle, die ich selbst nicht inzunehmen kann. Ah. Also, dein Haus, ist da, um es zu schützen? Ich verstehe. Ja, ich glaube so. Vater hat mir nichts über das, doch. Ich verstehe. Ich verstehe. Do you know what the dragon and phoenix in the quarry were for? No, I don't. But your father carved them, right? Yes, he must have. He wasn't alone, though. What do you mean by that? They must have taken generations to complete. So, you think your grandfather worked on them, too? Yes, possibly even further back than that. Have you heard any stories about them? Not a single one. My father always said he'd tell me when I got older. Then, how do you know it has so much history? Well, everyone in the village has history. The villagers? Yes. Generations of stonemasons, hunters, and farmers have all lived here. The same goes for the cattle wranglers. They've been here for ages. Oh, yeah? That's just how things work here. Okay. Yeah, just a little bit under the orange trees. Or what is that? No. Just a little orange trees, not orange trees. You know what? I find it wunderschön. I'd like to drink with you. Wohnwagen direkt hier so qualmend und pustend irgendwo anhalten. Ich brauche so eine eine Wand, wo ein Fenster drin ist, damit ich hier rausgucken kann. Das ist alles, was ich benötige. Ich würde einfach eine Hängematte aufhängen. Hängematte und daneben weiß ich nicht halt ein Safe für mein Hab und Gut und fertig. General, ich bin hier. Wollen wir nicht einfach da bleiben? Ich meine, was wollten wir überhaupt? Irgendwas mit Vater rächen? Ja, ich meine, wenn er jetzt gerade nicht hier ist, das heißt, ein Bett ist frei, oder? Es hört nicht auf hier. Oh, ja, warte mal. Ganz am Ende ist eine Blume. Du hast absolut recht. Ganz am Ende ist eine Blume. Alter, und die pflücken wir jetzt? Das ist eigentlich irgendwie furchtbar. Das ist aber eine Pfingstrose, die muss gepflückt werden. Können wir die denn schon zu was kombinieren? Nein, ich glaube nicht. Keine Kräutersätze im Moment. Aber die ist bestimmt sehr, sehr wertvoll. Wer macht sich denn schon die Mühe hier, um die Ecke drum herum zu laufen? Oh, da, guck mal, da unten. Da geht's ab. Da geht's ab. Guck mal. Dojo, nimm mal rein. Ja, ich akzeptiere das. Ich akzeptiere es. Ich akzeptiere Ihre Wortspiele. Naja. Dr. Kretschmer. Den ganzen Weg zurücklaufen. Na gut, ich hab's mir selbst eingebrockt. Ich hab es selbst gemacht. So, zum Glück steht das auch auf Englisch hier. Verdant Bridge für die Grüne Brücke. Ach, vielleicht, oh, Langshishan und das Reisfeld, wo wir hergekommen sind. Oh, kann ich direkt zu denen hinein. Guess I'll go after Shenhua. Ah, okay, daneben nicht. Ich wollte nur mal kurz machen. Oh, ne Blume. Das war sehr attraktiv in dieser, in dieser Kreis hier ist. Da nehm ich doch immer. Ist das Lakritze? Ja. Aber, das ist umso lustiger, wenn uns der Chat doch gerade gesagt hat, dass die Wurzler ja quasi die ganze Zeit. Guck mal, wie viele Lakritze ich gesammelt hab. Also, du machst so eine Erdnuss aus und wirfst die Nuss weg. Ich hab Erdnüsse. Lass uns kämpfen, Rio. Das ist ein Supermarkt, natürlich ist das ein Dojo. Das ist Marshall Hall. Es hat hier seit Jahren gelehrt. Marshall Hall? Long ago, many great martial artists traveled here, from all over the world. But no one comes here nowadays. Is that so? Rio, you should come here to practice. when you have time. Is that okay? Of course. Our doors are open to everyone that comes here looking to master the martial arts. Are you a new trainee? Sorry. Ich steh nur hier. Hmm, you're Japanese. I am. The people of Bailu village have trained here for centuries. It has history. Did you say centuries? You would do well to train here if you have lost sight of the path. Was soll das jetzt heißen? You can polish your techniques. So, you let me train here? Das hast du jetzt schon dreimal gefragt? Mhm. I'll let you prove yourself by fighting the monks here. I'll let you poop yourself. I'll let you poop yourself. Wir sind doch gerade von dem Kampf gegen Donnyu aus Teil 2, den großen Fettsack, dann weggekommen und haben die halbe chinesische Mafia kaputt gehauen. Ja, davon hat er nichts gehört offensichtlich. Ja, wir wahrscheinlich auch nicht. So, jetzt wird's trainiert. Jetzt wird's trainiert. Genau so, genau so wird es passieren. Er hat gerade gesagt, dass es kitzelt. Man soll hier einfach nur auf die Knöpfe erstmal drücken. Viel kannst du gar nicht machen. Ja, viel kannst du nicht wirklich machen. Du kannst so ausweichen hier. Und du hast Kombos, glaube ich, die du dir noch auf gewisse Buttons legen kannst später. Aber so dieses klassische Weglaufen wie vorher, das, glaube ich, geht nicht mehr. Oh, okay. Schön ins Gemächt. Was sagst du? Willst du uns mit uns joinen? Ja, absolut. Warum? Sehr gut. Was ist dein Name? Yo, Hazuki. I shall have a name tag prepared for you. You will start from the lowest rank. Rank? Yes. You must fight and defeat someone above your rank in order to move up. You must train day in and day out to improve your Kung Fu. Mal gucken, ob es wirklich so lang dauert. Oder ob will ich vielleicht einfach jetzt direkt den ersten Kampf und den zweiten und den dritten gewinnen. Ja, ich glaube, das können wir... Oh! Wir wollen jetzt aber kämpfen. Ich will jetzt nicht. Ich will jetzt... Achtung, ich will Schlag im Bauch. Alter, Verschönheit. Na los, hau rein. Was machst du beruflich? Ich bin Bäuerin. Und wir gehen tatsächlich mit der Bäuerin jetzt entlang. Ja, ey, wenn du uns schon hier den zarten Nektar der Fressenklopperei uns zeigst und uns nicht davon nippen lässt. Genau, den zarten Nektar der Fressenklopperei. Ja, ich darf ihn abends immer Onkel nennen. Und an dieser Stelle hat er gemerkt, ich muss essen. Hier ist eine hohe Kartoffel. So, die ersten haben unsere IC-Drink-Challenge bereits akzeptiert und sind eingeliefert worden in den Notdienst. Ja, habt ihr schon... Nachmittags Notdienst. Die Nachmittagskurzen schon alle ausgepackt. Ich glaube, dass viele Leute... Lasst uns vielmehr einfach laufen, wenn ihr zwischendurch das Bewusstsein verliert. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ihr ausgenüchtert habt, so gegen sieben. Das ist ja so ein bisschen... Der Klick ist wichtig, ne? Der ist uns schon sehr wichtig. Lasst den auf jeden Fall... Oh, auf jeden Fall mal ran. Ja, und wir haben noch nichts gemacht, aber dadurch, dass wir gelaufen sind, siehst du, ne? Und die Hälfte unserer Energie ist schon weg. Ja, Laufen ist ja auch ganz... Das heißt, also ich kann auch nochmal hier... Oh, geil. Die ist süß und saftig. Ich hab vier Birnen gerade gegessen, fünf. Die alten Griechen wussten das schon zu schätzen. Die Birne? Stand das da? Die alten Griechen. Das stand nicht da. Das stand wirklich da. Das stand nicht da. Glaubst du es mir nicht? Dann guckst du dir ran, da ist die Birne. Ich hab's schon geglaubt, aber ich wollte mir nicht glauben, dass ich's glauben kann. Dass es die Birne schon in Griechenland gab. Ja, die sowieso. Also, wir haben Birnen erfunden und Homoerotik. Ja, und ein bisschen Demokratie, aber das ist nur, weil wir gerade Birne und Demokratie... Ich frage mich gerade, ob wir Homoerotik und Birnen, ob das parallel passiert ist irgendwie. Ich sehe parallel. Ja, parallel. Parallel. Ist es passiert. Ja, senkt davon ab, ne? Da ist nochmal die Birne im Close-up für euch. Ja, ist eine gute Birne. Ja, und wenn du zwei davon aneinander packst... Ach, jetzt wem mag ich weg, die hat diese Hautkrankheit. Vitiligo meinst du, ja? Vitiligo, genau. Eine Birne mit Vitiligo. Ich ess sie trotzdem. Also, ich bin da nicht... Mir ist es egal. Ja, das ist in Ordnung. Ja, es ist ja nur die Birne, die dann leidet. Nicht mehr. So, das ist der Laden von Onkel Tao. Nicht verwandt, nicht verschwägert, aber er sagt allen kleinen Mädchen, die sollen den Onkel nennen. Er ist berühmt dafür. Das haben wir doch schon, wir haben die ganze Taschen voll. Papa hat die Taschen voll mit dem Lakritze. Es ist licorice. Du kannst mit ihnen chinesische Medizin machen. Also, du kannst das in Medizin, hm? Nicht nur das. Es sind viele Herben, die in Bailu growen. Wo werden sie growen? Sie sind überall im Ort. Aber du musst sie wirklich nachdenken. Oh, wirklich? There should be special maps at Onkel Tows shop. Someone actually made maps? Ja, das frag ich mich auch. Yes, if you find enough to make some medicine, Onkel Tao will buy them from you. Okay, I'll have to keep that in mind. Also, der Laden hat Krautkarten. Ich nehm die ja trotzdem. Also, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das ganze Krautthema so spannend finde. Ich meine, es passt, weil man viel in der Umwelt... Und wahrscheinlich wird auch mal jemand krank und man braucht mal einen Powertrank oder so. Es ist schon okay, aber ich finde es so langweilig. Ich will auf Bäume einprügeln. Ich will ein Reh das Gehirn aus dem Ohr schlagen, weil es vielleicht sein muss oder so. Aber jetzt sammeln, Kräuter sammeln. Was kommt als nächstes? Kochen? Ja, keine Ahnung, ob es dann noch andere Jobs oder so gibt, um Geld zu verdienen. Vielleicht ist das deren Alternative, weil du nicht mehr Kisten schleppen oder Schlapler fahren kannst. Wir brauchen andere langweilige Dinge. Unsere Geschichte trägt nicht. Na gut, aber es ist nice. Ja, Beilu hat zwei Kräuterkarten. Eine hat nicht gereicht. Und, also hast du schon mal einen Stand gesehen mit Free Herb Map? Free Herbs, ja, habe ich schon gesehen. Free Herbs habe ich schon gesehen. Weißt du, woher mich das erinnert? Und der Laden hier, die Tankstelle bei Resident Evil 2, da gibt es nämlich Herb Ice in der Truhe. Da gibt es Green Herb Ice, kannst du dir da holen. Nichts darf man ohne die Frau. Aber die Kräuterkarte durfte ich immerhin holen. Ist hier schon wieder der Mann so langsam. So, was wirst du mir jetzt sagen, Schengrois? Ich würde gerne wissen, was die talle tower, just past die Village Square? Ah, ja, das ist die Belltower. Was ist es für? Wir ringen die bellen wenn es ein Feuer in den mountains ist, oder wenn etwas dangerous ist encroaching auf die Village. Ist das warum es so tall? Precisely. Es ist auch ein hilfreiches Landmark, weil du es von irgendwoher in der Village sehen kannst. Das ist handig. Also kannst du deinen Weg zurück in die Square finden, wenn du für die Belltower gehst. Das ist richtig. Ich muss das in der Augenzeichen halten. Gut, wenn wir nicht wissen, wo wir sind, einfach hier hochklettern. Da kannst du runtergucken. So, und all diese Gespräche jetzt nur, weil wir noch weiter nach deinem Faller fragen, oder? Hast du was mir zu sagen? Nee, nicht wirklich, ne? Ihre Augen sind aber irgendwie gut. Ja, die haben sie auf jeden Fall, die beiden sehen besser aus als noch in den ersten Trailern. Also jetzt kann man sie wenigstens einigermaßen ernst nehmen. Sagen wir es mal so. Ja, direkt durch. Da bin ich. Alter. Das war jetzt auch ein Closer. Wenn man zu den Ohren zählen. Ob ich da richtig nah reinkomme. Noch ein bisschen. Das ist schon ziemlich gut. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Oh, Gregor, ja, komm. Ja, boah, ey, man sieht halt durch alles. Oh, ich will in die Pori hinein. Mein Gott, seine Augen, sie durchdringen mich. Noch mehr. Nee, mehr, Gregor. Oh. Bis dahin. Und danke für alle, die gerade erst eingeschaltet haben. Shenmue 3 Wochenende. Spiele mit Bart. Sollte man vielleicht immer dazu sein. Nur um sicher zu gehen. Spiele mit Bartisch. Ja, nennen wir es so. Shushushion. Mein Freund. Excuse me. Er muss uns mal ein bisschen was beitragen. Oh, hey, kid. What do you want? Have you come to apprentice under me? Klar. Oh, nothing. You're a beginner, right? You have a name? Dyo Hazuki. Well, Ryo. It's your lucky day. Fear not, for I am the great Suzha-Shyong. I can forge a formidable master out of the most hopeless of pupils. You stand before a Chun-Tai-Chi-Master. Hast du mir das nicht gestern schon gesagt? Yeah, I'm good. Thanks. What? You don't think I've got what it takes? That's not what I... Then let me show you what I've got. Fight me. Right now. Oh, man. Look, I'm not opposed, but... It's too late now, Ryo. It was Ryo, right? Oh, darf ich jetzt? Aber das ist so ein typisches Asia-Trope, dass immer die, wo du es nicht erwartest, sind eigentlich die krassen Master. Ah, ja, ja. Der macht jetzt hier... Der macht jetzt hier richtig... Gotcha. Und der hat auch keine Energieleiste. So, was ich machen kann, ist hier auch noch... Ah, ich glaub, das gilt als Training jetzt hier gerade, ne? Du siehst unten die Kompos, wie sie eingetrendet sind. Und die kann ich mit L und R durchschalten. Damit ich sie mal üben kann und der ich sie hier ausführe. Also, das haben sie ganz nett gemacht. Besser als im ersten Teil. Und der Schmack. Und der Schmack. Und der Schmack. Zack. Ja, mein Freund. Einfach mal prüfen. Dieser Drunk-Master-Style ist ja nur dadurch gekommen, dass Meister irgendwie gesagt haben, komm, ich will aber auch den ganzen Tag getroffen sein. Also erfinde ich einfach im Stil. Oder was ist das? Ich kenne mich natürlich nicht mit den Wurzeln da aus, aber ich würde... Ich kenne sogar die Original-Wurzeln. Das sind sie nicht. Nein, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen, einfach so eine Art Grundpegel, den die immer gehabt haben. Und dann hat irgendjemand gesagt, hey, warum sollst du denn so viel? Ich brauche das für die Arbeit. Dann zeig doch mal. Übermorgen zeige ich euch das. Und dann hat er geübt. Dann hat er ihn entwickelt. Damit du nur positiv dann wieder was zurückbekommst. Ich habe jetzt hier meine Eingriffsstärke und mein Kofu erhöht, dass ich auch natürlich durch Ausdauertraining hier noch machen kann. Der hat gegen andere Drunken Master gekämpft. Du kennst dich aber richtig gut. Ja, klar, das ist geil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie ansatzweise mal geklappt hat. Die flüssigen... Meine Mama an, kommt uns ist raus davon. Okay, Hans. Hilfe, Vater, hilf! Hilfe! Was ist? Nein, ich lasse mir Vater mal ran. Tut mir leid. Entschuldige. Ich habe ihn abgebrochen. Hier war eine Zwischensequenz, die war aber langweilig. Und hier weiß ich ja nun mal nicht, wie lang es ist. Aber bei 20 Sekunden hätte ich mir was denken müssen. Die Minimazzen werden wir noch verbessern für nächstes Mal. Aber schon mal vielen Dank für Wirth und so. Die sind von Wirth für uns? Oder hat er die für uns rausgesucht? Ja, also er hatte noch ein bisschen was auf Blei gesagt. Hast du was so ein bisschen asiatisch? Kampfsport, Essen und so weiter. Und er hat uns noch mal ein paar Sachen rausgesucht. Aber da großen Dank nochmal dafür. Haben wir sowas wie ein Hashtag? Jetzt kurz bevor wir weitergehen und wieder irgendeine Cutscene kommt, über die wir drüber labern. Haben wir sowas wie ein Hashtag, wo ihr uns mal für morgen quasi YouTube-Links schicken könnt? Wo wir eventuell uns noch was raussuchen können? Das wäre eine gute Idee. Wenn du irgendwas hast. Hashtag SMB, Hashtag Shenmue oder so. Ich weiß nicht, was dann am... Was wollen wir nehmen? Hashtag SMB. Ja, warum eigentlich nicht? Hashtag SMB. Ich werde erstmal gucken, ob das keine Sexpraktik ist. Okay, Latest. Was haben wir denn hier? Hashtag SMB. Das ist ja interessant. Business Savings. Ja. CTO. Online Britain Customer Success Team. Wann sind die 48 Minuten? Naja, es ist schon... Oh Mann, okay, nee, also. Wir machen... Überleg dir das mal. Wir haben ja noch ein paar Stunden Zeit. Okay, macht einfach Hashtag Shenmue 3. Nee, ist auch blöd. Okay, wir denken uns was aus. Wir denken uns was aus, ja. So eine Kacke. Jetzt finden wir nicht mal ein Hashtag. Aber was ich damit sagen will, dass ihr könnt ihr auch vielleicht uns mal anschreiben auf Twitter mit geilen Minimatz. Das geht auch. Gebt ihr uns. Wir werden die auf jeden Fall versuchen einzubauen. Es gibt ja so viel. Er sucht nach einem Parkplatz da oben. Er hat noch nicht den richtigen gefunden. Zack, zack, zack. So, ähm, wonach fragen wir nochmal? Wir haben Sparring gemacht. Ja. Und, äh, da gab's ein Match. Aber haben wir denn, also, müssen wir nicht eigentlich noch ins Hoch kämpfen bei der einen Liga? Oder ist das optional? Ja, ich glaub, das kommt alles erst später. Was ist mit dir hier, mein Freund? Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, Alter. Oh, was haben wir hier? Sieht, wie ein junger Mann. Diese Gesichter. Er sieht aus, als ob irgendwie eine Birne ganz alt geworden ist, oder? So ein bisschen, I don't know. There's always something interesting coming in from the Lijiang River. Ja, was, ja. Huh? First a tree, then a goat. I wonder what's going to show up next. Hey. Mr. Jiang, there's something we'd like to ask you. Figen! If it isn't Shenhua. Have you seen the thugs that came to the village recently? Thugs, eh? Well, now that you mention it, I did see a group of shifty-looking strangers. They barged in at night and gave me their evil eye. What did they want? Who knows? They quickly left without saying anything. I see. Thank you, Mr. Jiang. All das hat null Info rausgegeben, außer die haben mir das böse Auge gegeben hier, dem bösen Blick. Ja, aber jetzt weißt du halt, dass sie hier auch durchgekommen sind und dass sie allen aufgefallen sind und die werden noch wichtig. Oh, ich kaufe hier. Genau, kaufe mal ein bisschen irgendwie so ein, irgendwas zum Essen, zum Mitnehmen. Okay, ich will mal rote Paprika. Ist denn das Gewicht wichtig? Oder, nee, nur Lebenspunkte. Nee, Gewicht nicht, nur die Lebenspunkte. Okay, aber okay, eine Paprika kostet zwei. Juan, wie viel habe ich? Ach so, zehn, zwölf. Ah, ich habe 150. Sie ist einfach, alles in Paprika, mal zehn. Geben Sie mir alle Paprika, die Sie haben. Ich habe, ich habe die Börsenkurse immer im Auge, ja? Investieren Sie alle meine Devisen in Paprika. Paprika, Paprika, abstoßen. Sofort. Und dann, nein, rote Paprika meine ich natürlich nicht grünen. Nicht die grünen. Ihr Volltrottel, jetzt sind wir ruiniert. Ich nehme noch fünf Auberginen mit. So. Kling. Wir müssen von vorne anfangen. Wir müssen wieder von, wir müssen alles wieder von vorne. Oh, und ich habe was gekauft und ein Achievement geholt. Das ist doch nice. Kleiner Kunde. Äh, wenn du mit gelber Gesundheit rennst, singst sie schnell und du kannst nicht mehr rennen. Ist etwas. Brauche ich schon was zu essen? Ja, ne? Ich nehme mal, wie viel, wie viel gibt mir denn eine Paprika wieder? 60. Boah, das ist, ja stimmt, das steht ja, ne? Gut, dass ich eine Paprika... Ah ja, da muss aber auch wirklich stimmen. Da hat er permanent so ein Gemüsebag dabei, wo einfach die ganze Zeit... Was? Hat er den Strunk auch mitgegessen, oder? Wahrscheinlich, ne? Das ist ja das Nahhaft. Das ist der Nahhaft. Genau, der Strunk. Wie hast du ihn dann? Der Strunk. Das finde ich sehr gut. Das ist sehr nahhaft, das ist ein Teil. Der gute Strunk. Äh, ja. Ein Brunnen? Wohnt da jemand? Achso, ich spreche das Mädchen da, nicht dem Brunnen. Oh, hi, Xinhua. Warst du heute eine gute Mädchen? Natürlich. Wer ist er, Xinhua? Das ist Lio. Er ist ein Freund von mir. Sie sehen, dass du die Thugs, die zum Brunnen kamen? Mei-Ling, kamen einige schreckliche Leute bei dir? Ich weiß nicht, wer es war, aber jemand war letzte Nacht. Das war ich, oder? Letzte Nacht war ich nämlich hier. Wir standen die ganze Zeit vor der Hütte, ja. Für sieben Stunden. Die guckt uns deswegen auch so an. Kannst du mir mehr erzählen? Ich hörte ein Mann's voice, yelling. Er war wirklich laut. Ich hatte Angst, also ich unter den Covers. Nachmittag, ich fragte mein Mann und Vater, was passiert. Aber sie sagten ein Kind wie ich nicht muss, was es geht. Hmm, okay. Maybe if you two ask mom, she'll tell you. Thanks a lot, Mei-Ling. Lio, let's go talk to Wang Wen. Okay. Hier reden wir mit Wang Wang. Wer war Wang Wang? Das wird doch sicher... Mit ihrer Mutter... Ach, Mutter Wang Wang reden. Okay, die sieht aus... Wie eine Frau. Ist das eine junge Mutter, oder? Ach nee, das ist Mao Yui Fang. Der Name steht sogar dabei. Oh, das ist sehr hilfreich. Das ist ganz hilfreich. Aber ich glaub, die hat was für uns über. Excuse me. You're not from around here, are you? Ja, du weißt, was man über Fremde sagt, no? This is a friend of mine. Um. Is that right? Mm-mm. Either. Is Wang Wen around? There's something I'd like to ask Wang Wen. She's not around? I was just talking to her. I see. She said something about going shopping, so maybe she already left for Tauget. Got it. Thanks. Das ist schon immer die Haare leiten ihn eigentlich. Die Haare sind der echte Boss. Das ist ja wirklich. Wirklich sehr gut. Ja, sie ist dann also bei Onkel Tau beim Einkaufen, aber ich hab jetzt hier schon mal bei ihr... Hier, ich bin Rio, ich bin fremd ins Gedächtnis gepflanzt. Die soll mal ein bisschen drauf rumdenken. Und dann springt die mir schon in die Arme. Das gibt ja nicht viel Auswahl. Du hast ihn hier. Nein, er ist aber eine Horde voll Dreijähriger. Er ist gute Konkurrenz, muss ich sagen. Er ist die härteste, finde ich auch. Er ist die härteste Konkurrenz. Er ist der Platz hier. Ansonsten hast du den Typen, der kommt ja nicht vom Pfahl runter. Der kommt nicht vom Pfahl runter. Der ist immer auf den Pfahlen, das ist der Pfahlpeter. Der kommt da nicht mehr den ganzen Tag. Und du hast irgendwo... Achso, den hier, aber den mag keiner. Lei Min Young. Der ist so verbissen. Heißt der? Min Jung? Lei Min Jung. Ja, da guckst du, ne? Aus deiner Korea-Pop-Band. So, sie ist beim Tauget vielleicht. Also Tauget müsste das Onkel Tau-Laden-Dingens sein. Können wir auch endlich mal rein. Da ist sie. Einfach mal drehen. Nein, ich wollte doch dich ansprechen. Echt? Ah, von vorne. Von hier, genau. Das ist die hier wieder, ja? Ich muss sie auch anschauen. Entschuldigung. Was ist das? Ich will mich denen anschließen. Das war sie hier. Das war sie. Aber mein Mann sie sie aus. Er ist wirklich gut zu haben, in Zeiten wie diese Zeit. Was wollen sie? Das ist das, was ich möchte wissen. Sie kept hollering etwas über die Stonemason zu treffen. Ich war in der Mitte und nicht sehen. Ich habe es nicht gesehen. Mein Mann hat mir gesagt, es war es nachdem. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir sprechen mit Shiren, Wun's husband. Gut, das ist das. Also wir haben sie gefunden, damit wir mit ihrem Ehemann nochmal reden, weil sie kann uns da nicht wirklich etwas sagen. Das ist ein ständiges Such- und Redespiel, aber das kennen wir ja wirklich nicht anders. Das ist ja in denen genau so, wie man es erwartet hat. Shenhua hat gesagt, dieser Laden hat alles, was man haben möchte. Ich sehe jetzt hauptsächlich Töpfe und einen Statuenkopf da unten. Wo ist das Statuen? Da! Alter griechischer Statuenkopf. Da haben wir Wein drin reifen lassen. Ah, deswegen oben den Dutt kannst du abnehmen. Nein, nein, es ist nicht der Dutt tatsächlich. Also der Dutt, den kannst du wirklich abnehmen zum Lüften. Aber, weißt du, wir haben damals Wein getrunken, indem wir uns einfach diese Steinköpfe aufgesetzt haben. Ach so, dann warst du schon direkt... Da warst du schon direkt quasi mittendrin im Kreislauf, ja. Die Griechen. Wir haben alles erfunden. Die griechischen Trinkweine. Die Köpfe. Ach, also es gibt hier Schlangen im Glas. Die ist gut, aber es ist nur ein Skelett. Heute nur ein Skelett. Heute nur ein Skelett. Oh, so ein gutes Schlangen-Skelett. Wie lange hatte ich das nicht mehr? Ja, die sind auch nicht so knusprig mehr. Ich meine jetzt mal ernsthaft, was soll das sein? Das ist Wasser mit einem Schlangen-Skelett. Wollt ihr mir erzählen, das ist lecker? Wollt ihr mir erzählen, das ist irgendwie... Was soll das sein? Vielleicht hat die Schlange vorher Suppe gebadet. Weiß ja nicht. Einen Löffel kann ich mir kaufen. Einen ausgestopften... Oh, gotta catch them all. Das sind sie. Ich bin so surprised to see this in China, too. Siehst du? Ah, siehst du? Er fragt sich das auch. Dass man das auch in China finden kann. Aber wir wissen jetzt, alles Asien. Ein Schleifgerät. Russland oder China, Hauptsache Asien. Guck mal, der hat schön einen Stuhl dahin gepackt, damit keiner... Damit du nicht reingehst. Aber meine Blicke, die kann man nicht aufhalten. Ja, die Blicke kann ich... Machen wir ein paar Fotos noch. Ja, hier, zack, zack, zack. Zu der alten Kamera. Braucht noch eine Minute zur Beleuchtung. Bitte nicht durchgehen. Dann stehst du die ganze Form und wedelt das Polaroid. Oh, übrigens. Hat der sich gerade in der Nase, in dem Ohr rumgepult? Wahrscheinlich, ne? Das gibt's aber for free. Wann kann ich mit dem reden? Der Kerzenwachs. Der hinten ist auch, äh... Er ist DJ, hinten ist die Anlage. Wie kann ich denn mit dem reden? Darf ich das nicht? Vielleicht will der einfach nicht mit dir reden. Der will nur verkaufen. Der hat heute andere Geschäftszeiten anscheinend. Der will im Moment nicht. Jetzt ist er grad privat. Jetzt ist er privat, ja. It's private time. Oh, oder gibt's hier Anleitungen, die ich kaufen kann? Kampfeinleitungen? Das sollten wir aber... Kampfeinleitungen sollten wir uns richtig schön kaufen. Einige davon. Okay, das ist keine. Ich kann nämlich hier nichts machen. Ja, die sollten wir auf jeden Fall uns alle zugegeben. Ich glaub, diese... Ich glaub, die... Du warst da eben. Ja, äh, ne, ich konnte gar nichts leider da zu machen. Moment, du hast aber unten geguckt. Wenn du oben, kannst du aufmachen. Achso, hier meinst du hier? Ja, ich glaube, dass da was hinter ist. Okay. Da, siehst du? Ah, okay, clever. Was could this be? Okay. Keine Konten. Ah, du musstest in die Hand nehmen. Nee, ich kann's auch nicht in die Hand nehmen, leider. Kannst du auch nicht L? Wenn du L2 gibst oder so, siehst du... Alle Sachen. Jetzt geht's. Ich kann's mir nur einmal näher angucken, aber danach ist leider nichts mehr. Okay. Ja, wuhh. Schade. Warum fragt der uns? Oder sich selbst? Frag doch einfach den Verkäufer. Andere Seite schätze ich mal das Gleiche, ne? Ah, mach trotzdem nochmal. Komm, ich will jetzt einen krassen Move lernen. Das sieht jetzt so aus, als ob ich mit dem Move das Spiel beenden könnte. Schau dir das an. Der Finishing-Move. Da ist eine Amöbe draufgemalt. Ja. Ist nicht. Ach, fuck. Na gut. Eventuell, weil wir hier eh im Moment noch nicht kaufen können, weil wir noch Story weitermachen, weil sonst müsste ich ja auch hier mit dem schon sprechen und einkaufen können. Also irgendwas ist. Gehen wir erstmal raus. Ihren Mann müssen wir suchen. Wo war dein Mann? Im Dorf, schätze ich mal. Wie heißt der denn nochmal? Shiren. Shiren Wen oder Shiren Wang? Shiren Wang wahrscheinlich, ne? Nachname, Vorname. Achso, ja, wo ist der überhaupt? Sag mal. Kannst du uns sagen, wo dein Mann ist? Hi there. What is it, Rio? Ach, jetzt ist sie freundlich, ne? Jetzt kennt sie uns. Jetzt hat sie keine Angst mehr. I'd like to talk to your husband. Is he still working? He's on watch duty at the Verdant Bridge this time of day. Ah, easy. Thanks, Juan. Die kennen wir. Danke. Die kennen wir, die grüne Brücke. Da wissen wir doch Bescheid. Die grüne Brücke. Äh. Das kann sie nicht sein, sie ist rot. Ja, die hätte einfach rüber rufen können. So, wer von den beiden ist jetzt hier Ehemann? Wollen wir das gleich mal erraten? Ah, da steht nur noch einer. Da stehen keine zwei mehr da. Ja? Ist das der, der vorhin... Nee, das ist... Das ist Liu Datong. Das ist doch... Das ist doch nicht der Vater. Ja, lerne die Straßen kennen, mein Freund. Es ist nur eine. Angeblich ist das Dach grün. Guck mal zurück, bitte, auf die Brücke. Das Dach ist geil. Ich weiß nicht, ob der Chat rechnet. Nee, oder? Das sieht nicht besonders grün aus. Nee, da habt ihr gelogen. Es ist nicht grün, sondern blau. Gut. Vielleicht meinen sie dieses Mosiger, die Steine. Es ist so, die grüne Brücke. Ah, I see. Ah, I see. Die Steine sind grün. Na ja, eure grünen Steine möchte ich mal sehen. So, ähm... Wir hoffen, dass ihr nie, äh, für die Verantwortung, äh, über eine Pantone-Tabelle bekommt. Sie sollen nicht die Nuklearkodes mit Farbabstufen haben. Ja, das ist auch gut. Geil! Wollen wir nochmal kämpfen, wenn wir schon mal hier sind? Ja, wenn wir schon mal hier sind. Komm, einmal schön ein bisschen Fressen polieren. Sonst wird es zu langweilig. Die Leute springen uns ab. Okay, den Pferdestand. Okay. Deswegen ist da oben ein Pferd drauf. Okay, das ergibt sich. Okay. Zeig mir den Pferdestand. Das macht ja gleich die harte Action, ne? Ne, Pferdestand ist, ich muss auf den Knopf drücken, damit er diese Linie hält. Ja, ich dachte, der will hauen. Ne, hauen ist ja nicht. Aber dafür brauchst du doch keine, keine Holzstatue dafür. Doch, doch, du musst exakt dann die Linie abfassen. Und vor allem meine Pferdestand-Level-Anzeige unten geht hoch. Ich bin Level 2 Pferdestand. Okay, dann machen wir, machen wir, gucken wir hoch, wie weit wir kommen, ne? Level 10.000. Ja, mindestens. Wir haben ja noch 6 Stunden, 16 Minuten. Ja, das werden wir alles in Pferdestand investieren. Wir könnten es echt durchziehen. Folge 2, Pferdestand 2. Leute würden drüber reden, wenn wir das jetzt hier durchziehen würden. Vor allem, ich würde mal interessieren, ob wir diesen ganzen Laden leer spielen könnten. Ob wir komplett das ganze Live-Programm komplett auf Null bringen. Das ist gar nicht möglich. Oh, das kriegen wir. Weil zu viele Leute auch einschlafen und dann einfach nicht ausschalten können. Ja, automatisch Leute, die bei uns zuschalten, dass die auf andere Kanäle dann gelenkt werden, ne? Dass wir negative Einschaltquoten haben. Also, wir haben jetzt 4.100 Zuschauer. Das nehme ich mal als Quote mit dem Pferdestand so auf. Ja. Was machst du am Samstag? Ich suche Leuten beim Pferdestand zu. Weil das ist mehr geworden. 4.114. Ne, so nice. 14 Leute durch den Pferdestand. I see. Wollen wir es wirklich ausreizen und noch eine Runde Pferdestand machen? Ja, aber bitte nochmal dann, nach meinen Berechnungen zufolge, haben wir danach 4.128. Also, wenn jetzt die Zuschauer tatsächlich steigen, werden wir Pferdestand machen, ist es ja klar, dass wir nur noch Pferdestand bleiben. Wir machen ihn so lange, wie die Zuschauer steigen. Okay. Oh nein, wir haben, scheiße, wir haben welche verloren. Machen wir, brich ihn ab. Wir haben abbrechen, scheiße. Wir haben acht Zuschauer verloren. Nein. Das ist ja furchtbar. Pferdestand, du hast uns verraten. 4.106. Nein. Wie ist denn das passiert? Sind acht Leute gleichzeitig abgesprungen? Die sind vor Ekstase gestorben wahrscheinlich. Die denken wahrscheinlich, wir machen uns lustig über Pferde oder so. Oder über Stände. Wir haben beide selbst einen Ständer. Also, wir, wir sind sehr, wir sind sehr, wir sind gerade dringend. Scheiß drauf. Ey, nein, schon wieder vier Leute haben gesprungen. Okay, wir müssen, wir hören auf. Wir hören auf. Es tut uns leid. Wir machen wieder Pferdestand. Never again. Das war voll der Fehler. Aber wir haben Level 10. 4.102. Ich wette, da kommt jetzt noch einer dazu, aber gleich, weil er den Pferdestand so sehr liebt und jemand ihm per Twitter Bescheid gesagt hat. Aber wollt ihr nicht auch alle den Level 10 Pferdestand sehen? Mann, was ist denn mit euch los? Ihr wollt das Spiel zu schnell durch. Ihr wollt nur die Story haben. Guck mal, mein Kung-Fu ist fast voll. 4.000. Ah, 4.015. 4.015. Wir machen noch eine Runde. Eine Runde machen wir noch. Eine Runde noch. Level 10. Es funktioniert. Es funktioniert, ja. Es funktioniert. Der Pferdestand-Effekt. Nochmal. Nochmal. Ich glaube, da brauchen wir nie wieder Pferdestand machen mit Level 10 oder so. Vielleicht kriegen wir von da dann, vielleicht können wir von da abgehend krasse Moves lernen. Ja, ey, ab jetzt haben wir uns zum Großmeister zurückentwickelt. Oh, ich bin sehr zufrieden, Mann. Oh, Mann, wir haben die richtige Taktik gefahren. Einfach die Leute vor Scham nicht wechseln lassen. 4.018. Oh, dieser Dong immer. Das ist für jeder User, der einschaltet, kommt der Dong. Das hätt ich gerne. Das hätt ich echt gerne. Und wenn sie abschalten. Oh, toll. Wir haben Level 10. Ja, ist das geil. Jetzt sind wir bereit für alles. Eier aus Stahl. Power auf Pferdestand. Das ist tatsächlich der Anfang, der Ursprung. Level 11. Ehrlich, wir haben es gemeistert. Und wir haben 4.130 Zuschauer. Der Pferdestand. Der Pferdestand. Wir haben ihn gemeistert gerade, gerade eben noch. Geil. Ich bin sehr, sehr happy. Richtig gut. Jetzt kannst du mal aufhören. Jetzt willst du heute was Spaß nochmal machen. Never skip Black Day. I see. Es reicht, wir sind Meister im Pferdestand. Aber da ist ein anderes Tier da oben drauf. Was ist das hier? I could practice my one-inch punch. Ja. One-inch punch, man. Sure. One-inch punch, man. Okay, one-inch punch, man. One-inch punch. Maybe I'll give it a shot. One-inch punch. So, kurz mal strecken nach so viel Pferd. Oh, jetzt geht's los. Mal gucken. Passe den Moment ab, in dem sich die blauen Linien treffen. Und dann schlagst du mit X. Okay. Passe da oben. Wie du das Ding, ne? Wie du das umhaufst. Das hört man durchs Dorf. Die sind zu spät, sag ich was. Aber es reicht für Level 3. Ob man den auch richtig hoch machen soll? Warum nicht, oder? Wir wollen ihn meistern. Ja, du musst ja auf jeden Fall mal gucken, was die Einschaltquote macht, ne? Oh ja, die Quote ist 4166. Oh mein Gott. Jeder Schlag gibt uns neue Zuschauer. Das ist ja eine geniale Idee. Wir machen das nur noch. Wir brauchen Geno. Ja. Und jemanden, auf den er einprügeln kann. Können wir eigentlich in andere Let's Plays reingehen und genau das dann auch mal eine Runde One-inch-Punch machen? Mit den Let's Playern. Aus dem Stream rauskicken. Mit einem Punch. So wie ein bisschen der Sandzack bei dir in Schroecke und Call of Duty. Wo er so mal auf den Sack reinballert. Das erinnert mich echt an die schlimmen Zeiten. Da wurde man echt noch wütend. Eine Armlänge Abstand. Genau dafür ist der One-inch-Punch. Der eine Armlänge Abstand-Move ist das. Eine A-Länge Abstand. In Hamburg ist es eine A-Länge Abstand. Einen mach ich zumindest noch. Geil. Oh. Das zögerte mal. Anders. Ich glaube, dass dieser Punch uns richtig helfen wird noch. Wenn wir ihn gemeistert haben. Ist ja wahrscheinlich der Standard-Punch. Oder den man irgendwie als Kombo für alles dann benutzt. Wirklich mal, ne? Okay, aber es dauert schon lange, bis man bei 10 ist. Ich glaube, dreimal diese Übung machen. Dann bist du elf ist dann das Finale. Da muss einem doch irgendwann auch die Hand mal so richtig... Da hat die Hand gebrannt. Da kann man sie ja wechseln. So. Ja komm, wenn wir schon da sind, wir machen es fertig. Natürlich, Mann! Guck mal, 4187. Das wird immer mehr. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass, wenn die Leute das sehen als Teaserbild, denken sie, oh, da wird gekämpft oder so. Dann klicken die eher mal so rein. Jetzt kommt irgendjemand ins Zimmer rein und sagt, deswegen bist du zum Einkaufen nicht mitgekommen. Oh, es wird schwieriger. Es wird schwierig. Irgendwie... Da ist der Wurm gerade dran. Gleich haben wir es kriegen. Gleich haben wir es. Wir wollen es nicht zu leicht machen. Träume eines jeden Nerds. Einmal Meister im Kung-Fu sein. Sie sind nur noch einen Schlag entfernt. Ab wann ist gemastert? Ab einem Level mehr. Ein Level mehr. Ich habe es dir nicht gemeint. Und? Aha! Ja! Hat es gereinigt? Ja, gerade noch, oder? Ich wollte gerade noch... Ah, schön. Okay, damit haben wir, finde ich, genug getan für das Training heute. Je höher deine LP, desto mehr hast du vom Training. Ah, ich muss also... Ich hätte auch vorher essen sollen, damit ich... Ähm, noch mehr... Ähm, noch mehr... ...Experience wurde... Aber das ist doch gut zu wissen. Das ist doch gut. So, habe ich noch... Oh, guck mal, meine LP sind schon sehr... Du bist runtergegangen, ja. Training. Du hast ja fast den ganzen Tag trainiert. Ich habe den ganzen Tag trainiert jetzt hier. Aber ich gehe jetzt auch noch ein paar Kämpfe machen. Ähm, wo ist das R1? Denn ich habe noch Paprika! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alle! Ich habe alle Paprika gegessen, ey. Und Apfel! Und... Oh! Warte mal, einen nehme ich noch. Ich bin ja nicht voll. Äh, 30. Alter! Wie viel? So. Jetzt hast du aber eigentlich ganz schön... Jetzt habe ich... Ja. Aber meine Energie ist aber nicht voll gegangen. Also, Juan Cuo. Excuse me. Hm. Here to train? Have you come to spar? Or fight one of the monks? Which will it be? Ähm... Kämpfen. Ich will mal kämpfen. A fight? Very well. At your level, Red Tiger should be a good match. Den habe ich doch vermöbelt schon längst. Hallo, ich kann nichts. Erster Duan. Guck mal, der... Stell dir vor, der kämpft hier schon jeden Tag im Dojo. Das ist einfach die größte Weichblöte von allen. Du hast ihn ja vorhin nicht gesehen. Er war noch schlechter. Also. Schön nochmal einen ab. Ja, Level 4 Tornado. Wenn du den kannst, kannst du auch mal schön hochpushen. Ja, Alter. Oh, schön weg. Ich hab dich... Der freut an sich. Ja. Danke. Du bist nicht kompliziert. Du musst immer höher schreiten. Werd noch besser. Superman! Ein sehr schöner Film. Arme auf Gott 2. Superman. So. Einen Kampf können wir noch, ne? So, ich will mal kämpfen. Wer ist es? Schwarzer Tiger. Werd mir Paroli bieten können. Oh, der sieht aber ein bisschen finster aus. Guck mal, dem sind die Haare ausgefallen, weil der so gut trainiert hat. Zehn Kilometer laufen, zehnmal der Wiegestütze. Ja, genau, irgendwie so. You piece of. You piece of. Take this. Komm, Energie. Du bist gleich tot. Ei! Ja, ich hätt's dir früher ein bisschen sagen müssen. Shit. Er hat da, ich hab... Okay, das ist schon mal ne... Ja. Ja, wir sollten doch richtiges Kampftraining wahrscheinlich machen und nicht nur Horse-Dance die ganze Zeit. Das war ein guter Anfang, das war ne solide Grundlage. Wir haben aber auch keine Energie gehabt. Du bist ja wirklich mit 20% in diesem Kampf rein. Ja, ich bin vom ersten Kampf gleich in den zweiten ohne zu essen. Jetzt einfach vor seinen Augen einfach mal zwölf Auberginen verdrückst und dann weiterkennst. Hab ich überhaupt noch genug? Dann kannst du dir seine Liebe wiederholen. Genau. Ja, und jetzt. Alles gegessen, was wir hatten. Ja, mein Freund. Wollen wir nochmal probieren? Kämpfen. Wie ein Black Tiger. Ja, das ist die Glatzenpower, ja. Würde. Würde. Das ist die, Wolle. Werder. Ja, das ist die Luftwaffe. Ja, das ist die Luftwaffe. Ja, das ist die Luftwaffe. Ja, boah, der hat jetzt schon nur noch die Hälfte, Alter. Alter, du verprügelst ihn so sehr, der kriegt wieder Haare. Du sprügelst ihm die Haare aus dem Kopf. Zack. Alter. Jetzt hat er Mittelscheitel auf jeden Fall. Los, geh jetzt hin und sag was Französisches. Außer Portemonnaie kann ich nichts. Dann sagst du ihm Portemonnaie zu ihr. Schafo Klack kann ich auch noch. Sag Schafo Klack. Soll ich mir nochmal die Glatze hören? Ja. Soll ich mir nochmal die Glatze hören? Das haben wir gerade erledigt für ihn. Ah, der Typ, ey. Er war sehr happy. Er hat uns eben noch gesagt, wir haben ihm echtes Karate gezeigt. Ja. Kung Fu wird nie wieder dasselbe sein für ihn. Also es war auf jeden Fall besser als Seattle Karate, hätte er gesagt. Guck mal, und der hier, immer noch hier der rote Tiger. Ja, der postet jetzt ein bisschen. Postet ein bisschen, obwohl er nichts kann. Und da haben wir Black Tiger. Ja. Aber die sind so, ne, die trainieren richtig. Wir laufen, guck mal, wir laufen nur so dumm rum. Ja. Wir eiern nur ein bisschen. Achse, aber mal, guck mal, diese beiden kämpfen nah beieinander, der weiße und der blaue Tiger. Aber rote und schwarze, die jetzt verloren haben, die müssen ganz alleine hier auf den billigen Plätzen trainieren. Ja, er ist so ein bisschen, siehst du es ihm mal an. Es nagt an ihm. Ja. Ja. Das kommt davon, ne, dass du mich für das Date abgelehnt hast. Nur wegen meiner Stirn. Hier werde ich zeigen. Du hast mir einfach zu viel Stirn. Du hast mir zu viel Stirn geboten, ja. Ich kann nichts dafür. Das ist Genetik. Ja, so, die haben wir, ja, aber kann ich irgendwo mein Level eigentlich einsehen? Status oder so, Einleitungs-Editor, Anleitung, das sind ja die Moves, die wir bereits schon haben. Haben einige Sandmoves. Brennender Sandsturm. Oh, und das sind auch die Level, wie viel wir schon gemacht haben bei gewissen, ne? Level 1, 4 und so. Müssen wir die noch ein bisschen höher benennen. Ich hatte eben, ja, bei eben dem Kampf ist es relativ okay nach vorne gegangen. Wenn man noch Kämpfe hätte. Angriffstärke haben wir noch nicht so viel. Ausdauer haben wir gut gearbeitet. Aber unser Kupfur ist insgesamt schon mal auf Level 3, was ja nicht so schlecht ist. Und das hat uns auch gerade schon zwei Drittel der Energie gekostet. Das heißt, ich muss noch mehr Essen kaufen. Und das heißt, ich müsste mehr Kräutersets holen, damit ich Geld fürs Essen habe. Ja, wie viel haben wir? Ja gut, aber Kräuter sammeltst du einfach auf dem Weg, ne? Ja, ja, wie viel? Aber Essen brauchen wir wirklich nicht. Guck mal, da habe ich doch zum Beispiel schon ein Set, ne? Hier das mit dem. Das heißt, da kriege ich gleich Fettkohle aus dem Laden. Da gehe ich jetzt erstmal runter. Es ist schon krass, wie wichtig Essen plötzlich geworden ist. Ja. Früher war es eben so eine Spaßsache, die man gemacht hat, weil sie zu dem virtuellen Leben dazugehört hat. Und er hat ja auch nie was richtig gegessen eigentlich. Der hat ja nie einen Hotdog angenommen. Nee, er hat eigentlich nur Cola getrunken. Der hat die Sachen gekauft, genau, er hat nur Cola gesoffen die ganze Zeit. Aber du konntest doch Essen kaufen, ne? Ja, aber du konntest es nur nicht essen. Du konntest es nur nicht essen, genau. Du hast es nur irgendwie gehabt. Hier, für dich, mein Kätzchen. Ja, stimmt genau, für die Katze. Da ist noch ein Los drin, keiner was gewinnen. Deswegen kann ich nicht verstehen, dass er jetzt Hunger hat. Der hat zwei Spiele lang nichts gegessen. Ah, jetzt kann ich mit ihm reden. Ich hab hier diese Tinktua. Das ist doch der klassische Schlangenöl-Verkäufer. Ich mein, das sind doch immer die, die einem nur Scheiße anbringen. Schauen wir mal, ob das nicht Moves hinten sind. Guck ich gleich mal. Naja, übrigens, wir können hier auch arbeiten gleich. Ich guck jetzt mal bei Einkaufen, was hat er denn? Hm, what do you need? Was hast du denn? Ah, guck mal, die Moves, die können wir hier direkt rauskaufen. Kostet aber 275, das haben wir. Haben wir das nicht? Ne, wir haben 95 haben wir. Ach, da ist es okay. Null ist wahrscheinlich die Schlangen-Tinktur, kann ich mir vorstellen. Ne, ich denke, das ist quasi das, wenn du jetzt tippst, es wird addiert alles. Ja, krass, okay, aber die will ich schon haben. Die müssen wir uns erkaufen. Komm, dann lass uns mal arbeiten, oder? Ja, wir können ja mal arbeiten. Doch, anscheinend haben wir doch unsere Meinung geändert, wenn wir nichts kaufen wollen. So, Arbeit. I hear I can earn some money here. If you're chopping, I'm paying. Ah, hacken. Choppy chop. Yeah, will you do it? Sure. Wir hacken mal. Wo ist meine Tastatur? Nein, wie stellst du dir Holzhacken hier vor? Ich hab's ja leider schon gesehen. Der dreht sich einfach im Kreis und du musst nur im richtigen Moment hacken. Ja, ey, es ist so, was für eine Technik, ey. Mhm. Und der stellt auch jedes Mal den Dings woanders hin. Irgendwo anders hin, ja. Das ist doch, so funktioniert doch, als hätte man versucht, Holzhacken möglichst kompliziert zu machen. Mhm. Genau so perspektivisch, wie willst du das abschätzen? Yes. That's it. Du machst einfach Spam, einfach Hack-Spam. Naja, eigentlich. Das funktioniert gut, ja. Ich meine, warum solltest du es anders machen? Mhm. Also, wenn er auch direkt so steht, kann ich ja nichts für. Yes. Ja, aber ich muss wahrscheinlich, ich warte nochmal, weil, damit er perfekt machen kann. Ah, okay. Sonst wird's nur gut. Ich verstehe. Ja. Oh, die Mucke. Geile Mucke hier. Ba, 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 ba. Yes. Mhm. Mhm. Geil. Yes. Das ist jetzt mal echte Mucke. Oh, jetzt habe ich daneben gehauen. Jetzt ist wieder eine Mucke. Good. Warum macht er das nicht, wenn er eh die ganze Zeit daneben steht? Ich meine, muss er nicht auf seinen Laden aufpassen? Ich dachte, deswegen hacken wir Holz. Er braucht einfach nur eine Ausrede. Er guckt einfach gerne. Das ist ein Fetisch. That's it. That's my Fetisch. Er hat einen Hackfetisch. Ah, yes. Nicht wie der bei Dumian. Als er sah, wie der junge Ryo Haruki rhythmisch das Holz zerhackte, wurde ihm warm um seinen Wampf. Mhm. Seine holzigen Lenden. Er wusste nicht, ob es... Oh. Oh. Okay. Das war sehr gut. Dafür ein 95 Holzscheite und 53. I guess this should do it. Wie viel habe ich gekriegt? 53 Tacken. Das ist ja gar nichts. Das ist ja einfach gar nichts. Das ist... Wir müssen das halt zehnmal machen für die Move. Das ist ein Sechstel für eine Move-Liste. Oh. Vielleicht finden wir einen besser bezahlenden Job. Kann ich dir nicht die Kräutersets geben, mein Freund? Ja, verkauf die. Ah nee, es gab kein Verkaufen. Äh, stimmt. Aber ich glaube, man sollte... Er hatte ja hier die Kräuterkarte. Kann ich das... Ah, muss ich das kombinieren? Oder ich kann das vielleicht auch aus dem Kaufen-Menü machen. So, Kräutersets. Guck mal, und das? Lakritz-Sud kriege ich acht dafür. Und für Pfingstrosen und Lakritz kriege ich 29. Ja, weil die Pfingstrosen auch so selten ist. Und jetzt kannst du die... Ach so, warte mal. Braun kann ich's nicht. Du musst wohl jemanden finden. Ja. Ah, nein, 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 nein. Nicht hacken. Gott, oh Gott. Ähm, müssen wir nochmal mit dir reden? Nee, jetzt hab ich... Oh, Gott, oh Gott. Wir wissen, wo der ist. Das ist mir ja gerade aus Versehen aufgehalten worden, als wir so viele Horst-Dance gemacht haben. I'll go check. Ja, ich geh jetzt... Let's go, yeah. Ich will aber kurz gucken, ob ich mein... Ich muss ja auch Essen kaufen eigentlich. So, Viereck. Apropos, ich geh mal kurz in die Küche und hol mir einen Kaffee. Willst du auch was? Ähm, kannst du mir einen mitbringen? Einfach einen Kaffee? Ja, ist mir sehr nett. Was denn für einen? Soll ich so einen mit der Presse machen? Oh, kannst du gerne. Also je nachdem, wenn du einen machst, mit ein bisschen Milch, das reicht mir schon. Okay. Das ist aber nett. Ich werd währenddessen hier mal gucken, einfach, was ich kaufen oder verkaufen kann. Weil wir wollen ja Geld verdienen. Äh, äh, einkaufen. Verkaufen. Das sieht gut aus. Okay, Kräuter-Sets. Kräuter-Sets. So, ähm. Okay. Eingetauscht. Und noch ein paar Cent. Ich glaub, ich kann mich erinnern aus der... aus der Demo, dass ich... mit... mit Knoblauchzehen das meiste gekriegt hab. Knoblauchzehen soll doch sein. Und was jetzt? Es wird Abend. Es ist spät. Oh, geht es aber mit dem Sonnen und geworden? Ich will doch nur ein paar Knoblauchzehen kaufen. So, also was lohnt sich denn hier? Guck mal. Schwarzer Knoblauch ist ja geiler. Verkaufspreis 9. Verglichen mit anderen Sachen, die mehr kosten. Aber es geht mir 300 Lebenspunkte zurück. Oder hier gleich die Schirmflechte. Geht mir 600 Lebenspunkte zurück. Eine Vase kann ich kaufen. Ein Frosch-Ornament. Und ein blaues T-Shirt. Das geht auch. Scarlet Bay. Guck mal, das lohnt sich ja nicht für 4. Und dann krieg ich 90, oder? Und wenn ich mit 9, 300 kriege... Ich nehm das hier. Auch wenn das viel kostet, aber das brauchen wir alles. Ich bin hier. Danke. So. Und dann nehm ich... Was nehm ich denn? Knoblauch. Einer reicht. Ja, wir werden Leute da draußen später natürlich auch nochmal eine Pause machen, wo wir uns was zu essen holen. Aber jetzt nicht in der Form, dass wir, glaube ich, groß den Stream unterbrechen, sondern eher, dass wir uns was ordern zum Beispiel. Und dann gibt's noch ein kleines Social Lead. Oder sowas wahrscheinlich hier. So sieht das dann aus. Mal gucken, ob unser Freund überhaupt da ist. Das ist natürlich nicht für werte Zuschauer und die Leute im Chat, dass wir gleichzeitig spielen und mampfen. Aber... Wir können ja auch das Spielen kurz sein lassen und hauptsächlich mampfen. Aber schön, dass ihr da seid. Ist das nicht die Richtung mit dem Opa? Er ist hier. Gott, oh Gott. Na gut, bevor ich dann zu viel mache, jetzt hab ich schon mal das Essen gekauft. Ich würd sagen, wir können ja auch mal ne kleine Werbung machen nach zwei Stunden. Und dann sind wir gleich zurück wieder mit Simon und mir. Und... Wo ist die... Kamera? Äh, da. Sind wir dann wieder gleich zurück. Und, ähm, ja. Spielen dann gleich weiter. Shinmoo. Bis gleich, werte Leute. So, da sind wir wieder zurück. Ich glaube, ihr solltet uns sehen und hören. Und hören vor allen Dingen. hoffentlich, ja. Ja, es ist auch wieder alles hier zugeschaltet. Sehr praktisch, wie das hier funktioniert mit den ganzen Einstellungen. Ähm, Herr Kretschmer, Sie haben ein bisschen, äh, Kaffee... Für uns beide, ja. ...zubereitet. Ja, also bei all dem, das Mindeste, was man machen muss, ist Kaffee... Schreib mir mal meinen Namen drauf. Äh, da ist doch dein Name. Das ist ja ein Bild von dir. Da ist ein Bild von mir drauf. Moment, wo haben wir den? Da ist mein Bild auf der Kaffeetaste drauf. Herr F.ogel. Oberhauptogel, äh, da. Ist es jetzt, darf man jetzt schon drücken, den Kaffee? Oder ist es... Ich hab keine Ahnung. Okay. Sag mal, mach mir den gut. Mach's mal. Drück mal drauf, das passt schon. Das dauert eine Weile. Ich will nicht zu fest drücken. Brauchen wir da so Soundeffekte oder so? So, mía, mía, mía. Das dauert sehr lange. Ich glaub, ich hätt ihn noch nicht drücken sollen. Heißt du noch nicht, ne? Aber ich finde, man muss auch Holzwege zu Ende gehen. Ja, jetzt bist du einmal drüber hinweg. Jetzt muss ich einfach nach unten drücken. Das ist so, genau. Das ist die Einstellung, die ich bei... Das dauert halt sehr lange. So wird das Holzhacken. Das ist so ein bisschen, ein bisschen zu lang. Aber du hast es ja gleich durch. Ja. Das ist wie meine Einstellung bei Nerds an Hört, ne? Du fängst an und du siehst schon, dass es auf eine Katastrophe hinzusteuert, aber du kochst es einfach fertig. Das hätte derjenige, der dir die Uso-Flasche gegeben hat, schon sehen müssen eigentlich. Es ist seine Schuld, würde ich damit sagen. Ey, ich sage, das ist, glaube ich, eine der quotenstärksten Sendungen gewesen. 15.000 Live-Zuschau. Oder sonst, ich fand's gut. Das sehen die Leute halt gern. Ich sag ja auch, ich will auch längst schon irgendwie... Alles für die Kunst, ne? Rocket Beans aus Amsterdam würde ich zum Beispiel auch gerne machen. Hier, ich stell das mal da drüber. Ich stell das mal da drüber hin. Ich hab nämlich echt Angst, dass das hier kaputt geht. Prost. Prost, vielen Dank, der Fer. Auf sechs weitere schöne Stunden. Noch mehr Stunden heute und natürlich morgen. Jetzt haben wir es auch so lange stehen lassen. Moment. So, jetzt könnt ihr es auch sehen, dass die nach Hause gegangen sind, weil neun Uhr abends es geworden ist. Aber ich hab Knoblauchzehen gekauft. Die sind nämlich günstig und geben Tinte auf den Füller. 300. Die sind quasi am Preis-Leistung am besten. Ja, einfach Knoblauch fressen die ganze Zeit. Die kosten neun und geben dir 300 zurück. Und eine Birne kostet irgendwie vier, aber gib dir nur 90 zurück oder so. Nee, dann einfach lieber stinken. In China auf dem Lande gehst du aber auch früher nach Hause. Um neun Uhr abends hat er das jetzt gemacht schon. Bitte doch. Wenn es dunkel wird, wird es gefährlich draußen. Also Bären und Panther. Und Blaubeeren. Ja. Die grauen Panzer. Haben sie. Die haben wir gesehen. Das Duodezimalsystem gelernt. Jetzt will ich aber auch, dass für mich Essen gekocht wird. Der Schlüsselmeister. Klar. Ich will. Wir sollten weiterhelfen. Ich glaube, dieses Gespräch ist wahrscheinlich etwas, was sehr wenige Leute hören, da die meist diese Probleme viel schneller gelöst haben als wir. Wer steht an der Brücke? Weißt du es eben nicht? Ich meine, es ist nicht so weit weg und es ist... Ach Mann, ey. Aber das Spiel dachte, wir brauchen... Oder nochmal die guten S3. Er klopft sie sogar noch. Ja, damit sie richtig passen. Damit er nicht mit den Socken dann zu viel Überschuss da ist. Wenn er es mal ausziehen würde vielleicht. Kostet nichts für mich, Frau. Die Gurke ist unbestellig. Ey, da ist das ganze gute Essen steht da nur so rum. Und ich muss mir Knoblauchzehen kaufen. Es dampft, ja. Es dampft. Ah, ich kann mir was nehmen. Moment. Kannst du mir da einfach klauen, ne? Apfel einfach nehmen. Looks good. Ich muss... Das sieht gut aus. Guess I'll take it. Genau das sag ich im Supermarkt. Sieht gut aus. Ich glaub, ich nehm's. Guess I'll take it. Guess I'll take it. Guess I'll take it. Ey, lass uns das merken. Wenn wir mal irgendwo mal Diebe werden, dann... Guess I'll take it. Ich hab doch gesagt... Ich hab doch laut gesagt, dass ich's nehme. Ich hab doch laut das gesagt. Ihr hättet mich doch stoppen können. Ja, die war ein bisschen günstiger übrigens hier, die kleine Karaffe, weil das Bild niedrig aufgelöst war da drauf. Das sieht so aus, wie siehst du ab und zu noch mal irgendwelche, was weiß ich, einen Wagen, wo Werbung von einer reine Macherfirma oder sowas drauf ist, ne? Und dann haben die selber ihre Logos gedrückt und leider so das Company-Dogo einfach mit dem schlechten Filter sehr hoch gemacht und mit voller Qualität gedruckt. Und du hier? Rio, du bist dumm. Aber ich akzeptiere es. Waschmasche, Spielmittel. Gutes. Voila! 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 Ich glaub, er hat sein Spülmittel. Er hat sein Spülmittel geklaut. Ich glaub, er hat sein Spülmittel geklaut. Wir sind auf so einer Metaebene unterwegs, das rafft doch gar keiner mehr. 14 Gags, die wir ineinander sind. Da sind wir ineinander, ne? Und wir lachen auch nicht drüber. Keiner hat Ahnung. Tut uns leid. Es tut uns leid. Wir machen das schon zu lange. Wenn du Hunger hast, Simon, wir können uns ja noch mal absprechen. Er wird mir nachher wahrscheinlich ein bisschen was Asiatisches bestellen, einfach passend zum Anlass. Ja, das müssen wir mal mit Stäbchen. Möchte ich mal mit Stäbchen essen. Ich muss rein ran. Ich kann's probieren gerne. Das kannst du doch sicher. Ja, es geht so, aber nicht so. Ich würde sagen, wir bestellen es asiatisch und machen das schön auf Firmenkosten. Das können wir gerne machen. Das wäre so meine Hoffnung, dass ich das einfach auf Firmenkosten. Ja, wir können doch... Wenn jetzt von der Regie kein Gegenargument kommt, würde ich sagen, ist das akzeptiert. Okay, Zeit vorbei für Gegenargumente. Genau. Die hätten jetzt... Jemand ist jetzt gerade ins Auto gegangen und wollte gerade herfahren. Nein, die Firmenfeier ist hier. Die Weihnachtsfeier muss ausfallen. Die beiden haben sich chinesisches Essen bestellt auf Firmenkosten. Tja. Prioritäten. Ja, für mich ist heute schon Weihnachten dann, ne? Müsst du mal überlegen, also Schieren finden. Ja, der steht draußen außerhalb der Brücke. Ich drücke auch immer die falsche Taste zum Türöffnen. Was wirst du jetzt schon sagen, Simon? Besser als Death Stranding? Kann man überhaupt nicht mit deinem Vergleichen? Oh Mann, ey. Wenn das so eine Welt wäre, in der man in Death Stranding rumläuft, würde es wahrscheinlich mehr Spaß machen, weil man ja eh nur wandert. Mhm. Ich weiß nicht. Es ist ganz komisch, ne? Death Stranding, ich weiß nach 20 Stunden immer noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Das ist schon eine ganz ungewöhnliche Kombination aus Gefühlen, die ich bei diesem Spiel bekomme. Und nicht alle sind gut, aber es ist halt auch... Es reißt mich nicht so mit wie andere Kojima-Spiele. Ich glaube, das kann man sagen. Es ist kein mitreißendes Spiel. Aber es ist schon trotzdem... Es hat einen Platz in meinem Herzen so. Aber ich würde ihm nicht mehr geben als eine 7 von 10. 8 von 10 vielleicht als Fan. Gefühle und Stimmung sind tatsächlich bei Death Stranding wichtiger als das eigentliche Spiel an sich. Also ich hab's ganz gerne gezockt, aber ich hatte ja auch den Vorteil, das vorab in Ruhe on my own time zu machen, ohne das jetzt streamen zu müssen. Und da konnte ich auch, wenn ich mal keinen Bock hatte, sagen, ich mach mal jetzt Pause. Na, ähm... Es hat mich doch noch ganz gut mitgerissen, aber es ist kein Metal Gear von dem... Der Impact ist nicht dasselbe, finde ich. Entschuldigung. Was willst du? Was machst du hier? Ist es etwas, was ich möchte fragen? Frag. Ich schaue ein paar Thugs. Hast du einen gesehen? Habt ihr zwei von ihnen die letzte Nacht gesehen? Ja, ein großer Mann mit langen Haaren und ein Mann mit einer schafften Haare und einem Spiders-Tattoo. Habe ich eins? Nein, ich hab keins. Nödi Glatz. Nödi Glatz. Nödi Glatz. Wie auch sich einfach hier das Vieh auch beteiligt an der Diskussion die ganze Zeit. Nödi Glatz. Ja, das sind natürlich die sinnvolleren Argumente. So, jetzt kann ich aber auch näher ran, oder? Jetzt kann ich endlich mal gucken, das Mysterium auflösen. Was geht denn hier? Was sind diese Beutel hier? Wie gesagt, ich... Entweder hat der Grafiker da was falsch gemacht. Oder ich hab bei... Wir kennen uns nur nicht gut genug aus. Ich hab mit Biologie vielleicht auch nicht aufgepasst. Das da vorne muss so ein Fett-Ding sein. So eine Fettschürze. Die Katzen haben das auch. So, wo vorne einfach die Autos versammeln. Du meinst so einfach mal, wenn die nicht auf Firmenkostenessen bestellen können, sich ein bisschen was sammeln? So, wie es hoffentlich auch bei uns irgendwann passiert, dass die Fettschürze... Er hier macht... Das Hoverhand, was er gerade macht. Nee, das ist eine homöopathische Streichel. Achso, du meinst ja immer... Es ist quasi nur ein Millionstel von Streicheln. Dieses Haus ist jetzt sauber. Ich dachte gerade, er hat so das Hoverhand-Syndrom. Er traut sich nicht quasi so richtig anzupacken. Und die haben drüber schweben die ganze Zeit nur. Unser Freund. Das war jetzt tatsächlich auch der Quest, der in der Gamescom oder auch wahrscheinlich in 3-Demo war, dass man den Typen mit der Narbe findet. Das war so die Aufgabe, die man lösen durfte. Aber ich dachte, wir sollten eigentlich den Vater... Haben wir denn nicht? Ja, aber um den Vater zu finden, müssen wir nach den Schlägern suchen. Und die Schläger sind verbandelt damit. Aber wollten wir nicht den Vater wegen den Schlägern überhaupt eigentlich kontaktieren? Ist das Pferd da nicht ein bisschen von hinten aufgezogen? Ja, das frage ich mich. Hinterfrages nicht, was da passiert. Was Phase ist. Oh, was geht hier? Ah ja. Hey, Shenhua. Ja? Ich denke, wir sollten uns aufbauen und suchen den Boki. Ich schaue von hier zu der Village Square. Du gehst von der Village Square zu der nächsten Settlement. Okay. Got it. Ich sehe dich später. Ja. Ja. Okay. Lass uns das hier mal machen. Werte Zuschauer, ihr könnt uns ja noch mal kurz Feedbacken. Wir haben das jetzt auf dem Niveau mit In-Game-Sound und unseren Sachen gelassen. Versteht ihr irgendwas nicht? Passt das so ungefähr? Ich hatte gehört, dass die Musik etwas zu laut wäre, weil sie ja sich dann doch schon ständig wiederholt und dann ein bisschen penetrant wird. Mhm. Ja, ich glaube, das ist, wenn überhaupt, die einzige Sache, wo man noch was ändern könnte, dass du die Abmischung intern im Spiel nochmal abstellst. Aber viele sagen, es ist hübsch so. Ja, ich würde sagen, also bevor, weil wir können es ja nicht direkt abhören, das ist immer so ein bisschen bei Streams die größte Sorge, wenn man selber dafür zuständig ist, ne? Könnt die Leute live was verstehen? Hört man mich überhaupt bei Cutscenes, wenn ich mal zwischen den Sätzen was sage? Und wenn ihr es gut verstehen könnt, dann lasst es erstmal so belassen. Wir können für morgen nochmal nachbessern sonst. Okay. Äh, ja. Hey, Bud. Bud. Over here. Gumpel, Gumpel. You can't play unless you buy some tokens. Okay. Ich wollte nicht mal. Buy some tokens if you want to play. Ja, hast du schon mal gesagt. Nicht gerade das beste Verkaufsargument. Nee, nicht wirklich. Auch du musst sagen, wie groß war das Dorf jetzt? Wir hatten vier, fünf Bewohner oder so gesehen plus ein paar Kinder. Ähm, die haben hier einfach mal gleich so eine Vergnügungsmeile. Das ist ihr Kiez, ne? Die haben einfach hier überall alles. Das ist voll mit Glücksspiel. Die müssen irgendwas den Tag über machen. Pachinko hast du hier. Und mein absoluter Favorit. Das Schildkrötenrennen. Das ist immer wieder gut. Ich hab's jetzt jedes Mal, wenn ich's gesehen hab, hab ich mich gefragt, warum? Aber das gab's wohl damals. Das gab's wohl damals. Wahrscheinlich auch heute noch. Alte Leute lassen sich da. Ah, er hier. Der ist auch der Hammer. Geil, an ihn erinnere ich mich noch. Ich liebe ihn. Ey, so Haar. In dem Alter noch so ein Haar haben. Das musst du erst mal schaffen. Ey, und sie haben's geschafft, das muss man denen zugute halten. Sie haben die Textur einer falschen Perücke hingekriegt. Weil genau so sieht falsches Perückenhaar aus. Ja, so. Latent und echt. Genauso mit diesem leichten Glänzen und allem drumherum. Ja, stimmt. Wenn's ganz billiges, weiß ich nicht, ganz billiges Kunsthaar ist, ja. Also bevor wir mit denen reden können, ich denke mal, wir mussten wahrscheinlich ein paar Tokens kaufen, damit wir spielen. Erst dann sagen sie Bescheid. Ein paar kann man ja mal kaufen. Dann gib mir 200. Ich hab ja noch 93. Oh, warte mal. Ach so, ach. Kann man damit auch Gewinne machen? Ach so, 10 kosten 100. Oder ist es einfach nur Spielerei? Ich schätze, es ist wahrscheinlich wirklich pure Spielerei. Wobei, du hast ja Geld in Shenmue 2 gemacht, ne? Das war ja der beste Weg einfach, da immer saiden. Genau, so, daran dachte ich gerade, ob man ja nicht ein bisschen bescheißen kann. Ah, hier, Preise im Pfandhaus verkaufen. Das ist doch alles, was ist denn das für ein Wirtschaftssystem? Ich sag dir, aber ... Am Fluss, man, spielst du Spiele, kaufst davon Preise, gehst wieder hoch und verkaufst sie zum Pfand und der muss dir ja auch noch jemandem verkaufen. Ey, ich sag dir aber mal ... Wer verkauft, wen verkauft der die denn? Um die Diskussion mal zu machen, mich hat das auch gewundert, ich hab das tatsächlich in Japan so erlebt, ich weiß nicht, ob das für China auch gilt, aber in Japan ist das ein Weg, die Glücksspielgesetze zu umgehen, ne? Ach, ey. Weil, ähm, du kennst ja diese ganzen Pachinko-Hallen, also wo die alten Leute von morgens bis abends sitzen. Okay, da kriegst du kein Geld, sondern ... Genau, in Japan ist zumindest in einem gewissen Teil ist der Glücksspiel verboten, dass du Geld gewinnen kannst, wenn du an diesen Automaten spielst, aber stattdessen verdienst du diese Kugeln beim Pachinko, die tauschst du gegen Preise ein, ne Flasche Sarke, irgendwas anderes und die kannst du dann an der Theke verkaufen gegen Echtgeld. Das heißt also, du spielst um Gewinne und diese Gewinne verkaufst du an der Theke und dadurch kriegst du erst das Geld wieder raus. Und das ist da, um die Gesetze zu umgehen. Das hört sich an wie Glücksspiel with extra steps. So, das ist doch Glücksspiel, dann. Ja, natürlich. Solange du aber nur ... Das ist Geldwäsche, eine Glücksspielwäsche ist das quasi. Wenn du den einen Mittelmann dazu packst, ist das kein Glücksspiel mehr. Schon können sie es vereinbaren, alle. Aber ja, das ist das, was mir so aufgefallen ist. So macht das dieser Montana Black, Alter. Meinst du den, den wir hier hatten fürs Chat-Duell? Ich hab gegen den gespielt. Ich auch. Ja. Ja, wir haben das ... Ey, ich muss sagen, ich fand ihn, also in Person, ich fand ihn mega sympathisch. Ey, das war ein netter, umgänglicher Typ, dann. Ist halt wie immer, ne? Wenn man dann im Nachhinein halt Sachen liest, dann ist es halt ... Dann kriegst du ein Geschmäckle. Du weißt natürlich nicht, wie diese Leute dann entsprechen, was ist deren Fanbase, wie sind die in Streams und so weiter unterwegs. In persönlicher Hinsicht ... Die Leute, die am Hauptbahnhof halt rumhängen. Die Leute, die noch ein Handy haben. Das sind die Fans von Montana Black. Die wahrscheinlich mein Handy noch haben. Am Hauptbahnhof rumhängen und noch ein Handy haben. Noch genug Saft für ein Handy und zwei Glücksspiele. Was können wir uns denn da abschauen? Dürfen wir auch hier irgendwie ... Macht ihr nicht so Casino-Streams oder so, ne? Ja, ja, genau. Ich werf noch was hier in den Online ... Die Kohle und die Follower können wir uns abschauen. Können wir dann? Ah, ja, ja. Wenn wir eines klauen, sind es die Follower. Da kannst du aber Gift nehmen. Okay, Miao Ming-Zoo. Entschuldigung. Hallo da, willkommen. Willst du für ein paar lucky Hits? Ah, ja. Das ist Circle One. Lucky Hits? Es ist etwas, was ich fragen möchte. Kennst du einen Bookie mit einem Schmerz auf seinem Gesicht? So, ähm, I know you want to. Okay. This is ... Hi there! Lass mich mal spielen, ein bisschen lucky. Ja. So, ähm, welches nehmen wir denn? Was ist das ... Oh, das sieht mir ein bisschen so aus. Kinder, die sich verprügeln, oder? Das ist quasi ... Das ist die Story dahinter. Ja. Nein, die spielen unter dem ... Ach, das ist ein Brummkreis. ...bärenbaum. Unter dem ... Unter dem Baum ist ein Brummkreis. Unter dem Bärenbaum brummten wir den Kreisel. Das ist das, äh, Alternative Ending zu, ähm, Inception. Mit dem Kreisel. Ja, genau. Das ist ... Ja, jetzt erkennt es. How much are you betting? Wie viel gehen wir denn aus? Ähm ... 50? Okay, wir müssen das da treffen. Also. Boah, ist das spannend. Mit spannend meint das Gegenteil. Haha. Ja, komm. Oh. Miete. Also, dieses Gerät versucht ja schon, das alles in Richtung Mitte zu lenken. Ah, geschafft. Das ist doch mal eine Entschleunigung hier, Pegoran. Wir haben es geschafft. You got what it takes, cutie. Ich kann die Kugel nach unten fallen lassen, wie keine andere. Sie hat mich süßer genannt. Jetzt sind wir angefixt. Jetzt ... Ne? Das ist nämlich der Trick. Come again soon. Ja, ja. Das ist der Trick, liebe Monte-Freunde. Nein, nein, im Ernst. Ihr müsst wissen, wann ihr oben seid. Naja, manche wollen dich vielleicht anfixen, lassen dich gewinnen. Manche haben vielleicht das manipuliert, sodass du am Anfang irgendwie was rausholst. Und damit fixen sie sich an. Weil dann denkst du, ich hab einen Glückstag. Die Glückstränge. Ja, im Moment, er hat die Frisur, teilt er sich mit dem Rechts ... Ja, die teilt er sich. Das sind Brüder hier. Schau's dir auch einmal an. Der Paddor hat ihnen beiden eine Frisur vererbt. Und sie mussten das Beste daraus machen. Ist das das Vorher-Nachher-Bild nur im echten Leben? Als Gutes, es gab zwei Frisuren, aber nur ein Bart. Ja, bei dem haben sie den Bart aufgemacht. Und der konnte sich keinen weißen Fischmodell. Wir reden mit dem halt. Excuse me. Hi. You're talking to me? Uh, yeah. Oh, I wanna have a drink with me? It's going on your table, Abbie. Gregor, der Mikro ist aus, sagt der Chat. Der Mikro ist ... Oh. Ja, es kann sein, dass wir die Mikros leer gelabert haben. Ich habe noch. Ich habe noch. Gut, jetzt ist das schon unsere Zeit. Gregor hat kein Mikro mehr, genau wie geplant. Who said that? Bin ich besoffen? Wer sagt das? Alle Zuschauer vom Nerd unheard, Gregor. Ich kann mich nicht überwählen. Das ist echt gut. Das müssen wir mehr machen. Ich mag den Part, wo du nicht reden kannst. Ey, schau mal. Kannst du sehen, wie dein Magen an Power verliert? Alter. Jede Sekunde verlierst du ein Essen. Das ist ja krass. Normalerweise dachte ich, ist dir nah das Weib, hast du Grimmen im Leib? Ist dir nah das Weib, hast du Grimmen im Leib? Oh mein Gott. Das muss El Bandi sein, aber es kann ... Das ist El Bandi. Es ist so falsch, es kann nur El Bandi sein. Es kann nur El Bandi sein. Kannst du den Effekt sehen? Ich muss nicht mal laufen, damit ich hier meine Energie verliere. Sondern so ist es ... Ja, wir werden ab und zu noch mal die Batterien hier wechseln müssen, werte Zuschauer, weil wir natürlich acht Stunden am Stück normalerweise hier nicht moderieren. Das müssen wir, ja. Ich will Schildkrötenrennen machen. Echt? Ja. Turtelraces, huh? Echt? Ja. Wir haben drei Runden Horse-Dance untereinander gemacht. Dass wir nicht mal ein Schildkrötenrennen machen. Ja, okay. Außer der muss im Leben wirklich was falsch gemacht haben, dass er der Schildkrötenrennen-Chef ist, oder? Naja, weiß ich nicht, vielleicht ist das halt auch hier total der ehrenvolle Beruf. Mein Vater war schon eine Schildkröte. Er darf den ehrenvollen Seitenscheitel tragen. Ey, und hier, was ist ... Quietschen die gerade? Ja, die pfeifen so ein bisschen, ne? Ja. Weißt du, normal was? Ich dachte, die machen ja nur diese ... Die Zahnräder, die sind nämlich gar nicht echt. Ich würde den gelben nehmen, ja. Den gelben, ja. Der gelbe klingt eigentlich immer ganz gut. Gelb ist meine Farbe. Sagt das, was ich auch die ganze Zeit denke. Und zwar César Auditor. Ich bin beeindruckt, dass die Grundspreche von Ryo hat es in 20 Jahren nicht verlernt, seine Zeilen so statisch monoton in Hölzern wie möglich rüberzubringen. I see. Es ist, glaube ich, mittlerweile einfach it's not a bug, it's a feature. Mittlerweile erwartet man das so. Ich würde das nicht anders haben wollen. Oh, da Gregor, da geht er, da tunnelt er sich auf den ersten Platz. Die ersten Flaggen wehen schon. Ja, komm her. Oh, da gab's ja einen Unfall im Tunnel. Oh nein! Man weiß es nicht. Wo ist der Tunnel hin? Oh, die Kamera bewegt sich weiter. Hat er es geschafft? Schneller an Lady Di vorbei. Da kommt er raus. Und ja, er tunnelt sich durch die ersten gelben Zieltore. Jetzt kommt der letzte aufbäumende, Sisyphus-artige Aufstieg. Gregor! Sag mal, ich drück doch drauf! Und er drückt und es funktioniert nicht. Die Kröte will nicht so wie er. Der Kopf, er lässt sich hängen. Die vier Beine paddeln im Wind. Okay, noch ein einziges Mal mache ich das nicht. Ich hasse diese Schneller-Spiele. Da haben wir es. Und Rocket Beans gewinnt die Streaming-Weltmeisterschaften gegen Montana Black. Als er auf dem ersten Platz, die Gelben haben gewonnen. Streamt der vielleicht gerade Shenmue 3 mit 8 Millionen Zuschauer? Wenn hat er das 100-Millionen-fache von uns. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich spiele das nie wieder. Aber das wäre echt mal, das wäre gar nicht mal so dumm, wenn Montana Black die ganzen Dinger hier mal spielen würde. Ja. Ich meine, das würde jetzt wirklich passen. Wäre es deine Prokurrenz? Ich meine, das auch nicht als Gag oder Verarsche. Es wäre wirklich, es wäre mal thematisch passend. Wir können ihm da gerne helfen. So. Ach, ja, das Schildkötchen. Wir können uns gerne mal was beibringen. Dann machst du GTA-Rollplay oder so. Das läuft doch auch immer sonst ganz gut, ne? Ja, das machen ja auch alle. Wir machen es dann, wenn es keiner mehr macht. Okay, ja. Wenn die Konkurrenz weg ist, dann machen wir es. Hat er gerade keine Hand? Hat er keine Hand? Oh, okay. Es sah so ein bisschen aus wie einfach abgebunden. Es war so, ja, das hat von Haus aus, die Eltern haben angefangen, sie ihm abzubinden, weil die brauchen wir ja später fürs Melken oder so. Ja, und vor allen Dingen, dann kann er nicht so viel essen, wenn er keine Hände hat. Es gibt viele gute Gründe für ohne Hände. Also, ich habe jetzt ganz viel von dem hier verbindt. Die haben mir nichts über die Buchmacher gesagt. Kann ich das jetzt eintauschen? Gegen Preise. Hi there. Buy some tokens if you want to play. Nein, ich will es eintauschen gegen Preise. Sind das die Preise? Der Kanarienvogel? Dann sag mir wenigstens, wo der verdammte Buchmacher ist. Excuse me. Yo. Need some tokens? Nein. Actually, I need help with something. Do you know a bookie with a scar on his face? Ain't nobody like that around here, man. No? Bookies need good looks too. Helps close the deals. The ladies will just run if you look too scary. Okay, then. Okay, also du musst gut aussehen, damit du hier Geschäfte machst. Und das erklärt auch den Seitenscheitel, ne? Schau dir diesen Hank hier einmal an, ne? Ja, aber guck dir vor allem mal diesen Blick an. Der hat so ein richtig mieses... Mieses Karma, würde ich sagen. Das war junger Mann zum Mitreisen gesucht, aber mein Gewissen ist nicht mitgekommen, ne? Wenn ich den immer sehe, denke ich mir nur eins. Jetzt hab ich dich! Da hast du aber eine sehr gefährliche Stelle erwischt. Es ist einfach fantastisch. Gregor, warum machen wir keine Filme? Das kriegen wir doch auch hin. Ich hab sogar einen besseren Furzgeräusch. Die Szene können wir eins zu eins kopieren. Wir sagen dann, es wäre ein Hommage. Ja, so wäre ich dann auch immer. Und nur, wir machen es halt besser. Wie wäre es denn, wir machen nur Hommagen? Das ist unsere neue Reihe, der Hommage. Hommage! Es sind einfach nur Zitate an Fürze. Zitierte Fürze aus populären Medien. Die Hommage. Jetzt gerade. H-O-M-Strich Arsch. Ja. Teil 1. Wir können also alle Fürze klauen und einfach neu nachstellen. Finde ich perfekt. Dice. How about a game of roll it on top? Ach, nee, lass mich mal in Ruhe. Ich will in Ruhe in Ruhe spielen. Erzähl mir wenigstens etwas, damit ich den Abendtyp finden kann. Entschuldigung. Hallo da. Würdest du ein paar Dice spielen? Die Regeln sind einfach. Roll ein größeres Nummer als ich und du wirst. Ich brauche deine Hilfe mit etwas. Kennst du einen Bookie mit einem Schmerz auf seinem Gesicht? Niemand ist so wie das in Joy Park. Warum probierst du noch eine andere Venture-Area? I see. Der Ofen. Oh ja, ich habe den Ofen an. Stimmt. Ich wollte dir was reinmachen. Ja, nein, noch nicht. Aber gleich. Danke, Max. Mach da mal was rein. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was der hier gesagt hat. Ja, während Simon seinen Ofen da erledigt. Oh, übrigens, ja. Da können wir nämlich auch gleich noch was zeigen. Ähm, ich spiele mal eine Runde Würfel. Dice. Wie geht es um ein Spiel von Roll it on top? Das können wir doch einmal machen. So. 200, komm. Warum nicht? Mein Turn. Das war schon. Sechs. Total of? Six. Wer weiß, wie das wird sein. Okay, ich brauche mehr, außer aus dem Handgelenk. Neun. Geil. Nein. Ihr habt gewonnen, oder? Congratulations. Oh, ich bin so reich. Your luck is reliable. Will you keep playing? Nein. Maybe some other time. See you then. So, was hat er mir nochmal hier gesagt? Joy Park, Schildkröten. Irgendeiner hier hat Hinweise auf jeden Fall für den Narbenmann. Do you have a moment? I'm looking for a bookie with a scar on his face. Why won't you play with me? Play Circle One with me. Maybe later. Echt nichts, was ihr mir hier sagen könnt. Excuse me. Step right up for a thrilling game of one shot. Alter, hat er rote Augen? Die hat rote Augen. Und seine Backe guckt durch den Schal hier durch. Hat sich deine Ofensituation erledigt? Er hat sich sogar noch verbessert. Aber jetzt... Du hast ihn ein bisschen verbessert, ich hab aber noch was vergessen. Wir suchen hier natürlich noch nach dem Narbentypen. Die können uns leider alle nicht weiterhelfen. Aber wir haben tatsächlich was zugeschickt bekommen. Und das, bevor ich's dann vergesse... Was für jetzt? Ein Shenmue-Paket haben wir gekriegt. Nein, er hat... Ach ja, das liegt tatsächlich, ja, liegt schon eine Weile hier. Das hatte ich auch schon wieder ganz vergessen. Das wollen wir zumindest auch einmal... Da haben wir ein dickes Paket hier gekriegt. Ein Shenmue-Paket. Ja, vielen Dank an der Stelle. Der asiatischen Flagge von Markus geschickt. Ich hab hier die Adresse mal abgeklebt. Ach, schwierig. Also, ja, das könnte ich hier natürlich nicht... Wobei, warte mal, wir können auch mal... Ich mach mal die GoPro hier an. So, das ist besser. Ja, das ist besser. Wir können uns so ein bisschen besser angucken. Ja, Markus hat uns ein Paket geschickt. Und hier, Abteilung Spiele mit Bart. Let's play Shenmue 3. An Herrn Kretschmer und Herrn Katsios. Ist ja mit dabei. Und es ist ein Verpflegungsset. Alter, das ist sehr unfassbar. Das ist ja unfassbar, dass es die in der Größe gibt. Ja, und vor allem auch hier, du hast deine Simon. Nein, da steht ja sogar... Das ist ja unfassbar. Ja, wir zeigen mal. Ah, okay, Respekt, das ist wirklich nicht schlecht. Ja, hier. Das sind Simon und Gregor Schnittchen sind hier mit dabei. Geil. Sehr, sehr cool. Mag man eben. Das sind ja wirklich... Da hat ja wirklich jemand unseren Namen draufdrücken lassen. Genau. Markus L. aus Wien. Ein kleines Paket an Nervennahrung für euch. Ey, ich weiß nicht, ob ich die jetzt aufmache. Ich mach die jetzt auch noch nicht auf. Weil die mir fast ein bisschen zu wertvoll sind, so. Aber, ähm, also ich hab die früher in der Schule immer gehabt. Ich hab immer eins von diesen, ihr kennt die, ne? Von diesen, genau, die Wanner, diese Schnitten. Die irgendwie so, die haben schon richtig viel Power. Und die hab ich dann immer, äh, Scheibe für Scheibe hab ich die so runtergekieft. Äh, nannte das Trant immer. Kiefen. So eine Schicht für Schicht abnagen. Das meine ich jetzt auch noch nicht aufmachen, weil die sind zwar lecker, aber sehr, sehr cool. Danke dir, Markus. Plus Knabbernossi. Oh, die Würstchen, ne? Wurst. Ah, Mann. Original Wiener Knabbernossi für uns jeweils. Ja, okay, die esse ich. Eigentlich will ich ja gar kein Fleisch mehr essen, aber das... Und da werde ich jetzt leider noch nicht zuschlagen im Moment, weil ich glaube, wir, ähm, verzagen auch mit dem Alkohol im Moment eher. Ja, ich trink ja keinen mehr, ist da ein Alkoholfreis dabei. Ansonsten finden wir jemanden, dem wir das unterjubeln. Wir finden jemanden auf jeden Fall nicht. Der Max sitzt drüben, der muss arbeiten. Vielleicht will er ein Bier. Ja. Aber ey, vielen, vielen Dank, das ist wirklich nett. Jetzt, äh, muss ich... Für jeden ein wie Wieselburger Bier. Ein Wieselburger Bier. Ein Wieselburger Bier. Das gute Wieselburger. Ey, vielen Dank. Jetzt muss ich dazu sagen, ich kann's nicht trinken, aber ich geb's gerne weiter und, ähm, auf der einen Seite finden wir es immer lustig, natürlich so Pakete zu bekommen, aber ich fühl mich auch immer schlecht, wenn ihr Geld dafür ausgebt. Es ist so ein bisschen, macht wie ihr wollt, aber ihr müsst das nicht. Ich fühl euch nicht verpflichtet, eure Liebe in Geschenken auszudrücken. Exakt, das Gleiche gilt für, also ich glaub allgemein für die Sachen, das ist eben einige Tage vor dem Let's Play hier aufgetaucht, ohne dass wir was angekündigt haben, sondern einfach mal in Vorbereitung. Also sehr, sehr cool, dass das passiert ist. Ähm, es hängt noch ein bisschen sehr nach, glaub ich, auch vom Spiele mit Bart mit, ähm... Ich geb das mal Max schnell. Ich geb das mal Max rüber, ja. Was denn Spiele? Ja, von dem, äh, natürlich Gabriel Knight. Von Gabriel Knight, weil da haben wir uns wirklich auch genähert von all dem hier. Das will wir heutzutage nicht mehr ganz so machen. Das war, ja, aber es war schon irgendwie geil auch. Also es war geil, weil für uns war's am Nachmittag saufen und dann heimgehen. So, weil du danach auch keinen normalen Dreh mehr machen konntest. Du bist heimgegangen dann, weißt du? Ich bin dann heimgegangen. Okay, ja. Äh, ja, ich geb mal kurz zum Max und geb ihm mal hier das Bier. Ich weiß nicht, ob der das überhaupt will, aber die Wurst auch. Kann ich, jetzt kann ich so ne Wurst mal essen. Das wär vielleicht was. Bist du schön. Dankeschön. Jetzt hier ist auch eine Wurst. Ach, der freut sich. Ach, du bist Vegetarier, ne? Ah. Ja, wir haben noch eins, wenn du willst. Stimmt, der Max. Wolltest du dem Vegetarier grad ne Wurst geben? Na, ich war mir nicht mehr ganz sicher jetzt, wer von uns allen Vegetarier ist. Ich hab grad nur gehört da raus. Ey, ich aber auch, ich hab jetzt aufgehört. Eigentlich hab ich aufgehört, Wurst zu essen oder Fleisch. Nur noch, wenn's wirklich irgendwie, sag ich mal, gute Qualität ist oder ich richtig Hunger hab. Und das geht überraschend gut. Ich hätt nicht gedacht, als ich mal versucht hab, Vegetarier zu leben, hat's mich so abgefuckt. Aber wenn du's einfach so pöpö weglässt, kommst du eigentlich ganz gut rum. Kann man ja als gesundheitlich plus... Alles. Man ist ja mittlerweile informiert, dass das auch umwelttechnisch hilft. Ja, Umwelt hilft, das ist für mich der letzte Kicker. Aber für mich das Primäre ist einfach, dass ich, ich will reich, äh, reich, ich will reich an Gesundheit sein. Das vielleicht. Ich will alt genug werden, um mich digitalisieren zu lassen. Das ist mein Plan. Wer weiß, vielleicht schaffen wir's ja noch in die Zeit. Und dann werd ich für immer euch alle theorisieren können. Digital. Das wär toll. Kann man so schlecht. Ähm, schmeckt gut. Kann man so schlecht, ja. Aber hiermit wird das nicht klappen. Ist ja Dörrfleisch, ne? So in der Form. Kennt man ja. Slim Jims. Lecker. Sehr salzig. Aber das musst du sein. Ich bin zumindest, ne, also, ich werd weiterhin Fleisch essen, nur natürlich ein bisschen bewusster und, ähm, eher, äh, das Kreuz und Quer durcheinander. Ich bin dann mehr so bei Huhn oder Pute dann eher auch, weil das für gesundheitliche Gründe, das Alter merkt man tatsächlich mittlerweile dann eher beim Essen, ne, dass es auch schneller ansetzt. Das war. Aber ich hab, ich hab ein gutes Maß in den letzten Monaten gefunden. Maß 4. Äh, mit gutem Intervall, Intervall fast noch mit dazu. Das machen ja auch viele Leute mittlerweile. Äh, äh, ja, das erzähl ich ja immer wieder gern, mach ich ja irgendwie schon immer, weil normalerweise würd ich nie um diese Uhrzeit essen, weil ich keinen Hunger hab. Aber durch dieses Angucken des Essens die ganze Zeit. Ja, es ist schlimm. Aber es ist super gesund, einfach mal, ich glaub, mehr als plus zwölf Stunden nichts zu essen. Ja, schon. Manche Leute, die haben dann diese 16-Achtteilung, ne, innerhalb einem Fenster von 8 Uhr war 16, 16, ja. Ich hab meist einen Fastentag pro Woche, den ich zwischendurch einwerfe. Und dann vielleicht eine Mahlzeit pro Tag und dann gucken, wie man das verteilt. Aber muss einfach mal gucken, was man sich reinpfeift oder nicht. Muss jeder selbst finden, was für ihn passt, ja. So, das war zwischendurch Eating, aber wir werden nachher nochmal natürlich richtig was, äh, essen. Und Rio, ah, zum Glück im Menü wird ziemlich schlecht. Was bringt die Banane? 60, die esse ich jetzt. So, hat er auch was? Also, ähm, ich weiß zum Glück noch, wo der Penner gewesen ist, äh, von der Demo, die wir gespielt haben. Also, wenn die mir hier nichts verraten, das werden wir wahrscheinlich die anderen dann nochmal erzählen. Oh, vielleicht sollte ich, hm, dass das Laufen Energie verbrät, das find ich ein bisschen scheiße, ne, weil so bin ich ja ein bisschen gezwungen, hier so rumzulaufen, ne, und das ist ja nichts Nervigeres, wenn du von A nach B willst und dann dich nicht rauszulaufen. Ja, gut, aber dann nimm halt immer eine extra Zwiebel mit, in die du reinbeißen kannst. Wie meine Großmutter, ne? Wo ich dachte, ist sie ein Apfel? Nein, sie weiß dann eine rohe Zwiebel. Na, wer macht das? Aber es geht, kann man machen. Es geht. Macht nur keiner mehr in diesem Jahrhundert. Das Gesunde macht einen schlanken Kuss. Oh, warte mal, was war denn hier? Einen schlanken Kuss? Ja, was willst du? Ne, ich hab nur grad gesehen, du kannst anscheinend die ganzen Anleitungen dir nochmal angucken im Nachhinein, wenn du sie schonmal gemacht hast. Ähm, ich nehm nochmal einen schwarzen Knoblauch. Der ist auf jeden Fall sehr gut, wenn wir nachher mit den Damen allen reden. Und wir fragen unseren Freund nochmal auf dem Narben an. Zu Xiong? Was ist es, Ryo? Kennst du einen Bookie mit einem Schar auf seinem Gesicht? Ah, genau. Der schwarzen Knoblauch. Ich werde nie den Muck von seinem vergessen. Danke. Aber es ging fix, ne? Aber es ist ja wirklich einfach fünf Meter entfernt. Wie fies der Typ auch ausschaut. Ey, wie lang wir brauchen, um hier mal so die paar Leute ausfindig zu machen. Das kann doch nicht sein. Ja, wir sind immer zwischen den gleichen fünf Leuten hin und her gelaufen und haben sie ausgefragt. Die stinken alle unter einer Decke. Schauen die an. Hast du noch eine Jackie Chan Mats oder so? Irgendwas, was wir noch nicht gemacht haben? Ähm, natürlich habe ich sowas immer wie das zum Beispiel hier. Mhm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja wirklich furchtbar. Große Qualität. City Hunter. Ähm, lass uns reden, mein Freund. Entschuldigung. Oh, hallo. Wie geht es um ein Spiel mit einem Glück auf den Kopf? Nicht gerade jetzt. Komm, komm, probier es. Ich bin ein Bookie mit einem Schar auf seinem Gesicht. Ach, du bist das gar nicht. Ach so. Es ist wirklich schnell. Von einer, wie Pingpong. Wie Pachinko. Einfach nur von einer, von einem Poller zum nächsten. Eine Kabine neben übrigens geschaffen. Ja, einer der Preise ist der neue Tesla, oder? Da hat also Elon Musk die Idee her. Ey, darf ich mal was sagen? Ich finde den übrigens ganz geil. Ich mag den. Ich würde den sowas von fucking kaufen, wenn ich Kohle und Interesse an Autos hätte. Einfach, ey, allein weil alle über den haten, finde ich den schon saugeil. Ich finde den fantastisch. Oder? Also, ich würde mich so blöd, aber auch geil gleichzeitig fühlen, mit dem rumzufahren. Das ist es. Ich würde das richtig embracen, diese geile Scheißheit, die dieses Auto ausstrahlt. Aber was fände ich das toll? Er hier wäre gerne, weiß ich nicht, Witcher? Juan Xan Chung. Das wird aber nichts mehr. Nee, das wird wirklich nichts mehr. Aber das ist wahrscheinlich der Narbenmann hier. Nee, aber ich mag das Auto tatsächlich auch gerne. Ich habe erst die Memes gesehen und dann das mitbekommen. Das ging es mir auch. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das? Ach, das hier. Ja gut, warum nicht, ne? Hast du die Szene gesehen, wo sie die Scheiben testen, die nicht kaputt gehen? Ah, das war mal die. Das ist so geil. Ja, es war Absicht, dass die nicht kaputt gehen, aber sie sind trotzdem eingelassen. Ja, aber halt auch so geil. Ein geiler, peinlicher Moment. Ja, probierst du. Ja, aber die machen es sogar zweimal. Aber es ist halt, ich glaube mittlerweile fast, es ist zum einen, es könnte geplant gewesen sein, weil es ist so ein meme-barer Moment. Es ist so Popkultur jetzt schon, diese lustige Szene mit der Scheibe und so. Das hätten die auch planen können, im Ernst. Weil damit wird es zumindest, weißt du, damit kannst du es verwerten. Dadurch ist es kostenlose PR. Genau, bessere PR als das kannst du ja eigentlich erstmal nicht bekommen. Alle machen erstmal, oh, das sieht lustig aus, lass uns das Internet voll machen mit Memes. Und dann machen sie Elon Musk die Taschen voll, weil alle das trotzdem bestellen. Elon Musk die Taschen voll. Der macht hier die Taschen voll mit diesen ganzen Subventionen, genau. Der kriegt ja ohne Ende, kriegt ja 860 Millionen Subventionen. Ja, klar. So richtig profitabel von sich ist Tesla ja meistens nicht, sondern das muss ja mit subventioniert und das Leute dann vorbestellen und alles. Wir müssen auch mal was finden, was subventioniert wird. Was könnte man denn subventionieren lassen? Schlechte Witze. Schlechte Shenmue-Witze. Das ist alles, was wir anbieten können. Du bist hier, davon haben wir noch einige aufs Lager, aber wir wollen ja nicht, dass das Silo irgendwann leer wird. Das ist ein schlechter Witze-Silo. Nein, das stimmt. Das muss gären und sich... Stell dir vor, du machst eines Morgens das Silo auf und willst einen schlechten Wortwitz zum Einstieg des Tages machen und da ist nichts drin. Ist nichts mehr drin? Ist nichts mehr drin. Spendet, Leute. Übrigens, rede mit so vielen Menschen wie möglich. Das Spiel gegen Social Awkwardness hier. Oh mein Gott. Reden. Das ist doch die eine Sache. Das ist wie das Kojima-Ding übrigens, ne? Das hat auch Kojima gesagt, das ist ja die Absicht von Death Stranding, weil er so viele einsame Leute dann quasi um sich herum herum hat und dass das Gaming vielleicht auch potenziell vereinsamt. Nein, es soll die Leute wieder zusammenbringen. Das ist es. Ich bin bei diesem Spiel auch... Bei dir ist auch einiges zusammengekommen. Ne, ich kann das Gefühl nachvollziehen. Ich finde nur nicht, dass es unbedingt optimal gemacht wurde. Aber ich weiß, worauf er hinaus wollte, ja. Falls du es bei Gelegenheit mal weiterspielst oder so, also wir werden hier eh auch nochmal für die Abschluss-Podcaste ausführlich quatschen und alles, ne? Und da werden wir es nochmal thematisieren. Und keine Sorge, ich habe den Käse im Ofen nicht vergessen. Naja. Vier Minuten noch. Excuse me. Sonst klopft der Käse später bei uns an. Hey, they land, how about a game? Ein Spielchen, mein Kumpel. Hey, dem kannst du doch nicht vertrauen. Nee. A scarred face. Oh, nicht so nah rangehen, bitte. Ja. Er hätte sich nur die Haare ein bisschen anders gemacht, würde man das nicht erkennen. Nee, er redet immer mit sich selbst. Weißt du, er kann ja nicht mal auf seine Natur als Schönling vertrauen, weil jetzt ist er ja hässlich und vernarbt. Das heißt also, er hat keinen Erfolg mehr. So what? You're not here to play? I'm looking for someone who's seen those thugs. Mhm. Oh yeah, that guy. Ich bin, du bist that guy. Where can I find him? I'll tell you after we play. Okay. Lass uns prügeln. Ja, warum nicht? Ich hab ne Teel gegessen. Jetzt hoff ich mal, weil den hab ich in der Demo nicht geschafft. Aber ich hatte auch nicht so viel Horse Dance trainiert. Die Mucke. Das ist jetzt 80er Jahre Endkampf. Endkampf. Oder wie in der Spielhalle irgendwie. Hab ich ihn oder hat er mich? Er hat dich, glaube ich. Oh nein. Er hat mich gekäset. Scheiße. Oh, fick dich. Yeah, Kung Fu's a little lacky. Is weak. Go train at Marshall Hall and we'll start over. Das ist, er will, dass wir trainieren unbedingt, ne? Das ist so ne Art Gate, wo er sagt. Du brauchst neue Moves. Wo wirst du nochmal mit der Tigerpranke? Das ist doch nicht Schlangenbiss. Was ist das für ne komische Technik? Sag mir, wie sie heißt. Tigerpranke. Die Tigerpranke. Hab ich früher geliebt. Ey, Knochenbrecher waren meine Topf... Ich kannte Jackie Chan nicht, für mich war, aber die Knochenbrecherfilme waren mindblown. Die waren lustig, Karate und das war's. Ja, aber mehr brauchst du ja nicht. Mehr? Und Leute, die anders aussehen. Warum sehen die so crazy aus? Was ist mit deren Augen? Das hat mich damals einfach verrückt gemacht. Das waren einfach Zeitzeugenberichte von vor 800 Jahren. So sah das aus, als die noch gefilmt haben. Und diese Reisbällchen, um die sie kämpfen. Die haben so um diese Reisbällchen gekämpft, dass ich die immer essen wollte. Und wie stark die gehauen haben müssen, dass es immer... Ja, genau. Genau, das war toll. Insbesondere ist es ja aus Schlange im Schatten des Adlers auch einer meiner meisten schauten Filme. Habe ich mir zuletzt sogar auf Blu-Ray nochmal geholt, weil ich den so sehr mag. Und der sah einfach fantastisch. Ich will aber jetzt noch nicht essen. Ich will essen vor dem Typen da oben, damit ich so ein, zwei Trainingskämpfe mache, weil ich brauche mehr Angriffsstärke. Das hat mir ja gezeigt. Das brauchst du. Ja gut, dann schauen wir uns hier so ein bisschen die Gegend an. Aber ja, Jackie Chan sowieso. Hatten wir ja auch nochmal die schönen Kino Plus Specials dazu gehabt. Ein bisschen uns ausgelassen. Diese Essenssache mag ich hier nicht. Die ist irgendwie aufgesetzt. Komisch, weil das finde ich eigentlich noch eine der glaubwürdigeren... Also es ist ein bisschen nervig, weil man es eben machen muss. Aber im Ernst, früher hast du dein Geld ausgegeben für Crab, den du einfach nur mitgeschleppt hast. Und da finde ich es zweckmäßig. Du kannst es auf jeden Fall irgendwie... Also momentan finde ich es noch nervig verbaut, weil das so schnell geht. Ein bisschen gelaufen und halbe Energie weg. Einkampf gemacht, wieder alles vollfressen. Apropos vollfressen. Ah ja, dein Ofenkäse. Mach mal deinen Ofenkäse. So, wie ging das nochmal? Ja, eins ist das Menü. Kann ich eigentlich zwischendurch speichern? Geht das? Nein, ne? Doch. Kann man ja sicherheitshalber mal machen. So, ich gehe mal gleich zum Sparring. Oh, bin ich jetzt da drauf? Schren-Shan-Ssun. What's a bookie's name doing on one of these cards? Schren-Shan-Ssun. Hm? Schen-Ssun was another who traveled a great distance to train here. Mm-hmm. The bookie who runs the Pale Toss game? Indeed. He even earned the ring of second one at Marshall Hall. I don't know where he went wrong. But he's been reduced to a lowly ruined bookie now. Oh. I had no idea. Sadly, his passion and drive left him. Wusste ich ja gar nicht. Es gibt sogar eine traurige Geschichte rund um den Buchmacher. Aber eigentlich wollte ich nur trainieren. Excuse me. Hm. Here to train? Ja. Have you come to spar? Or fight one of the monks? Sparring. Ich glaube, beim Sparring lernt man ja auch mehr. I have the perfect Sparring-Partner for you. This is Red Tiger. Oh. 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 Oh la la. Ich habe auch dir eine Gabel. Du kriegst aber nur die mit Reize. Das ist okay. Danke dir. Weiß nicht, was gerade jetzt hier passiert. Aber du kannst gerne für die ... War das schon der Kampf? Okay, es hat mich gewonnen. Ich wollte eigentlich gerade kämpfen. Warte mal, ich mache mal kurz hier ... Zeige den Leuten mal schön in die GoPro hier einmal rein. Weil das hier ... Es ist kein Ofenkäse, wenn nicht alles zu einer homogenen Masse zusammenschmilzt. Und dann auch sehr schön finde ich hier, wie wunderbar angerichtet, der eiskalte ... Klumpen Marmelade. Klumpen Dip, genau. Dip. Also, es ist nicht geil. Und es besteht nur aus Fett. Aber es war im Kühlschrank und es stand kein Name drauf. Das ist okay. Wenn kein Name draufsteht, ist es zur öffentlichen Verköstigung hier freigegeben. Ja, guten Appetit. Hm. Du hast wieder auch eine Gabel. Ja, ich würde auch mal gucken. So, ähm ... Ich muss eigentlich immer den gleichen Los vielleicht üben. Was macht das denn? Oh, das ist ... Oh, das ist jetzt aber ... Das ist ein guter Lauf. Hier die Kicks und Kicks. Also, es ist ein bisschen merkwürdig hier von wegen dem Ausweichen oder so. Alles ein bisschen limitierter verdient mit den alten Spielen. Es gibt auch keine Ausweichtaste mehr so richtig. Er ist auf jeden Fall angepasst hier alles. Ja, das sind ... Ich glaub, die haben nichts mit Yakuza zu spielen, die Leute hier. Okay, ich hätte es aber gedacht, dass sie das verreißen können. Ja, wäre praktisch gewesen, weil bei den Yakuza-Spielen, da kann man immerhin ... Das kämpft tatsächlich ganz gut. Es ist wohl nicht mehr ganz Virtual Fighter. Nur, das fühlt sich jetzt eher ein bisschen lascher an. Ich denke einfach mal für all die Leute, die nicht Hardcore-Fighting-Game-Sachen sich draufschaffen wollen. Ja, guck mal, meine Angriffsstärke ist tatsächlich ... Verglichen mit der Ausdauer ist die nicht so geil, die Angriffsstärke. So, hast du achterst in deinem Microphone? Ja. Ich hab's eben ausgemacht wegen dem Essen. Ja, ja, ja. Lass es ruhig da, dann quatsch ich dich nicht an beim Essen. Nein, alles gut, ich kann doch gleich ... Nur zur Erinnerung. Ich hab das selbst bezahlt. Ich hab das selbst gekauft. Ich hab das niemandem geklaut, weil schon wieder die Panik groß wurde, dass ich hier meine Mitarbeiter bestehle. Das war lustig. Ist es bestehend, wenn du es öffentlich im Stream hast? Das ist eigentlich ... Ja, das ist eine gute Frage. Naja, ich esse ja schon. Mach doch die typische Trump-Taktik, ne? Wenn du sagst, wenn ich Öffentliches zugebe, kann es kein Verbrechen sein. Ja, ich würde es öffentlich zugeben, wenn ... Warte, warte, warte. Du musst es doch am besten wissen. Ja. Ja. Okay. Schönen Level 10. Schönen Level 10. Zack. Bei den ersten beiden Spielen hast du auch nie erkannt, wann du mal ein Level aufsteigst oder nicht. Irgendwann war auch vor allem angezeigt, du bist besser geworden. Ah, ganz knapp hat es nicht gereicht. Aber Angriffsstärke 2, Kung-Fu Level 4. Der Kung-Fu-Meister hat mir hier gerade noch gesagt, dieser Bookie mit der Narbe, der war auch mal hier Schüler, als ich hingegangen bin. Der ist aber irgendwann vom Weg abgekommen und jetzt ist es alles normal. Es ist also eine traurige Geschichte. Ich glaube, diese Meister, die untereinander haben, die auch so eine Quote, wie viele von deinen Schülern sind superböse, wie sie geworden sind, nur 20%, 30%. Ja, das ist eine gute Quote aber, finde ich, ne? Das finde ich okay. Ein paar werden immer böse. Eine superböse Wichtquote. Du musst ja nur parallel eben dann auch deren Nemesis dann wieder ausbilden. Also dann wird ja alles, gleicht sich dann ja auch aus. Das heißt, wenn du aus Versehen wieder so eine Quote an superböse Wichten geschaffen hast, musst du hoffen, dass einer auch ein supergutewicht wird. Oder was ist das Gegenteil? Held ist das vom Bösewicht, ne? Lieber Quilbel. Da wird sie doch auch ausgebildet, um ein Bild zu erledigen. Du warst nicht. In meinem Kopf war das genauso. Jetzt laber mir nicht voll, ich will kämpfen. Ich verstehe. So, jetzt kann ich doch mal einen herausfordern. Welcher Tiger? Oh, der blaue Tiger ist das schon. Oh, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Oh, der dritte Gorn, dann natürlich, man, du hast dich doch gerade eben... Ich hoffe mal, ich hoffe mal, es ist reich. Komm, mach es. Okay, zeig mir, was du kannst. Gleich hast du zehn. Ich habe irgendwie einen Move gewechselt. Oh, deine Energie. Gut, weiter, mehr noch. Ach, das war so knapp, Alter. Was soll denn das? Ich habe alles poliert, was ich kann. Lass mich raten, mein Essen ist wieder komplett weg, oder? Oh, 399. 4 Knoblauch 10. Für ein Halleluja. Mach es. Komm, hau sie dir rein und dann geh nochmal in den Kampf. Ups. Hammer. Ei, Knoblauch ist ja Preis-Leistung. Knoblauch ist Preis-Leistung, das ist wirklich am besten, aber ich speichere trotzdem auch einmal ab, wenn das alles scheiße läuft jetzt hier. Ähm, Maschine einschauen wir mal, das. Speichern. Du hast recht, wo du eingangs gesagt hast, wahrscheinlich, wenn wir jetzt schweren Schwierigkeitsgrad gemacht hätten, du würdest sofort deine Energiewehr weg, mit jedem einzelnen Treffer müsst du von vorn anfangen. Das ist nicht nice. So, ich probiere es nochmal in den Kampf, sonst müssen wir nur eins, zwei mal trainieren. Weil dann sollten wir genug haben, um zumindest den Buchmacher zu schlagen. Da guckst du mich an. Okay. Was haben wir trainiert? Ellbogenschlag oder so, ne? Dann können wir es, glaube ich, auf den Quick. Da ist er. Da ist er. Oh, knapp war das. Alter, hast du es ihm gegeben. Das war knapp, ey. Well done. You defeated Blue Tiger. Your rank rises without objection. Thank you. Ohne Einspruch. But this is not the end. Far from it. Gut. Meinem Kung Fu hat das überhaupt nicht geholfen, ne? Es geht nur mit dem Sparring. Ah, das hast du gut gemacht, Mann. Ja, aber immerhin fühle ich mich besser. 3,99 wieder. Ja, Angriffstärke 2, Kung Fu Level 4. Also steigt wirklich nur mit Training. Da muss ich noch ein, zweimal Training machen. Das ist nervig. Hm. Here to train? Ich muss mal eins sagen, dieser Käse, der liegt mir jetzt schon schwer im Magen. Hat der schon gestopft jetzt? Also nicht nur das, ich bereue ihn jetzt schon. Es ist furchtbar, ne? Dieser, warum, warum habe ich mir das angetan? Oh. Panade mit Fettgepill. Ja, das schlechte Gefühl und gewisse nach, wo du sagst, es hat sich nicht mal gelohnt für das Essen, dieses Gefühl danach. Es hat während des Essens schon nicht so geschmeckt. Oh, ne, jetzt fühle ich mich noch schlechter. Aber ich bin dafür nicht mehr ganz so hungrig. Du hast committed immerhin zum Essen. Ja, aber ich muss kleben. Also ich hätte lieber mit dir asiatisch, das wird, glaube ich, besser nachher. Ja, das können wir nachher machen. Oh, mein Gott, das war eine Schlechtige. Das hat überhaupt nicht geschmeckt wie die Sachen, die ich im Spiel gesehen habe. Wir hätten bei Shenmue bestellen sollen. Ja, wir hätten hier einen Koch, der uns einfach im Wok parallel mal geiles, geilen Tofu. Oder geil wäre auch, wenn wir immer das essen müssten, was wir im Spiel essen. Oh ja, Knollen. Ja, okay, für jeden Knoblauch müssten wir dann einfach ein paar Zeilen herbeißen. Oh, das war gut. Das hast du gut gemacht. Ab und zu taucht das mal, damit du auch die Eingabe üben kannst. Aber eigentlich kannst du das auch so die ganze Zeit machen. So, reicht das wenigstens für einen weiteren Level? Alter. Na ja, komm, aber wenn du das doch einmal machst. Einmal muss ich noch. Je höher deine LP, hatte ich die nochmal vorher gemacht? Ich glaube, ich habe gar kein Essen mehr da, ne? Übrigens, Knoblauch, weil gerade über Knoblauch geredet wird, ist halt saulecker, wenn du dir das in den Ofen einfach machst. Ja, wirklich? Äh, gekochte Knoblauchzehen, die sind so weich und flutschig und die haben überhaupt nichts mehr von diesem scharfen, die haben nichts mehr von diesem dickigen, knoblauchigen. Also, du stinkst danach, ne? So geil. Ist es mehr allgemein. Würst du da nochmal ein bisschen mit Knoblauch mit dazu? Nein, mach dir was. Hau die ganzen Zähne einfach rein. Mit Haut kannst du die sogar reinmachen, weil du die ja eh so ausquetschen kannst. Doch, 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 Chat. So ist es. Hört auf Simon, sagt. Helfind. Ey, hier lernt man auch was, ne, beim Zugucken. Das ist nicht so einfach Shenmue. Lass mich mal gucken, ob jetzt 10.000 Leute von Montana Black zu uns rübergekommen sind. Natürlich. Die hören das, dass da gehatet wird. Da wird nicht gehatet. Da kommt der Gegenschütztor. Da wird zitiert. Naja, ich glaube, wir haben viele gute und viele weniger gute Sachen gesagt. Also sind wir so mittel. Wo sind wir Mitte angekommen? Ah. Wo sind wir? ... ... ... ... ... ... Du lachst, Mann. Gut, 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 gut. Cool, Leute. Ich kann's für den Konter sogar noch perfektionieren, aber ja, das kann man aber auch im Kampf tatsächlich gerne machen, hab ich gemerkt. Immerhin, hier steigt auch unser... Lass uns bitte ja, das find ich gut. Plus vier Konterangriff. Angriffsstärke. Das sollte reichen hoffentlich jetzt für den Scheiß-Buchwahrer. So, jetzt hab ich natürlich... Jetzt muss ich noch mehr Knoblauchzehen kaufen, weil ich hab alles gegessen, was wir hatten. Ach ja, komm, da lauf ich das mal, egal. Oh, warte mal, Schnellreise ging doch auch, oder? War da nicht was? Wie ging das mit der Uhr? Sprungsystem. Ziel wählen. Okay. Achso, ach, das geht nur, wenn du irgendwo bewegst dich zum Zielort und zur Zielzeit. Kannst du auswählen, wenn du eine Technik aktivierst. Also, wenn wir irgendein konkretes Ziel haben, wo wir hin müssen, aber das haben wir ja noch nicht so direkt. Ja, mein Freund, das wird wirklich... Kannst du hier einfach Gras essen? Oder Schmetterlinge da rechts. 73 hab ich. Schmetterlinge, einfach mal Mund aufmachen und durchs Feld laufen. Ein paar werden schon hängen bleiben, ne? So haben das unsere Vorfahren gemacht. Sind sie mit offenem Mund durch Felder gelaufen, um sich an Schmetterlingen zu laben? Wurde mir das erzählt. So war es überliefert damals. Essen. Haben sie Essen? Excuse me. What is it? Ich will kaufen. Ich will kaufen. Ich bin hier, um zu kaufen. Hm. Was hast du? Knoblauch! Wo ist er? Da. Neun. So, wie viel kriegen wir denn dafür? Oh, wir haben ein Chor dann nur noch übrig. Wir haben... Wie viel gekauft? Acht Stück. Sieben Stück. Ähm... Kaufen. So bist du ein bisschen wie die Knoblauch-Variante von dem Typen, der bei Rügenwalder in die Mühle kommt und alle Fettwürste gekauft. Alles. Was mir am meisten gefällt an dieser Werbung ist noch, ne? Die zwei alten Damen, nachdem er alle Würste gekauft hat, die ihn so angucken. Ja, das ist ein Mann von Welt. Der hat's drauf. Guck mal, wie viele Würste der schafft. Wow. Mein Mann schafft nur zwei. Und dann, also, wenn du es dir ganz konkret überlegst, der geht ja dann zurück in den Park zu seinen Landstreicher-Freunden in der roten Plastikmühle. Genau. In der roten Pappmühle. Weißt du, was das eigentlich in echt ist wahrscheinlich? Das ist, das sieht ja eher aus wie so ein Ding von Minigolf, ne? Und das sind einfach so Minigolf-Besatze. Die haben eine Minigolf-Anlage dann im Schlag genommen. Das ist eine alte, verlassene Minigolf-Anlage. Da leben die. In der Pappmühle. 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 Und fressen den ganzen Tag Streichwurst da. Nur. Wurst. Aber nur Wurst. Ah. So. Du hast so viel Essen hier und dann gibst du mir nix abhängen. Ohne zu bezahlen. Sonst muss ich wieder Holz hacken gleich nachher. Oder Kräuter suchen. Das geht natürlich auch. Haben wir denn mit den Kräutern überhaupt schon Geld verdient? Ich hab verkauft. Ja, du kannst sie bei denen verkaufen. Wenn du auf kaufen gehst, dann kommt ja auch ein Verkaufen-Button. Aber es hat kaum Geld gebracht irgendwie. Unser Lakrit und was war die andere Blumenmischung hat irgendwie so 30 gebracht oder so. Also für den Aufwand. Da rumzulaufen hat es sich nicht wirklich gelohnt. Da hacke ich lieber Holz. So, aber. Ich laufe jetzt nicht, weil ich meine Energie nicht extra verbraten möchte. Und wir fordern den noch einmal heraus. Den alten Kupferstecher hier. Ich gehe langsam. Das bedeutet, ich meins ernst. Aber energisch. Man sieht schon. Ja, das ist schon mit Absicht. Kurio ist auch größer geworden. So, ich werde auf jeden Fall, falls ich verliere, speichere ich. Dann lade ich neu, weil ich fressen die noch einmal mehr. Wäre schon lustig, wenn dieser Knoblauch dazu führen würde, dass auch keiner mit dir reden würde. Ja, das wäre so der Insta-Kill. Da fallen sie schon tot um, bevor du angefangen hast. Im richtigen Schaden. Ich schaue jemanden, der diese Knoblauch gesehen hat. Beut mich und ich werde dir sagen. Beut mich und ich werde dir sagen. Ich kämpfe dir. Du bist auf. Okay, sie ist gut. Oh, oh, schnell. Nein! Ich hab doch geblockt. Es ging um ein oder zwei Schläge. Es ging um ein oder zwei Schläge. Ey, das ist so fies. Ich lach jetzt noch mal neu. Du alter Sack. Nee, das mein ich noch mal. Geh es mal so auf die Nudel, ey. Wir laden. Das war hier, ne? Äh, ja. So eine Scheiße. Ja, weil das bietet sich doch an, es zu verwechseln, speichern und laden. Dass du da auf einem Menüpunkt links, oder? Ja, warum hast du nicht einfach, dass die links und rechts sind zum Ausfehlen, sondern du gehst es im Menü nach links und rechts, hab ich auch noch nicht gesehen. Aber das ist Yuzuzuki, der hat sich was dabei gedacht. Mmh. Oh. Wir treffen uns wieder. So. Entschuldigung. Hey da! Hey du! Hey du! Ich schaue jemanden, der diese Thug gesehen hat. Biss mich, und ich werde dir sagen. So. Du bist auf. Also, blocken bringt nicht wirklich viel anscheinend. Ja, jetzt hatte ich es schon drin geblühen. Oh, oder auch nicht. Not bad, I guess. Shit! Oh! I'm impressed. Oh! You're weaker than I thought. Oh! Okay. Arschloch. Da soll einem einer sagen, du kannst mit einem Move keinen Kampf gewinnen. So, jetzt zeig ich's dir, ich hab dich gekillt. You're pretty good. Ja, wusste ich doch. Not yet. Okay. I think I can recall some things now. Okay, ja? Was? So, where can I find someone who saw the Thugs? Oh, right. Witnesses. I heard they gave the bookie running the flower, bird, wind and moon games some trouble. Selbst das Internet hat abgebrochen. Where can I find this person? I've only seen him when out drinking. Have no idea where we are. Oh, really? Dann geh doch mal trinken. Aber das heißt ja dann, wenn er ihn beim Trinken gesehen hat, muss der ja irgendwo in der Trinkhalle. Wahrscheinlich. Ich will einmal sein Minigame hier machen, oder? Ja? Hallo, werfen wir? Ah, Moment. Ich hab nur noch einen Cent über. Ja, aber das reicht doch. Ich brauch zehn. Zehn. You got no cash? I'll come and play when you have some bugs. Nimmst du auch Knoblau? Bisschen Cash für eine gute Sesh. Kannst du mir hier gerne geben. Also, die anderen Buchmacher sind ja die, die wir da unten gesehen haben beim See. Oder am Fluss, besser gesagt. Vielleicht könnt ihr mir direkt was hier nennen. Weil andere Spielhöllen kenne ich nicht. Oder war das der Typ, der direkt neben ihm stand gerade? Dann ärgert mich das und läuft jetzt zurück. Nehmt ein paar Tokens? Nein! Auf jeden Einwohner kommen zwei Buchmacher hier. Ah, ich schätze mal jetzt, wir können jumpen. Ähm, das machen wir mal, ne? Oder wollen wir hier noch? Ja, doch. Lass uns ruhig nutzen. Sieben Uhr fünfzehn. Abends. So. Wer könnte das sein? Ein Er, das ist es, ne? Der hier. Ach, der hier? Das wäre ne Frau. Wo kann ich zu dem hingegangen? Holy shit, was geht denn da ab? Der trägt aber die Hemden eng heute. Das ist krass. Bisher ist ein Kerl des Films. Ja, doch, ne? Heutzutage. Egal. Ja. Geil. Ja, mein Süßer, dann machen wir das. Mhm. Terrible. Das können wir machen, ich hab ja noch genug Tokens. 50, mir mein ich. Ja, was machen wir jetzt hier? Der Chat sagt mal ganz schnell, was ihr wollt. Ja. Blumen, Wind, Mond oder Adler. Was wäre euch genehm? Ihr könnt auch Farben nennen. Könnt ihr mal gucken. Ja, Farbe ist auch. Aktuell, Mond und Blume. Führt. Die Farben bringen mich jetzt ehrlich gesagt durcheinander. Ja, ich erwähne es gar nicht. Ich seh viel blau. Ich würde sagen, die Antwort ist ganz klar. Ja, weil wir blauer Wind. Eindeutig. Eindeutig gewonnen. This one. Wenn wir scheitern, ist eure Schuld. So, und jetzt darf ich... Ach, das Viruletten. Das wird jetzt so rumgerollt und es bleibt in einem Händen. Das ist ein schönes Spiel. Oh, interessant, ja. Ach, und deshalb hast du auch diese Aussparung in der Mitte. Ja, damit es hängen bleibt. Interessante Glücksspiele. Aber ich habe nur 25% Chance zu gewinnen. Das ist wirklich nicht ganz so. Musst du noch irgendwas drücken? Nö, er macht jetzt erst mal. Das dauert aber lang. Oh! Oh, so knapp. Kacke! Warum habt ihr nicht grün gesagt? Bird. Bird. Bird is the word. Too bad. That one goes to me. Okay, also bei ihr oder ihm passt die Stimme halt wirklich gar nicht. Wir hatten mit jeder Auswahl an Sprechern wahrscheinlich gesagt. Ja, ist okay. Grummel mal ein bisschen. Muss ich das jetzt tatsächlich gewinnen? Ich mache nur 50. Die Chance ist einfach nicht groß genug. Also grün kann es ja wahrscheinlich nicht nochmal sein, ne? Wieso? Meinst du, dass du... Okay, die Chance, ja, aber... Ist immer dieselbe. Ist ja ein Videospiel. Vielleicht machen sie das einfach von nach oben an. Ach, das geht stochastisch irgendwie. Da ist immer der... Ja, komm, grün. Gausscher Weichzeichner drüber. Und dann geht das schon auf 50. Coming in. So. Grün, 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 grün. Grün, 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 grün Grün, 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 grün Grün, 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 grün Grün, grün, grün Grün, grün, grün Es wird eng Grün, grün Grün Ja Geil Alles nur Hier Brokkoli Ach nee, Vogel Hammer ey Wohnzimmer front Na also da würde ich aber gerne Das würde ich einfach so sagen Vor Gericht müsste man das alles klären Genau das wissen wir schon Ich hab gerade gelesen Statt lange Haare, lange Hände Statt schon, okay Das Sonnenblumenfeld Einige Tage sind wir hier Ja, also alles nur um zu erfahren Dass die jetzt in Sonnenblumenfeld gegangen sind Die glatzen Spinnentattoo-Mann Und der Langhaar-Mann Können das Chai und Lan Di sein, oder? Ich glaube die sind aber Das ist zu niedriger Aufgabe jetzt für die beiden, oder? Ja, glaubst du wirklich Die machen hier so Vasallen-Arbeiten Ja, da hast du eigentlich nochmal Selbst für Chai ist das ja schon Der macht sich doch hier nicht Den Buckel noch buckliger Um hier diese kleine Mini-Aufgabe zu erledigen Na gut, Shenhua Dann machen wir einmal Schlafen So wie sich's gehört Wo ist das überhaupt? Danke Also Kinder, alte Frauen und Sonnenblumen Aber jetzt erst mal schlafen gehen Ja Weißt du, die Sicherheit der Kinder Die ist mir wichtig Aber nicht wichtiger als mein Schlaf Um vier nach neun Acht Stunden jeden Tag Ohne 16 Stunden täglich Schaff ich's einfach nicht Oh, nähst du mir da was gerade? Strick da ein bisschen Sie macht dir die Häkeleien So, zieh deine Schuhausdrehung Die strick an Rios Plot-Armor Ja Wenn du diesen grünen Sweater trägst Kann da nichts passieren Dann lassen dich alle Frauen in Ruhe Und Knoblauch gibt dir doppelte Energie Ja genau, nimm ganz viel Knoblauch Ja Die tut doch nur so Die weiß gar nicht wie das geht Ja klar, dann muss das eine Muss das andere Ja, ich hab's doch genau gesehen Du nimmst die Nadeln Und dann klackst du die aneinander Einfach Das hab ich in Biologie gelernt Mit dem Vögel und den Bienen Und den Nadeln Hey Xinhua Ist der für mich? Was ist es, Ria? Sieht toll aus Es wird wirklich kalt At night, nicht wahr? Und Pitchblock Wenn die Sonne zählt Du solltest nicht nach der Nacht Good point Es gibt auch keine Streetlights Out here either Everyone Turns in early too Well aside from Sunset Hill It's always busy out there Really? What's the attraction out there? The bars that open up at night Oh There are bars in the village Wo? Sure are That's where all the adults go to drink and talk Loudly Do you want to go see it for yourself? Hmm Okay I'll check it out I'll go with you when you do You will? Was mit 16 in die Bar? Ich bin mir da auch nicht sicher Ob sie wirklich Jetzt sollte Tell me about where you were born You want to know about your Koska? If that's where you were born Then yes Yeah I was born there What's it like? Hier gibt's sehr viele Restaurants Und ähm Gift Shops Hm Ja Die spielen halt auch Äh Ja erzähl mal Ich erzähl mal ein bisschen Über die Freunde kommen Guisan und Ja Mal sehen was er über Nozomi sagt Wie er das formuliert Oh ja Jetzt sieht's aber noch mal Verdammt Ich hab keine Ahnung was das war Ach Nozomi Harasaki Das fällt dir jetzt ein Na gut Dann gehen wir mal In die reizende Nacht Und reißen auf Was aufzureißen ist Aber vorher setz ich mich noch Ja und ich zieh noch einmal Meine Schuhe an Damit ich sie gleich wieder ausziehe Ähm Heißt das aber Ich kann in alle anderen Räume Ohne die Schuhe anzuziehen Weil hier auch Ne Seine Doch Hat er sie noch an Doch ne Hat er sie an Da hat er die Schuhe an Aber das ist äh Schengmoura Ist das okay Das ist okay Hauptsache Die hat da so einen Putzroboter Du willst doch nachts jetzt auf die Wir gehen jetzt schon schön Ja ja Auf die Pirsch Denn man weiß ja nie Was man da so alles aufreißen kann Geh schon Wir wollen heute Nacht nicht schlafen Ah Ein Kondom Ein Kondom Für den Schlaf Für den sicheren Schlaf Ja für den Schlaf Für den Schlafen Mit dem Kondom Ey Er hat sein Kondom dabei Weil er nämlich in Klamotten immer schläft Er hat quasi Aber er zieht die Jacke aus Ey Ganz im Ernst Das ist mal eine sinnvolle Ergänzung Endlich zieht er die Jacke aus Bevor er schlafen geht Das war ein Stress doll Im Kickstarter War es wirklich? Nein Aber dafür hätte ich gespendet Ich hab übrigens auch gespendet Und hab das Spiel nie abgeholt Aber gut Das ist ein anderes Thema Ich hab ja meinen Code ja nochmal dann weitergegeben Ich hatte ja auch zum Glück Stimmt ja genau Ich müsste aber eigentlich auch einen bekommen Du müsstest eigentlich einen irgendwo mit einer E-Mail nochmal verbunden haben Ja ich hatte auch zuerst im geistigen Wahn Als es angekündigt wurde Ja gleich schon eine der höchsten Stufen Dann bin ich drüber geschlafen und gesagt Ach das Spiel reicht mir auch Ja ich bin auch Das Spiel ist auch genug Was ist denn jetzt Gregor? Ich will jetzt ehrlich rausgehen Du hast mir Party versprochen Ein Kondom Ein Kondom Für den Schlaf Für den sicheren Schlaf Es tut mir leid Ich hab dieselbe Minimatz Die mir hier zweimal angezeigt wird Das ist vielleicht eine kürzere mit dem Kondom Weird Man muss mit Weird nochmal über die Minimatz Beschriftung reden Na gut da steht da steht da Kondom 1 und Kondom 2 Exakt Das ist einfach die gleiche nur kürzer Beyon See you later Yeah See you soon Koch war schönes Vibe Also die kommt ausnahmsweise mal nicht mit Ähm Oh Aber jetzt sind wir nicht abends trinken gegangen Ne Er hat ja gesagt beim nächsten Mal Beim nächsten Mal Beim nächsten Abend Ja Jobs Was für Jobs gibt's denn hier? Oder wo springt Oder Ach Toll Also er springt mich dann direkt dahin Aber das will ich jetzt nicht machen Oder Nochmal Holz hacken Komm jetzt bist du schon hier Das geht doch schnell Excuse me What is it? I'd like to help you split some wood Siehst du der Der Mann hat nur einen Holz Einen haushohen Holzhaufen Das muss mehr Das muss für den ganzen Sommer reichen Meinst du die letzte Stufe ist Dass wir sein Holzbein hacken müssen Oder so No 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 Ich bin dein Endgegner Mein Bein Now I have one last Task for you Ja My leg It hurt Mhm Yes Deswegen freut er sich Rüber so Good Das heult schon auf die Nahen der Amputation Zack Yes Kostenlos Und günstiger Als der Doktor Yes Bam Mhm Ah Ah Das war aber nix Abgerutscht That's it Ah Das ist mir perfekt Das Holz, hack das Holz, hack, hack. Hack, Holz muss gehackt sein, hack, 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 das Holz, hack das Holz, hack the planet, Holz muss gehackt sein. Hack the planet. Wenn Computerhacker tatsächlich mit Äxten hacken müssen. Auf den Computer, ne? Und! Geil! Und der Letzte! Wer trägt jetzt so ne Hosen auf? 168. Wer trägt so ne Hosen auf? Das war gutes Timing. Du bist ein bisschen stolz auf mich. Das hast du gut gemacht. Habt ihr nicht mit gerechnet, ne? Ja, es ist wirklich nicht viel. Was hast du grad? 60 Cent hab ich grad gekriegt. Du hast gesagt noch einmal. Ne, 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 ne. Ja, ich zwinge dich zu nichts, aber die Gesellschaft zwingt mich, ne? So. Es wäre sehr lustig, wenn der jetzt hier auch gleichzeitig am Tresen sitzt. Okay. So, kann ich zumindest, ähm, kann ich einkaufen denn? Also, ich würd mir schon vielleicht nochmal ein paar Knoblauchzehen mitnehmen, wenn wir schon zum Sommer. Geh mal, nimm so viele mit wie geht, nimm den ganzen Bund mit. So, soll ich hier. Knoblauch, Knoblauch, komm, beweg dich. Alter Mann ist kein D-Zug. Setzt dich hin? Setzt er sich auch richtig? Oder rückwärts sogar, den Riker-Move ein bisschen. So, dass es hier keine Lehne gibt. Ja. So. Also. Excuse me. What is it? Einkaufen. Ich guck mal, was ich noch verkaufen kann an Sachen. Ja, alles raushauen. Kräuter. Also. Ich kann wirklich nur Kräuter verkaufen. Ich kann noch ein bisschen Lakritz. Ich hab noch einen Lakritz. Hau alles raus, würde ich sagen. Und das war's dann, ne? Boah. Sonst müsste ich noch einfach viel mehr sammeln. Aber das machst du ja eh. Für ganz, ganz viele kriegst du hier 375 teilweise. Oder, oh, für sowas hier Kenchuzu 450. Also musst du ohne Ende diese scheiß Pflanzen sammeln, Alter. Oh. Ich denke, die wirst du auf dem Weg, viele, viele davon wirst du auf dem Weg einsammeln. Da musst du immer aufpassen. Durfte ich nicht noch mal verkaufen? So. Du wolltest vielleicht noch Knoblauch kaufen. Ja, ich wollte Knoblauch kaufen. Ich wollte Knoblauch kaufen. Ich hab mich gleich rausgeworfen aus dem Menü. Du versteckst den Punkt kaufen hinter dem Oberpunkt einkaufen. Und hast verkaufen auch unter einkaufen. Deshalb, ach. Na gut. Wir können uns auch ganz ein teures T-Shirt hier kaufen. Da haben wir ein blaues T-Shirt, was wir anziehen können. Das ist aber wirklich interessant, dass wir plötzlich Klamotten ändern können. Das finde ich schon schön. Selbst wenn es nur wenig ist, was man damit machen kann. So, hab mein Essen gekauft. Finished. Äh, ja. Ich glaube, wir können sie sogar... Wir haben ja eine durch den DLC, eine andere Jacke, die wir theoretisch anziehen können. Wo war das? Ist es hier? Gegenstände. Wichtige Gegenstände. Okay, das ist nur unser Gabelstapler. Wo ist das denn hier? Kleidung wechseln, genau. Dass es auch da geht. Du kannst auch nur mit dem Schatten... Ne, das ist lame. Schon runter. Da, genau. Das ist doch mal ne Jacke. Oh, das wirkt so falsch gerade. Aber ich bestätige mal. Ja, gut. Alter, das wirkt sehr komisch gerade. Give him heaven. Schau dir das mal an. Es zieht sich alles in mir zusammen gerade im Moment ein. Ey, es ist so ein bisschen wie give him hell, nur mit heaven. Ja, give him heaven. Ja, give him heaven. Bin mir nicht sicher, ob das so sein soll. Moment, warte mal. Also, ich dreh mal um, damit wir mit der Kamera auch mal näher rankommen. Also, give him heaven. Ist das die Enola Gay? Also das Schiff, was die Atombombe über Japan hat abfliegen lassen? Ja, stimmt. Ask and it shall be given to you. Das war eine weibliche Pilotin, die auf dem Cockpit oben saß. Ja, ganz genau. Ich erinnere mich. Ask and it shall be given to you. Wer hat denn nach einem Kamikaze-Flugzeug gefragt? Das ist eine sehr seltsame Jacke. Die ist so ... Von den Aussagen her ist die ... Aber sie hat wenig Patches. Ich finde, da könnte man noch ein paar Patches kaufen. Ist das eine Triforce? Aber nee, es ist noch ein Patch dazuschen. Ich dachte also, hier ein bisschen Zelda represent. Air Force. Triforce, Air Force, ja. Wir wissen gar nicht, was es ist, aber ... Schlangen, Yokoska-Pork, Shin-Yokoska. Ja, das sieht tatsächlich wie so eine Yokoska-Jacke, die du da kaufen kannst. Er schmückt sich mit fremden Federn. Er trägt ... Weißt du, in dem Krieg war er nicht. Er ist nie in den Spitfire geflogen. Er war nie eine Frau in einem weißen Kleid. Und trotzdem gibt er ihnen heaven. Give him hell, Leute. Doch nicht heaven. Give him hell. Straight from heaven, give them hell. Das würde funktionieren. Eigentlich schon. Give him heaven. Also, hier sind die Bösen, oder was? Ich raff's nicht. Ich hör schon auf. So einen Scheiß, den kannst du aber tatsächlich in Yokoska kaufen. Ich hab sogar die Zippo-Feuerzeuge gefunden, als ich da war vorletztes Jahr. Oder letztes Jahr, besser gesagt, wo wir sie aufzeichnen. Ähm ... Zippo-Feuerzeuge und sehr viel Memorabilia, weil das ja alles nah von dieser US-Basis ist. Ne? Aber nicht zu Shenmue, oder? Merkwürdigerweise. Das würde ich nicht verstehen. Ja? Ich schaue auf die Sunflower Grove. Es ist da. Okay, danke. Du sollst nicht mit Fingern auf Sonnenblumenfelder zeigen. Also, die Richtung. Stimmt, hier weiter sind wir ja auch noch nicht gegangen. Aha. 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 Und was geht hier? Hm. Entschuldigung, ihr Haus hat Kürbisbefall. Das ist keine Axt. Ja. Soll dir jemand sagen, dass er einfach ein Stück Holz in der Hand hat, statt eine Axt, oder einem Hackeball? Ähm ... Was rieche ich da? Ausländer? Pardon me. Kann auch nicht reden. Okay, sie klopft Stroh. Ähm ... Schindeln. Ich glaube, das heißt so. Sie macht Schindeln für die Dächer. Scheiße, so heißen die, ne? Aber das heißt irgendwie so ähnlich. Äh, Schindeln hätte ich aufs Holz eher gedacht. Also dieses, ne, dieses ... Ja, ich weiß, was du meinst. Dass die, 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 die Ehren verprügeln. Äh, sprügel auch nur wegen Ehre, weißt du? Ja, siehst du, da kommt das nämlich her. Gut, also, Oma kloppt hier weiter. Kann ich eigentlich bei ihr einfach hier rein? Dreschen. Dreschen ist auch eine gute Idee. Soll ich schon mal dreschen? Mit Dresche, Dresche ist auf jeden Fall das, was ... Ja, ich glaube, Dreschen ist ... Oh, hier wird auch der Lehrer ... Der Lehrer hier geben. Kann ich eigentlich hier jetzt raufklettern? Das hat sie ja gesagt. Dass ich hier ab und zu mal rauf soll und gucken ... Nee, geht gar nicht, ne? Irgendwann? Kein Button erscheint. Leider nicht. Unsteigbar. Also, ich glaube, das ist hier richtig. Ich guck noch mal kurz aufs Schild. Aber da stand Sonnenblumenfeld. Ah, nee, das war der Pandamarkt, war da. Der Man-Huan-Tempel und die Sunflower-Growth ist ... Der rechte Weg. Genau. Da sind die Kinder. Was ist da so ein bisschen ... Oh, schön. Springt die auf einem Bein herum? Ja. Die haben sich alle gleichzeitig das Knie geboren. Raubt ihn aus! Esst sein Schienbein! Das sind vielleicht die Gangster von denen. Sorry. Ja. Ja, komm, versteck dich. Ja, gut. Dann versteckt euch mal. Wirklich? Dann spiel ich mit euch. Ey, du hast recht. Das sind die Gangster, ne? Normalerweise sind es ja zwei Gangster. Aber die haben sich einfach auf die Schultern gestellt. Das ist kein gutes Versteck, Kleine. Man sollte nicht ... Ach, das ist furchtbar. Man sieht doch vor allem, wo sie sich verstecken. Ja, vor allem jetzt so ein Springenversteckspiel, wenn ich schon sehe, wo sie sich verstecken war. Im Feld. Hinter dem Karren. Hinter der Leiter oder auf dem Dach. Oder vielleicht auf dem Dach, ja. Nee, einfach nur an der Leiter. Solange ich mich festhalte an der Leiter, reicht das schon. Und den letzten seh ich nur nicht. Also komm, hol erst mal den Schlocken da vorne hier aus dem Feld raus. Ja. Kommst du mal raus aus dem Feld hier. Hier reingelaufen. Sowas habe ich immer Budi im Kopf. Was machst du denn du im Heckenlabyrinth? Irgendwie so. Was soll denn dies hier? Ja, wie beim Landwirtschaftssimulator. Ja, genau, genau. Ich such mal nach. Game one Budi Heckenlabyrinth. Hecke. Konzept Heckenpenner. Da ist sie. Krass, gibt's nicht. Oh. Gibt's nicht mehr? Aber schlägst Fernseegarten gibt's da noch, sehe ich. Ja. Du hast mich gefunden. Wo sind die anderen? Ich kann dir das nicht sagen. Das ist schade. Das ist schade. Das ist schade. Entschuldigung. Statt Game one hast du GameStar. Das ist schade. Die sind mittlerweile komplett gepurcht vom Internet. Schade. Aber das finden wir bestimmt auch auf MTV.de oder so. Nein, auf diese Seite gehen wir nicht. Die ist geblockt hier. Okay, das eine Million habe ich gefunden. Das will natürlich nicht verraten, wo die anderen sind. Ich glaube, der eine Junge. Aber das Schöne ist, dass der MTV Landwirtschaftssimulator Song immerhin da ist. Der Song ist immerhin da. Krass. Soll ich mal rüber? Nein, nein. Alles gut. Ich guck nur. Ich guck nur. Check das mal. Falls wir dann was kurz zu sehen. Du hast ja auch noch potenziell noch andere Minimatzen. Aber die müssten wir dann händisch. Alles? Okay, okay, okay. Komm. Kurz mal. Damit das hier alles auch Hand und Fuß hat. Oder hier ein Heckenlabyrinth. Hier muss es doch was Tolles geben. Hey, was machst du denn hier im Heckenlabyrinth? Das ist doch kein 3D-Sooter hier. Komm. Ab wieder aufs Land arbeiten, ne? Ich glaube, du spinnst so Videospieler, ey. Boah, jetzt bist du im Heckenlabyrinth. Das war ein langer Dreh wahrscheinlich. Ja, mach doch schnell was im Green. Du bist jetzt hier im Heckenlabyrinth. Okay. Nein, ich meine das. So, ja. Mach doch schnell hier das im Green. Nein, nein, nein. Aber ja, so haben wir die Drehs gemacht damals. Ja, so wurden die. Ich habe hier so ein vierseitiges Skript. Eigentlich muss man sagen, was ist denn hier los, ihr Heckenpenner? Ich bin Heckenpenner. Auch, äh, Steckl. So, ähm, warte mal. Also der, hier, die sagt mir hier doch was. So, hier hat sich doch die... Bestimmt muss man die auf dem Dach fokussieren oder so, ne? Der Kind hängt auf dem Dach herum. Oder gibt's noch ein Haus, wo eine Leiter da dran hängt? Das sieht aber schon genauso aus wie die Ecke. Das sieht sehr ähnlich aus, ne? Du kannst die Leiter nicht benutzen, dann könnte sie drinnen sein. Das wäre aber komisch, wenn du dich im Gebäude... Ja, wieso, wieso wird sie sich dann an der Leiter festhalten, wenn das drin ist? Na, es ist ja mehr nur für dich, dass du ungefähr weißt... Komm raus! Falsche Leiter, sagt der Chat. Hallo? Ah... Ich glaube, niemand ist home. Ist die falsche Leiter. Tut mir Leiter, sozusagen. Guck mal, jetzt gucken wir auf eine andere Leiter. Das ist noch eine. Das ist die Leiter. Das muss sie jetzt aber sein. Ne, ja, sieht auch mal... Da ist sie! Oben! Das ist... Ah... Ah, ja. Okay. Oh, ich muss nur die Kamera hindrehen. Okay. Da bist du. Darn, du hast mich gefunden. Wo sind die anderen? Ja, im Original hat sie gesagt, Snitches get Stitches. Snitches get Stitches. Ähm, eben der Karren, wo du dran vorbeigelaufen bist. Achso, am Karren war doch... Einer war unter dem Karren. Wo war denn der Karren? Versuch, dich unter dem Karren zu verscharren. Da irgendwo, ähm, wo du... Du halt warst, ne? Ja, ich... Das Kind hinterm Karren war an dem Haus mit der ersten Leiter. Ja. Das war die Leiter? Das ignorieren wir einfach. Ja. Ah, ja. Okay, der hat sich wirklich auch nicht gut versteckt, einfach. There you are. Ja, gut, guck ihn dir an. Das Beste, was ihm eingefallen ist. You found me! Wenn man den Höhenpunkt, den Zenit im Leben schon mit 8 Jahren erreicht hat... Ja, wenn man mit 8 Jahren piekt. Dann sieht man so aus. Dann ist das... Weil... Besser mein Jung wird das nicht mehr für dich, glaube ich. Komm so an. So, und der letzte, da haben wir gar nicht gesehen, wo sich der versteckt, ne? Das war, glaube ich, der etwas rundlichere Junge. Der ist bestimmt bei der Kuh. Hier ist es nicht. Ja, ich glaube nicht, dass er sich zu weit vorgewagt hat, ne? Das muss ja alles irgendwie hier nochmal sein. Nur noch ein Kind übrig. Und die müssen ein bisschen verteilt voneinander sein. Kann das ein Baum sein? Nein, ne? Oder ist es einer der Maiskolben? Komm, nette Dame, du verrätst doch dem süßen Boy aus Japan. Excuse me. And who are you? Do you have a moment? Ich suche Kinder. Die sieht nach Rückenschmerzen aus, ne? Der sieht sich nicht gut. Der hat ein breites Kreuz. Zu breit. Wahrscheinlich. Da sind es die Gesichtszüge, die sind hier in Glitten vor Kreuz. Manche von denen haben wirklich so extrem misanthropische Gesichtszüge. Ganz oben. Oh, derjenige in Blue rand rundherum. Oh, wirklich? Danke. Wo rannte er? Wo rannte er, der blaue Junge? Wir haben gerade über sie gelacht. Schreibt das nochmal bitte in den Chat kurz rein. Wo rannte der Junge hin? Zum Bach oder... Im Feld waren wir ja schon. Und im Feld war keiner. Im Feld war das Mädchen mit dem roben Kleid. Das haben wir gefunden. Around the back. Also... Ja, around the back. Die Oma weiß das bestimmt besser. Ja. Hi there. Did some kids pass by here? I'm looking for a kid dressed in blue. A red shirt? Nein. A blue shirt. Ah, okay. Nein. A red skirt, you say? Sag einfach ja. Um... Excuse me. You are obviously stupid. Aber hier... Die aus Tekken 3, die weiß doch Bescheid bestimmt. I need help with something. Are you speaking to me? Oh, um... What do you need? Hm. Ich hab da ein medizinisches Problem. Did you see a kid dressed in blue? Oh, he just ran by. Okay. Thanks. Okay. In die Richtung... Siehst du? Der ist richtig weit weg gerannt. Der bescheißer. Sie zeigt auch auf eine Kreuzung. Das nervt mich ein bisschen, aber ich schätze... Ich glaub, sie hat noch links gezeigt. Ah, Bach-Action da unten. Aber es ist keiner in blau hier, ne? Das hört sich immer rein. Wir müssen's lernen. Den Kick-Button. What is it, mister? Did you see a kid dressed in blue? You're playing hide and seek, aren't you? Na, die Helfer raten nichts. Lee Hong ran to that house over there. Okay, nein. Er wird gehasst. Okay, thanks. Ich glaub, der in blau hat ordentlich was ausgefressen. Das gibt auf jeden Fall noch Probleme. Dass er das... Okay, das... Das Haus kann's nicht sein. Nein, also ein... Sie zeigen alle in Richtungen, die nicht möglich sind. Da drüben seh ich ein Haus. Siehst du das da hinten? Ist das hier gemein? Du machst das jetzt viel zu kompliziert. Einfach mal hier weiter am Wasser entlang. Da. Hier rechts. Okay, ist ja wirklich gar nichts, ne? Ja, aber dann einfach weiter am Wasser entlang. Die haben wir doch in die Richtung gezeigt. Also ist der auch... Der hier kann ich nicht entlang. Nein. Jetzt läufst du aber gut. Ja, ja, ich kann da nicht hoch leider. Ich müsste wieder... Ach, der Zauners ist ne... Ist ne Hürde? Okay. Ja, ja. Zaun kannst du nicht rüber. Du kannst den nicht über den Stein. Mein Gott, Rio. Er hält sich sogar an individuell gesteckte Grenzen. Ja, ne. Ein weiter Umweg, um einfach nur einmal da rüber zu kommen. Komplett anderswo gelandet. Nein, da waren die Kids unten, ne? Die hatten mich hier hingeschickt. Das Kind hat dann gesagt, er ist im Haus dort drüben. Wie würden wir denn da hinkommen? Müssen wir über den Bach immer rüber? Also... Ich weiß es nicht, aber warum gehst du nicht einfach da, wo der Weg auch lang geht? Einfach rechts, geradeaus und dann links. Welchen Weg meinst du denn? Links. Einfach den nächsten. Den besten Weg links. Den linken Weg hier. Gut, okay, der führt zu dem Haus. Warte mal, ist es da vielleicht? Ne. Das wusste ich natürlich nicht. Ah, warte mal, hier passiert aber was. Oh. Ein Geisterhaus. Moment. Oh. Sieht nicht schlimmer aus als die anderen, muss ich sagen. Da waren wieder hier die Randalierer unterwegs. Da müssen die Chefin in das Haus kommen und sagen, ich hab einfach nicht selber gemacht. Hey! Vielleicht haben die Kinder auch gelogen. Weil die ja... helfen. Ah, meinst du? Ne, ich weiß es nicht. Das sagt nur, das ist auch eine Möglichkeit. Ach, da ist der kleine Junge. Da versteckst du dich? Ich weiß nicht, was sie sehen. Einer hatte eine wirklich leute Hände. Mit einem Spiegel drauf. Es müssen die gleichen, die Joe und Wong hängen. Geh die anderen. Richtig. Okay. Tschüss. Tschüss. Schön mit Ö. Schön mit Ö. Ist auch das Haus eines Steinmetzes, ne? Ja. Siehst, ein bisschen Stein, ein bisschen Metz. Der hat sich die Arbeit nach Hause genommen. Nimmst du hier wieder ein paar Kiesel mit nach Hause, ne? Du hast nicht genug zum Klopfen. Wäre ich Glück, dass wir gerade in dem Haus angekommen sind, was wir sowieso durchsuchen müssten, ne? Sei froh, sonst hätten wir es noch suchen müssen, ja. Schau dir an, hier wirklich Stein. Ja, Hammer. Ich wundere, ob es hier keine Kluge gibt. Kluge? Okay, das anscheinend nicht. Was ist das? Die Kerze eines Zimmermanns. Mhm. Und da ist das Teaser wie seines Zimmermanns. I wonder if there are any... Okay, das ist alles also Krams. Wahrscheinlich auch jetzt nichts, was so versteckt ist, sondern irgendwo würdest du sowas finden. Der hat Steine. Der hat Steine in seinen Schubladen. Gregor, der hat Steine in seinen Schubladen. Der hat Steine in den Schubladen. Der ist Steinmetz und hat Steine in seinem Autohändler, hat offensichtlich dann also Fahrzeuge in den Schubladen. What's this? Kannst du sie in die Hand nehmen? Nein, das sind Steine, what's this? Aber dafür hat er keine andere Schublade hier auf der Seite. Achso, ja natürlich, das müssen wir auch wegräumen. Eigentlich könnte man doch einfach aufräumen. Was du mal machen musst ist, wenn du mal in einer Wohnung bist, die vielleicht im siebten oder achten Stock ist. Und ohne Fahrstuhl. Du bestellst dir einfach Gewichte von einem Versandhändler. So richtig, so mit Handelstangen und so weiter. Und die lässt du dann bis nach oben liefern. Und sagst dann, wenn der Versandmann dann so ganz verschwitzt, mal gucken. Ah, meine Steinesammlung. Das wird ihn richtig freuen. Oder sie. Hier ist noch ein Teservis. Oh, das ist edel. Das ist wirklich edel. Okay. Aber er nimmt die Sachen nicht mehr so richtig in die Hand alle, ne? Ein paar Schulden, aber nicht mehr alle. Genau, du kannst sie nicht mehr wirklich noch angucken. So. Oh, da liegt was. Das ist ein Gabelstapler. Ja. Er hat's einfach eingesackt. Er verhöhnt uns. Er hat's einfach eingesackt. Er verhöhnt uns wirklich. Ah, Steine und... Weine. Was zum Saufen. Hallo ihr, bei Metzensen. Steine und Weine. Was wollen sie? Keine? Keine? Nein, Steine. Oh, warte mal. Das bestimmt aufheben. Was, Leine? Nein, die ist seine. Da liegt jetzt eine Leiche. Sehen Sie nicht, was ich meine? Da ist einfach so eine verknächerte... Oder was gibt's? Der Pass. Der... Das sollte man aber mitnehmen, wenn man geht. Der Multipass ist das, ne? Das ist wirklich ein Pass, oder? Und ein Brief. Oh, eine Todesliste. Ja, das ist Kibbel. Das ist ein Smiley, oder? This could be a clue. Kickstarter-Spender. Die noch... Alle fünft. Die alle, genau. Von denen man noch eintreiben muss. Für alle, die nicht bezahlt haben. Also, welche Leute brauchen noch einen Epic-Store-Key? War's das? Das ist die Liste. Das ist die Liste. Ließen die Gauner sie fallen? Ah, und da stehen wahrscheinlich Namen drauf, die noch nicht ausgeraubt wurden und dann warten sie. Das ist aber ein großer Fehler, glaube ich. Die Raubliste liegen lassen. Ich sollte irgendwo anders schauen. Für mein Gefühl ist das wahrscheinlich das einzige, was man hier finden kann, so richtig. Außer du guckst hier auch durchs Fenster wieder raus. Ah, siehst du? Der guckt dich durch. Spionage-Statuen. 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 Spionage. Und ein Bett. Mach nicht das Schwarzlicht an, Rio. Schieb da aber so das Bett rum. Er ist doch eigentlich hier derjenige, der Terror macht. Das war schon so, als ich hergekommen bin. Oh, da haben wir was gefunden. Die schmutzigen Hefte haben wir gefunden. Weil die anderen zu faul waren, kurz mal das Bett zu verschieben. ganz Asiens heißeste Statuen Band 1 wenn du einen Stein metzt dann musst du dich doch ein bisschen auch sexy Statuen angucken abends und dafür habe ich das Bett weggeschoben damit ich ein altes vergilbtes Statuenheft mit verklebten Seiten heiße Kurven, kalte Steine das heute wird richtig gemetzt da metze ich doch schon mal die Finger Christopher Metzelder würde auch dieses Magazin kaufen ich glaube kann man da überhaupt noch, da sind wir schon im Michael Jackson Territorium angekommen achso, das war ja der ich kann mir nicht die ganzen pädophilen merken ich kann das auch nicht ich habe das nicht mehr weiter verfolgt nach der initialen Meldung die sollen sie einfach alle Christian Wetzelder vielleicht, ne mit seinem Wetzelder Wetzelder oh, es ist noch nicht alles fertig oder meinst du 1, 2, 3, 4 Erbstein alles muss versteckt sein alles muss erwürgt sein so, es ist noch nicht alles was wir hier suchen sollen also hier unten haben wir geguckt das sieht interessant aus Ausgabe 12 irgendwas was noch versteckt ist wahrscheinlich was wir weg geben müssen das ist ja lustig es ist Mittwoch es ist Mittwoch meine Kerle was heißt denn die Kröte im Asiatischen das heißt bestimmt was ganz ist es was ist wahrscheinlich Virilität kannst du mal die Musik ein bisschen leiser machen weil ein paar Leute ich habe es schon häufig gelesen dass viele sich das wünschen die Musik ein bisschen leiser machen ja ok äh so so das haben wir hier noch nicht geguckt Statue das ist ein Wok oh ich kann mir einfach seine Äpfel nehmen ne ich konnte ihn nehmen sagen er sieht gut aus und dann wieder weglegen naja gut oh hier unten da ja hatte ich da schon geguckt das kann sein man müsste halt irgendwann auch einmal nur was wichtiges finden in so einem Fach damit man weiß ah ok in dem Fall haben wir das sogar ich glaube wir haben ja ein Foto das ist gut das sind sie aber alle jetzt hier ich weiß nicht werden sie sich nicht alle wundern warum du da durch die Sachen gehst ja also nur weil es so ein zerstörtes oder durchgesuchtes Haus ist hier muss doch jemand wohnen eigentlich oder das darf ich doch nicht einfach so alles mich hier bedienen und Sachen aber er hat schöne schöne Steine Steine gemätzt da kann man auf jeden Fall kann man alles verkaufen ja hoffen wir es mal wo sind denn die Leute mit ihren Wohnungen die leben dann auch einfach da drin sind doch alle verschwunden also in dieser verransten Wohnung dann stelle ich mal sauber zu machen die frage ich nicht nochmal ja irgendwo muss ja jemand hier leben so ich frage die Kids aber nochmal hier der ich auch nein let's play machen wir hier Gabelstapler ist das dein Gabelstapler hier ah Li Hong war also da bist du Li Hong da ist er das ist dein Stapler oder wie schön hier ach her steht dein Name drauf wo ist hier ein bisschen Belohnung hier Geld will ich haben ein Laserschwert so ein Kinderspiel 1000-Füßler-Pilz ok möchte ich jetzt überhaupt nicht mitgreifen ok er hat mir einen Pilz gegeben die machen alle den Aua-Aua-Aua-Tanz nur sie oh Gott du bist dran nee das haben wir doch schon gehabt das will ich nicht nochmal sorry sorry I'm a little busy right now maybe later why won't you play with me sorry was macht denn eigentlich der mit dem Grün hier wie gesagt das ist so ein komischer Tanz den die da ja das machen die beiden hier sie hatten ja nix ja ja also was können wir heute spielen ich hab meinen Fuß noch also die beiden werden ganz sicher nicht die Ballkönige da bin ich mir ach da werden ganz viele Sachen nicht aus denen naja muss man halt machen das haben wir damals so gemacht in den 80ern es sind die 80er du hast keine Videospiele du hast nichts du hast nicht mal Stöcke mit denen du Laserschwerter ich halte meinen Fuß und ich springe hin und her aber sie haben eine gute Balance muss man sagen ich wäre schon längst na gut komm das Schienbeinspiel so aber du kannst mir bestimmt helfen ja vielleicht auch nicht ah Foto genau dann kannst du mir nicht helfen ich glaube über die Liste brauche ich sie auch nicht befragen da frage ich lieber die Älteren oder weil ich habe ja das Foto und die Todesliste noch die Todesliste ja wo sind die die Kung Fu wenn man sie dann braucht gibt es gar nicht so viel ja und die wirre demente Frau hier frage ich nicht die läuft aber auch schon noch immer in derselben Ecke rum ja weil ich dachte hier laufen die vier sind sie wieder es sind nur noch Kinder hier ah wirklich ein Erwachsener so sag du mal was Weiklin excuse me what is it handsome mhm I just have a question mein Gott do you know anything about this that would have to be your ren and sure mhm oh I see thank you you know since I just scratched your back how about you scratch mine and join me for tea alter sorry ach tea ein mal ihre Blätter einweichen ja but you're good looking so I'll let you off the hook today schreibt denn da die Texte du siehst gut aus regnet es jetzt es regnet es gerade ja aber weißt du was verspiel doch einfach nochmal verstecken die haben das ganze Zimmer auf den Kopf gestellt bloß gut dass ich den Schlüssel gut versteckt hatte wieso ist der nicht gut versteckt hey oh man das ist aber lame der war aber lame er hat bessere Ausbeute gemacht als wir ja kannst du mir was über die Liste sagen mitten im Regen weil wahrscheinlich zwei von denen Steinmetze sind es geht darum die Stein wegen dem Spiegel oder es geht am Ende um den Spiegel ja weil der Vater von ähm Steinmetz und der hat und der bewacht den Weg zum Spiegel und den suchen wir ja eigentlich die ganze Zeit und offensichtlich ist der auch verschwunden oder jemand hat eben diese Liste wie lange die mich dann aufgaben wir haben ja noch den einen ich glaube wir sollten ja noch den einen Spiegel haben es gab ja zwei davon warte mal ich guck mal ins Inventar genau einen haben wir noch den Phoenix Mirror haben wir ja und wir haben ja noch den anderen Mirror der glaube ich bei Landy dann ist und wenn wir an den anderen Mirror kommen dann kommen wir auch zu Landy oder das müsste es ja sein ja es geht natürlich am Ende nur um diese Spiegel scheinbar aber was genau die eigentlich gemacht haben habe ich immer noch nicht gehabt eine Liste von Steinmetze zeige Shenhua das Stück Papier ja wir können zu Shenhua aber ich würde sagen wir gucken uns noch mal ein bisschen hier um wenn wir schon mal so weit sind wo wir denn hin können da geht es zurück gleich sagt er wahrscheinlich so weit will ich nicht laufen oh es wird geangelt jetzt haben wir aber leider keine Lur gekauft ja vielleicht gibt er uns einen ja ich mag diese Japanese Animes ey hast du gerade die Route in mir in den Bein gesteckt ja steile Berge sind auch mein Hobby das stimmt ja du bist nicht falsch ha du siehst nicht not really my thing I don't have time to waste with someone who doesn't even know halt hallo you're not a man of culture voll das Gatekeeping was will der denn jetzt ja wirklich also bitte hast du gerade hier Fishing Gatekeeping gemacht mein Freund wie auch das steht jetzt will er nicht mehr er will einfach nicht mehr mit uns reden die Jacke ist schön nass jetzt geworden die Hose auch ein bisschen freut das Richtig ist ein bisschen ist ein bisschen anglänzend ja da hat jemand den Regler gefunden in der Unreal 4 Engine das ist doch nice ja gut also kein Fischen für uns vielleicht werde ich ein paar Leute hier ah ok weiterlaufen mich denn nicht was ist denn mit hier willst du mit der alten Dame Tietring natürlich ja ich habe auch praktisch also habe ich einfach ein Gefühl Bailu ist für ihre Martial Arts also Führer von all over kommen von Zeit zu Zeit ich sehe bist du aus Japan ja würde du mir ein paar von deinen Bewegungen hm ich möchte mit dir bitte sicher das sollte gute Praktis Joa klar wenn sie schon das verlangt dann machen wir natürlich da gerne mit schon immer noch ein Move schon immer noch ein Move aber du weißt schon dass sie sich an den Move auch gewöhnen aber sie will ja deine Move sagen ich lerne ja wir gehen ja nur darum den Move zu tun ja ich will richtige Kämpfe das stimmt schon das stimmt schon vielleicht hast du ihn gemeistert es gibt One Punch Man und dann gibt es den Man der nur einen Punch Man ja du bist One Punch Man ich mach einen Punch und nicht mehr das ist ein richtiger Kombo besser als im Supermarkt Backplatz krass du hast es geschafft Gregor du bist eindeutig Shaolin es wird nicht gesungen bei der Arbeit es wird nicht gesungen bei der Arbeit das ist schön gesagt wenn der ein bisschen wärmer ist beim Sparring müssen wir was für machen können wie schön das ausschaut das ist toll es ist wirklich entschleunigt also ich hab mich schon fast an die langsame Spielweise gewöhnt aber dann wollen wir immer wieder gerne auch sich die Umgebung anguckt aber ich hab schon frag mich schon ob man da auch mal wieder rauskommt wir spielen so seit über vier Stunden sind wir in diesem Dorf vier Stunden das musst du ja mal reinziehen und wir haben bei Weitem noch nicht alles gesehen glaube ich was wir in dem Dorf dann also der lässt uns ja nicht in alle Ecken dann hin das nächste was wir machen sollen ist eh Shenhua die Liste zeigen wir haben ja eh noch glaube ich ein, zwei Stunden bevor es dunkel wird dann springt er einfach rein nee da da ich darf nicht mal da hin okay und so richtig viel laufen ist nicht ich will mich jetzt auch nicht vollstopfen mit Knoblauch also zum Panda Market dürfen wir noch nicht wir waren Sunflower Grove der Mann Juan Temple da wird wahrscheinlich auch gleich gesagt laucht mal hier nicht lang wir haben ja zumindest in den Trailern gesehen dass es ja auch noch ein paar größere Städte geht also ich zweifle dass das ganze Spiel hier stattfindet nein natürlich nicht aber ich frage mich schon wie lange Fishing Spots ich kann mir schon vorstellen dass wir heute noch richtig lange hier in dem ganzen Setting kommen und dann morgen vielleicht nochmal eine neue Location sehen ich glaube eben auch nicht dass wir morgen auch durchwehren nein das glaube ich nicht das bezweifle ich ehrlich gesagt hallo ist hier jemand ich kann euch riechen durch die Löcher ist jemand da? ich glaube niemand ist Hause niemand ist Hause wir haben sich schön eingerichtet hier wirklich auch ich sollte mehr Menschen hier sprechen weiter hoch möchte nicht laufen und hier sagt er wahrscheinlich das gleiche oh doch er geht er geht doch er geht doch zum Tempel geht er hin oh das ist aber auch eine schöne Stimmung wenn wir hier mit dem ganzen Bambus hier wird gekämpft und ich meine Lakritze die wird ehrenvoll gekämpft Lakritze wird sich hier gegreift also wenn hier kein Bosskampf stattfindet dann weiß ich auch nicht oh was du hier alles trainieren kannst Horse Dance kann ich trainieren und noch mal Horse Dance noch den Horse Dance das sind alles Horse Dance aber den kann man doch ohne so einen Ständer das kannst du doch so du brauchst ja nicht den Horse vielleicht einen Buffalo Dance noch machen und das war das andere ne? ich nehme an es ist halt eben so designt dass man auch immer nur ein paar Sachen auf einmal lernen kann sonst würde man ja hier erstmal komplett aufleveln was ist denn hier ach da kann man hier so schöne Schilder kaufen das ist eine Garderobe hier die Schlange die Schlange zurückholen endlich wieder ja okay das sind Tafeln die du dir kaufen kannst Garderobe wäre praktisch aber ich glaube du kannst einfach nur deine Wünsche und Träume entschlagen ein Drachen ein Drachen essen ja rammeln wie ein Hase ich möchte rammeln wie ein Hase und meine Schlange soll ein bisschen schlänglicher werden ich wollte auch ich glaube da geht es um die Länge der Schlange alles man muss in Bildsprache wir kennen das je mehr Geld du ausgibst umso längere Schlangenwünsche kannst du dir kaufen wie er auch da steht so na Digga was geht was willst du haben ich mach dir alles wer hat noch nicht wer will nochmal der sieht fast ein bisschen so aus als ob er mir mein Schwert bei Dark Souls spielen möchte ja wie der Gigant oben beim in Anor Londo er möchte auf jeden Fall gegen uns kämpfen aber er hat kein er hat kein Schwert erst wenn wir ihm das Schwert in seine Hand legen erwacht er und wird uns vernichten das wäre die das war dein das war dein Fehler Rio du hast mich aktiviert ist das nicht guckt das Dharma Industries sind auch hier angekommen ich wollte gleich sagen es ist nicht eher koreanisch aber nee es ist ja Yin-Yang ist ja allgemein gültig Horse Dance ja den Elefantenstandwärter Chat den kann man gerne mal außerdem hier ist leider noch nicht viel los am Tempel kann man nicht besonders viel machen im Moment außer dass es hübsches nein das hältst du noch aus ja du willst es aber echt wissen da links genau er kippt ja nicht um sondern die Energie stellt sich wieder her ein bisschen wenn du dann ganz um bist du kannst nur nicht laufen für eine Zeit lang aber ich glaube es ist kürzer für uns wenn wir die Ingame Stunde da abwarten und uns hier umschauen und dann zurück Porten nach Hause oh noch ein Angler ich hoffe dass es nicht oh guck mal wie nice das ist nicht so ein Gatekeeper wie der andere der ist inklusiv das sehe ich schon der will uns der will uns seinen Fisch geben der spricht nicht mal mit uns nee er hat eine Rettungsweste an weißt du er hat da ist keine Leine an da ist keine Leine dran oder der hat auch wieder so ein komisches Illuminati Symbol auf dem Arm ja das ist dieses Fliegenfischen von dem die immer reden ja du versuchst deine Fliege aufzuspielen ja es ist ein bisschen falsch beschrieben weil du eigentlich Fliegenstechen Fliegenstechen genau der hat das Illuminati Zeichen nee heißt das nicht USB oder so nein das ist das Yen Zeichen glaube ich ich wollte auf die Jacke mit dem Euro Zeichen ja da war es genau A ein Penny gekauft Kik deine Mutter klaut bei Kik so ein Kickboxer ne aber wie der Laden er hilft aber echt viel Lakritz nehm ich alles mit nehm ich alles mit kann ich mit dir reden die Frösche jetzt aber hier jetzt prüfen wir alle gleichzeitig die Frösche die Frösche was heißt das übersetzt hey moin moin und hallo willkommen zu meinem Let's Play Let's Quark oh oh der sieht verkaufsbereit aus der hat auch schon einiges erlebt im Leben ne er hat einiges erlebt oh ja ok also frühmorgens muss ich was hast du denn hier schau dir an das geilste Plastik was du dir vorstellen kannst ne alles dabei Flying Lure Flying Lure ja genau wie lange ich diese Werbung gesehen habe diese scheiß Werbung immer nachts auf und immer 20-30 Stunden lang dann kann ich in Hamburg echt viel anfangen mit dem Flying Lure oh Stiefel Hammer hat er auch nur genau die in der Größe sonst keine andere hat er auch nur die dafür zwei Farben der Größe zwei Farben wenn das die gleiche Größe an sich ist könnte ich ja vielleicht einen in schwarz und größer und einen in braun und kleiner einfach so weil ich stehe ja ein bisschen ich dachte gerade das ist ein Super Nintendo nein das ist eine Kassa also gut hier haben wir also das das Angelparadies ja krieg gleich das hier ist mein Freund mal kurz gucken ob hier ein Flensche oder sowas ist ah ich schätze hier zum Beispiel so ein bisschen Steak hier kannst du selber fischen dann später ich denke ich kann hier später machen so jetzt will ich die Animation aber sehen um 19 Uhr sollte nämlich die Lampen hier angehen das habe ich immer gemocht bei den alten Shandons wenn die Animationen kommen und dann das Licht langsam angeht Jujube so aber der Jingle ist nicht so eingängig wie früher ja es war ein bisschen das finde ich gut das machst du jetzt schön quick travel möchtest du gleich spielen oder kann von mir so gerne weitermachen mir ist es Latte nein alle alle Alle. ... ... ... ... ... ... ... ... Sie haben es geblieben. Sie haben einige Namen verletzten. Die Schleuchten müssen sie verletzten. Sie haben die Stonemasons verletzten. Was? Dann haben sie mit meinem Vater. Wir wissen nicht das. Er könnte in der Habe. Ich gehe und spreche mit den anderen Stonemasons. Okay. Was haben sie denn? Alles, was wir in viereinhalb Stunden erreicht haben, ist... Also, ich weiß nicht, was wir erreicht haben in viereinhalb Stunden. Es ist mehr oder weniger, was wir in Echtzeit erreicht hätten, wenn wir gewartet hätten mit dem Vater. Ungefähr. Vielleicht er kommt einfach zurück und sagt, ja, ihr habt mir einfach zu lange gebraucht. Bis dahin. Wirklich? Ich habe hier gerade gelesen, dass so von 40 bis 50 Stunden Spielzeit gesprochen wird. Wirklich? Das wäre natürlich schon ordentlich. Da müssen wir natürlich nochmal... Da würden wir uns nochmal unterhalten. Da würden wir auf jeden Fall nochmal überlegen, ob wir das wirklich machen wollen. Oder es dauert entsprechend sehr lange. Oder, ja genau, das ist der Punkt, oder? Es würde halt zu lange wahrscheinlich dauern und würden wir es erst nächstes Jahr dann fertig kriegen. Äh, das... Da muss man mal gucken. Wir sind aber jetzt erst mal noch mit dem... Genau. Wir machen erst mal das Wochenende hier. Ich krieg langsam Hunger, muss ich sagen. Ja, wir bestellen uns gleich Essen. Wollen wir das... Wollen wir das gleich machen? Von mir aus können wir gerne eine... Ähm... Dann machen wir das. Wir bestellen kurz Essen und ihr habt jetzt... Genau. Wir machen kurz eine Werbung und dann bestellen wir und gucken und dann essen wir gemeinsam einfach. Bis gleich. Gut, bis gleich. Werbung!